Hallo Leute und herzlich Willkommen zum Pete's Meet Invitational Mini Golf Cup 2022. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, endlich mal wieder unter Menschen. Wie geht es euch? Ja Melli, schön, dass du da bist. Wir beide werden heute den Abend moderieren am Loch und Jonathan wird das Ganze aus der Social Media bzw. Highlight-Ecke moderieren. Ich werde die Highlights raussuchen, keine Ahnung, was es alles gibt. Ich hoffe, da werden einige Highlights heute kommen. Ja, ziemlich sicher. Bestimmt. Ihr werdet da draußen klippen und wir dachten uns, Mensch, Golfit, Golf with your friends, Mario Supergolf, wie heißen sie alle, was wir immer spielen. Einfach. Warum nicht einfach auch mal das im Real Life zocken? Ja, wir sehen uns ja sowieso nie und dann dachten wir, Melli, du hast einen geilen Golfplatz um die Ecke. Ja, so sieht es aus. Das ist meine alte Homebase sogar. Ja, voll cool. Ich habe hier früher im Club gespielt, hier am Golfclub Lüderich und hier sind wir auch an der Mini-Golfbahn an der tollen und, ah, ja genau, mit meinem Staringpartner, genau. Mit Christian zusammen habt ihr hier mal gespielt. Ich hoffe, du blamierst mich heute nicht. Soll ich jetzt, willst du jetzt Fragen ins Offen? Das ist das Beste. Wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob mein Mikro schon... Nein, aber das sieht gut aus. Wir haben tatsächlich, hier hinter ist so ein kleiner Bunker, da haben wir ein bisschen Chippen geübt. Ja, und ich glaube, ihr kennt den Clip alle noch. Da spielt die Kamera... Wirf uns, das kommt von hier. Ah. Könnt ihr heute auch machen. Ja, die Kamera wird aber ein bisschen... Leo, du musst dann auch gleich die Kamera werfen. Ich sehe auch den Chat, wir kümmern uns um den Ton-Chat. Lauter, leiser, Sound, das kriegen wir hin. Aber es wird fantastisch auf jeden Fall. Und Sepp, du hast es eben gesagt, eure Mithilfe ist natürlich auch hier gewünscht, ne, denn Jay wird uns die großartigen Clips des heutigen Abends präsentieren. Und die braucht er natürlich, ne. Kein Highlight soll an uns vorbeilaufen, bitte. Da werden einige entstehen. Da müssen wir alle aufpassen. Mit Argos Augen, 160 Prozent Sehkraft hat Jay zwar, aber ihr seid mehr Augen, ne. Also ihr könnt das regeln. Die Schwarmintelligenz regeln. Wir haben hier... Wie viele Leute sind wir? Wir sind neun Spieler oder Spielerinnen. Ja, drei Teams, drei Mitglieder, die zuvor gelost wurden bei uns im Stream. Die Team-Captains stellt natürlich Pete's Meet, deshalb großes Pete's Meet Invitational. Und wie setzen sich die Teams nochmal zusammen? Die setzen sich folgendermaßen zusammen. Ich hab den Zettel tatsächlich gar nicht, aber Peter, Dennis und Chris sind die Team-Kapitäne. Peter ist Team 1 quasi. Ja. Zusammen mit... Wer stellt das vor? Du stellst sie vor. Ich stelle Team Peter vor, Team Snob, Team PvP, wie sie sich auch wunderschön nennen. Bestehend aus Varion und Paul und natürlich Peter. Dann haben wir noch Team 2. Das ist Team Brammen mit Leon von Bonjois und Sturmi, Sturmwaffel. Ganz genau. Und Team 3 ist Chris mit Milchbaum und Jody Kalussi und da freuen wir uns natürlich sehr drauf, denn ich glaube, das ist mein Favorit. Mein Team natürlich. Aber ich bin nicht aus dem Fenster, ich bin bei Team Peter. Ich sag Team Brammen einfach. Team Underdog. Ich hab tatsächlich noch nicht mit Jody sprechen können, wie gut ihr kurzes Spiel ist bei Chris Weisichs. Das ist katastrophal. Deswegen... Nein, Spaß. Christian hat ja auch ein bisschen Rücken aktuell. Ja. Der versucht ja schon die Ausreden zu finden. Aber der hat sich ja das Kreuz verhoben, ne? Ja. Kenne ich so Dinge. Etwas angeschlagen, aber... So ist das, wenn Matchday ist, dann wartet man nicht auf die Verletzung. Ich hab mir meine Golfschuhe geputzt, weil ich es nicht aushalten konnte. Was ist das Besondere an den Golfschuhen? Ach guck mal. Ich hab einfach hier so eine... Du hast halt... Warte, ich halte mich mal kurz fest. Du hast hier so Spikes, mit denen du schön feste, stabilen Grip hast auf dem Boden. Die sind natürlich wasserfest, damit halt, wenn du durchs Gras läufst oder so wie ich ständig durchs Ruff halt, deine Füße nicht nass sind. Und wenn du im Bunker dann schlägst, musst du die Schuhe ausziehen, weil da dann die Sand dann... Nein, die darfst du Gott sei Dank anziehen. Die darfst du dann anziehen. Okay, alles klar. Aber wenn du im Bunker bist, hast du ganz andere Probleme. Das ist wohl nicht. Guti, ich würde sagen... Kommen wir zum Orga noch ein bisschen. Wir wollen nochmal dem Veranstalter hier vor Ort, dem Golfplatz Lüderich, Danke sagen. Denn wir dürfen hier zum allerersten Mal diese Minigolfanlage betreten. Die ist gerade erst frisch fertig gebaut worden. Und wir weinen sich quasi heute ein. Frau Henrichs hat uns hier vorhin nochmal durchgeführt. Also Dankeschön an die Location. Also brandneu. Wir entjungfern quasi diese Bahnen hier. Ich wollte gerade sagen, die Bahnen wurden noch nicht gespielt im Regelbetrieb. Wir sind quasi die erste Veranstaltung, die hier stattfindet. Und die erste Spielrunde, die das Ganze auf Herz und Nieren wirklich prüfen wird. Ist ein bisschen wild hier, wenn ich mich mal so umschaue. Es hat ein bisschen Urwald-Vibes und Dschungel-Vibes. Ich kann dir sagen warum. Ja. Ist angelehnt an Indiana Jones. An die Teile. Jäger des verlorenen Schatzes. Guck mal an den Teil. Wir haben hier so einen Minen-Card und so wilde Tiere. Palmen und und und. Palmen sind echt. Die Palmen sind echt. Echt? Und falls ihr das Knallen im Hintergrund gehört habt, Bram ist schon dabei umzudekorieren. Mal gucken, wie das gleich im Spiel laufen wird. Lässt du das bitte ganz? Wir brauchen das. Aha. Hier ist man. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe schon die Bahnen abgecheckt. Ist wirklich so. Und ich würde sagen, wir laufen doch einfach mal hier rüber. Gucken wir uns mal an, was auf uns wartet heute Abend. 16 Löcher. Und hier ist Bahn Nr. 1. Ganz schön. Genau. Hier wird eröffnet und hier sehen wir auch tatsächlich das, was hier auch auf dem Lüderich steht, außerhalb der Halle. Hier wurde Kohle abgebaut. Ja, passt halt sehr gut zum Ruhrgebiet auch. Genau. Das Setting halt direkt drin. Finde ich gut. Genau. Und das wurde natürlich hier in der ersten Bahn sofort aufgefangen. Es gibt unterschiedliche Spiellinien. Da können wir vielleicht ganz, ganz kurz einmal mit der Kamera drauf schwenken. Es gibt hier eine Playline nennt sich das Ganze. Entweder spielt man am Hindernis vorbei, rechts oder links oder übers Hindernis drüber. Das wird immer vorgegeben von uns Moderatoren, wie gespielt wird. Natürlich in dem Fall wollen wir, dass die Leute da drüber spielen. Einmal in die Mine rein von Moria und wieder raus. Das wird bei jeder Bahn angesagt und wer davon abweicht, der brenne im Feuer. Das werden wir dann über die Punkte regeln. Aber das war Bahn 1. Und das sind alles Paar 3s, nicht wahr? Alle? Ja, alles Paar 3. Das sind alles Hole-and-Run-Strecken, dachte ich hier. Also die 1 könnte man im Hole-and-Run schaffen. Das ist aber schon hart. Wenn du da hochkommst, kommst du gerade raus. Ich habe vorhin einmal geschlagen und hätte fast direkt Missy getroffen, die er vielleicht auch aus den Streams von früher kennt. Und ja, also das war... Nicht gut, hätten wir fast jemanden verloren. Ich bin froh, dass ich moderiere und nicht viele. Sonst hätten wir nachher ihr Verletzte oder Schlimmeres. Ja, Bahn 2 und 3 haben sowohl ein Minen-Card, ein Mine-Card dort stehen. Aber was auch sehr besonders an dieser Minigolf-Bahn ist, es hat auch Bunker, Sandbunker. Das heißt, es gibt auch Orte, wo man reinfallen kann und nicht rauskommt. So ein bisschen ans Golf angelehnt. Adventure-Golf schimpft sich das Ganze. Habe ich gehört, habe ich gelernt vorhin noch. Das wird sehr interessant, denn da darf man nicht rein spielen. Das heißt, es gibt auch auf der Strecke bestimmte Punkte, nicht nur außerhalb der Strecke, sondern auch innerhalb der Strecke, die man nicht bespielen darf und wo man Gepanne steht. Aber die Regeln erklärt mir gleich nochmal. Genau, nochmal ganz in Ruhe und ganz genau. Aber jetzt verschaffen wir uns, wie gesagt, einmal einen schönen Überblick. Das bist du schon am Üben. Ja, und die Jubelpose wird hier auch schon geübt. Bram ganz optimistisch hier, finde ich gut. Das ist so cool hier. Es sieht echt richtig nice aus. Da vorne sind ein paar Ruinenteile umgestürzt. Die Pflanzenwelt ist hier auch sehr nice. Und da ein wildes Brammen am Abschlag. Eine Seltenheit. Guck mal, der trainiert schon. Oh, der war gar nicht mehr so verkehrt. Das war gar nicht so verkehrt. Ja, so sieht es aus. Ui! Haben wir leider nicht auf Kamera. Ja, sauber. Jodi hat schon direkt Hole in One gemacht. Es geht schon gut los. Ich hatte in der Anmod eben gesagt, dass wir gar nicht über dein kurzes Spiel gesprochen haben. Aber das scheint ja ganz solide zu sein, oder? Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Lasst uns weitermachen. Wir haben hier zu unserer Linken, wo Bram seine Fähigkeiten zur Schau stellt, die Bahn Nummer 6. Unsere Spiele dürfen sich nämlich jetzt gerade natürlich schon ein bisschen einspielen und warm machen für das, was gleich bevorsteht. Um 18.30 Uhr schlagen wir offiziell an. Ja, genau. Da ist quasi der Anschlag auf Bahn Nummer 1. Ich finde das übrigens sehr lieb, dass Peter seine Essensteller auch zur Verfügung stellt. Und sogar einbetoniert, Mensch. Das hat Peter ein weniger. Nein, ein weniger. Ein eigener Teller ist natürlich am Start. Wow. Den hast du mitgebracht. Wow. So, dann lass uns mal weiterlaufen, denn wir haben natürlich noch ein paar Bahnen hier vor uns, die wir mal kurz im Schnelldurchlauf... Da ist die 7, da ist die 8. Ganz genau so sieht es aus. Wenn die 7 und 8 schlagen, habe ich sehr, sehr, sehr viel Angst, weil ich da vorne an dem Moderationstisch sozusagen sitze und die 7 wird genau quasi im Zweifel in mein Gesicht knallen. Au Backe. Also das... Ich würde sagen, das gibt einen Punktabzug, wenn das passiert. Oder Punkt extra, je nachdem. Aber ich bin ja davon, dass wir einen Punktabzug machen. Das regeln wir gleich, während wir sprechen, würde ich sagen. Lass uns noch einmal hier den hinteren Teil der Bahn bewundern. Sturmwappel ist auch schon am Start. Freddy. Freddy, wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Ich bin durchtrainiert, habe mich vier Wochen auf den Kampf mit Trimax... Ich bin hier. Hallo, schönen guten Tag. Wir freuen uns auf jeden Fall. Aber wie ist denn so dein Experience im Golfen? Sehr gut. Also ich komme ja aus dem Profisport und habe da auch lange mit diversen Partnern große Turniere gespielt. Welche letzten Trophys durftest du auf deiner Scorecard vermerken? Ja. Riders Cup. Cool. Riders Cup. Riders Cup. Deshalb hältst du den Schläger auch so, wie du ihn hältst. Das ist ein Hüftproblem. Ah. Weiß ich. Typisch unter Golfern. Hast du auch Spikes unter deinen Schuhen? Darf ich nicht sagen. Darf ich nicht sagen. Darfst du nicht sagen. Okay, verstehe ich. Könnten ja Wettbewerber hier zugucken. Ja klar. Da sind. Aber ja, das ist tatsächlich schon fast richtig, weil man darf sich nicht auf die Schlägerseite auf dem Green abstützen, weil man ja dann das Green verfälscht. Ah. Das ist nicht so schlimm. Das wusste ich natürlich. Hier ist, das ist ultra sturdy. Unser Greenkeeper hier am Lüderricht macht einen fantastischen Job. Kann ich das jetzt mal zeigen? Jetzt gucken wir mal. Kameramann hat jetzt schon ein bisschen Angst. Ui. Ui. Und fast. Ich würde sagen, Kameramann sollte auch zusätzlich dann quasi auch Hindernis werden. Ja. Sehr gut gemacht. Das war gar nicht so schlecht. Wie ist das Praktikum bei Pete's Meet? Läuft? Ja, weitere Bahnen folgen dann dort. Da haben wir so ein Herz auf dem Boden. Soll das ein Herz sein? Was auch immer. Und dann kommen wir auch schon langsam. Ach nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich das gemalt habe. Du setzt dich nachher dann bitte hier so breitbeinig hin, ja? Ja, okay. Ich mach dann den Koloss von Rodos. Stell mich dann hier so hin. Ja, das wäre doch eine schöne Moderation. Ich glaube, Bram wird den einen Schlag opfern, um mich zu treffen. Ich glaube ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Hier sieht man jetzt noch mal ganz gut die Bunker, wo der Ball nachher nicht liegen bleiben darf. Theoretisch. Genau. Gibt es Regelfälle. Dann wird wieder Schuhschuh gemacht. So, Bahn Nummer 15 haben wir hier. Oh, das sieht aber spannend aus, was uns hier erwartet. Ja, ne wilder Looping. Ja. Wo ist denn die 16? Da vorne. Oh, da vorne, wo die große Schatztruhe ist. Ja. Gehen wir mal weiter. Sturby möchte einfach immer drin sein. Sturby trainiert hier einfach überall. Ja, aber nice. Hier haben wir eine kleine Gap. Oh. Oh, warte mal. Ich gehe hier mal lieber weg, weil der ist vielleicht besser so. Oh Gott, jetzt habe ich schon Sprachfindungsstörungen hier. Ui. Ui. Wunderschön. Ui, das war gar nicht mal so schlecht. Es gibt nämlich einen kleinen Sprung bei Bahn 16 in die Schatztruhe rein und eine wilde Schlange wartet auch noch auf dem Weg dorthin. letzte Bahn, kommen wir nachher zu, die könnten nämlich ihr bestimmen, wie die bespielt wird. Das heißt, wer sie spielt, aber später dazu mehr. Ja, und dann stehen da vorne schon die Pokale und ich glaube, auf meiner Karte steht als nächstes, dass wir jetzt die Teilnehmer vorstellen, die hier so im Hintergrund auch schon rumgewuselt sind und schon fleißig am Trainieren sind. Ja. Würde ich mal sagen, let's go. Fangen wir mit Team Pedder an. Wir fangen mit Team Pedder an, ja. Mit Team Pedder fangen wir an. Ganz genau. Entschuldigung. Wo ist Team Pedder? Aber Team Pedder ist schon fleißig am Trainieren. Ach, in der ersten Bahn. Ja, super. Ich meine, wer vorne raus viele Punkte macht, hat es hinten raus entspannter, sage ich mal. Oder weniger schwieriger. Wie gut ich mich fühle? Ja, wie gut fühlst du dich? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 12. 13. Oh, 17. 17. 17! 17 ist sogar noch besser. Hallo Chad, by the way. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, wir haben heute gemeinsam einen schönen Abend. Auch wenn ich nur Spieler bin sozusagen. Aber du bist auch Team Captain heute. Stimmt. Und deine Team Captain Qualitäten können wir direkt schon auf die Probe stellen. Denn du müsstest dein Team einmal zusammentrommeln, damit wir sie gleich vorstellen können. Jawohl. Ihr Aufgaben sind unmöglich. Paul! Komm dran! Flo! Ich brauche euch beide mal einmal bitte. Guck mal, Teamglieder-Fähigkeiten funktionieren immer. 1A möchte ich hier mal ganz gut sagen. Ja, komm mal sagen. Recall sitzt. Ja, danke. Das ist voll nett. Flo einmal in die Mitte, damit es auch passt. Wir haben hier Team PvP, wie sie sich selbst nennen. Peter, Flo, Barion und Paul von Dr. Freud. Fangen wir mit dir an. Okay. Wie sind deine Qualitäten, außer dass du krasser Gamer bist, sehr gute Serien und Dokus empfehlen kannst und auch so im Filmbereich unterwegs bist? Ich bin auch ganz netter. Und hübsch. Hübsch, nicht zu vergessen. Das ist ja auch Familienvater. Familienvater, ja. Loyal. Ich bin nicht so gut im Minigolf. Ich glaube, das ist das, worauf es jetzt hier ankommen würde. Immer gut, Underselling ist immer gut. Aber ich habe auf mich gesetzt. Und auf uns. Also in der Regel ist ja der, der am professionellsten aussieht, die größte Flachpfeife. Ja, deswegen Jodie. Wow! Also ich weiß nicht, ob Jodie... Ich muss ganz ehrlich sagen, dein Outfit ist ziemlich on fleek. Das habe ich tatsächlich auch extra hierfür nur gekauft und werde es auch danach wegschmeißen, denn es besteht nur aus Plastik. Oh ja. Ich glaube, wenn man dich anzünden würde, dann wäre auch nach einer Sekunde nichts mehr von dir übrig. Der Witz ist, der Tonmann wollte mir den Toneransteiger ran. Das hätte meine Hose runtergezogen, weil sie ist halt deswegen... Wo hast du das jetzt? Das ist auch schön. Ein Täschchen für Paul. Großartig. Großartig. Aber stellt die Tasche nicht gleich beim geilen Skillzeit? Nein, überhaupt nicht. Nein. Niemand sollte sagen, die Tasche anzulassen. Ja, das ist halt Pech, dass du auf irgendjemanden hörst. Ich sehe schon, die Laune ist top. Kommen wir direkt zu Flo. Du hörst gerne auf andere Menschen und lässt dich leiten hier. Ja, deswegen bin ich hier. Was sind noch so deine Qualitäten? Und hübsch. Hübsch ist er auch. Ich bin sehr groß und sehr nett. Ich wollte gerade sagen, du bist der Größte auch heute hier, würde ich frech behaupten. Und der Lustigste, oder? Du hast einen coolen YouTube-Kanal. In Videos vielleicht schon, aber so privat bin ich sehr unlustig, glaube ich. Willst du uns gleich ein paar deiner Charaktere präsentieren am Loch? Ich bin heute als Flo oder auch als Varian natürlich hier. Okay, Flo Varian. Aber ich habe tatsächlich nur zweimal gegolft bis jetzt. Und einmal war es in einem Hotel in Amerika und da war quasi so eine kleine Plattform. Und dann war so ein großer Teich und da war eine Insel, so eine ganz kleine Insel. Und wenn du da getroffen hast, dann konntest du umsonst das Hotel quasi verbringen. Alles. Ich habe ihn nicht getroffen. Es war schwerer als gesagt. Wie viel hast du versucht? Wie häufig? Boah, ich glaube, so zehnmal. Es war echt schwer. Okay, zehnmal. Zehnmal. Haben wir heute einen Versuchen. Haben wir ja Pro-Bahn-10-Versuche, wenn ich das richtig verstanden habe. Kommen wir gleich noch zu bei den Regeln. Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Wenn du die ganze Zeit daneben schlägst, dann kriegst du halt Strafschläge. Dann geht es halt ganz schnell. So ist es leider. Aber Teamkapitän Peter, was sind deine Qualifikationen heute? Außer, dass wir schon gelernt haben, auf den Schläger sich abzustützen, ist schon mal nicht so professionell, weil man damit Löcher ins Grün macht. Aber er ist sehr hübsch. Hier ist ja egal. Das ist nämlich das wichtigste. Er ist sehr hübsch. Das hübscheste Team auf jeden Fall und das am wenigsten qualifizierteste. Aber als Underdog gewinnt man am ehesten. Und ihr habt den coolsten Teamnamen, würde ich sagen. Das habe ich auch auf euch gesetzt. Team PvP. Vielleicht müsst ihr die Gegner einfach im PvP direkt besiegen, bevor sie an die Bahn kommen. Das könntest du machen. Wir wollen heute Abend noch ein bisschen Spaß mit allen haben. Aber irgendwie muss man ja nachher entscheiden, wenn es Punkte Gleichstand gibt, wer im Zweifel Zweiter, Erster oder Letzter ist. Armdrücken. Dann können wir halt sagen, einfach Try by Combat oder sowas. Ja. Das klingt spannend. Kommen wir mal zum zweiten Team. Genau, Jay. Brammen. Wo ist Team Brammen? Da ist Team Brammen. Sollen wir mal rüberlaufen? Wir können die auch herrufen. Wir können die herrufen. Guck mal, ich bin fast so groß wie du hier oben. Das ist der unfassbar geile sexuell. Boah, Alter, ganz ehrlich. Ich wäre am liebsten du, so geil ist er. Leon von Bonjour. Hi. Abonniert die. Ja. Twitter, Twitch, YouTube. Beste Leute. TikTok. TikTok. Ja. Unifans. Unifans auch, ja. Und natürlich Freddy Acker-Sturmer für der offizielle Pizza-Meet-Reaction-Kanal. 2 Millionen Abonnenten dieses Jahr, dann krieg ich Julien Bam's Gaming-Kanal. Kein Joke, ist wirklich so. Dankeschön. Und dementsprechend abonniert ihn. Dann lasst ein Labo da. Ganz klar. Ja. Wie habt ihr euch vorbereitet? Ja, wir haben die ganze Zeit geübt auf unseren Bahnen. Ja. Auch schon zu Hause oder so. Wir waren gestern schon hier. Ja, ihr habt gestern schon hier. Ja, ja. Wir haben ihn aufgebaut, wir haben so getan. Ehrlich? Ah, das war smart. Sehr gut. Und dann, Leon hat eine Jahreskarte beim ... Schwarze Dicht Minigolf. Schwarze Dicht Minigolf in Hamburg. Cool. Die geht jedes Wochenende dahin. Ehrlich jetzt? Ja, genau. Wie sieht da dein Speedrun-Rekord aus? So drei Minuten. Drei Minuten. Ja. Pro Bahn oder für alles? Für alle für die ganze ... Ah, ja, okay. Für jedes. Ja, okay. Da gibt's halt ... Bitte nicht kontextlos rausschneiden, was ... Drei Minuten. Ja, und dann ... Sturmi hat genau hier auf dem Kurs ... hat er halt seine Platzreife verloren. Ja, ich probier das wieder nachzuholen. Ja. Ich darf ja nicht mehr so auf YouTube. Ehrlich hier? Oh, okay. Ich bin der Einzel, der das nicht kann, aber das ist okay. Ich glaub, mein Team ist da sehr stark aufgestellt. Und deswegen sind wir ... Team, ja, wir sind ... Team Grün. Das ist sehr ... Ich mein sehr passend. Sehr passend. Ich hab die Energie gespürt. Ich find das gut, dass gerade Bram Team Grün kriegt. Das war schon nice. Ich weiß auch nicht warum. Oder Team Bubatz. Fand ich auch gut. Team Bubatz können wir uns auch ganz gerne. Gut, dann nennt ihr euch auch gerne Team Bubatz. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch läuft. Platz eins eher oder nicht letzter werden? Na ja, sagen wir's so. Ich weiß ja, da draußen sind ja viele Leute, die an uns zweifeln. In der Watchbody-App, die ihr euch jetzt runterladen könnt, weil es eine geile App ist, mit der ihr interaktiv an diesem Stream teilhaben könnt, sind wir leider letzter. Wirklich? Da ist schon vor dem Event quasi ne Umfrage gestartet worden, aber zu Watchbody erzähl ich auf jeden Fall gleich auch noch was. Ja, und da haben wir halt nur 16 Prozent bisher. Und jetzt könnten wir das versuchen gut zu reden im Sinne von, ja, aber Christian mit deiner Golf-Erfahrung, deswegen hat der auch schon irgendwie 68 Prozent, aber wir sind trotzdem im letzten. Und wir sehen uns aber in der Underdog-Position, weil wenn ich in die Gesichter der anderen gucke, sehe ich Angst. Angst und Verzweiflung. Und bei uns sehe ich halt grün. Deswegen seid auch ihr für Team Bubatz. Ja. Alles klar. Dankeschön. Meine Stimme habt ihr. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich würde sagen. Ab zu Team Chris. Team 3, genau. Ich wollte euch wieder zurück zum Warmmachen schicken. Ja, wir gehen wieder zum Warmmachen. Gut. Team Chris ist gerade noch am trainieren, glaube ich. Jetzt brauchen wir einmal Team Chris hier vorne. Ich geh mal gucken. Und ich bin mir sicher, dass die mich jetzt gleich hören. Team Chris. Wo ist der? Christian ist ja, sind alle weg. Kommt weg, laufen alle mal mit. Dann rennen wir hinterher. Team Lila. Chris, Jodie, Milchbaum. Kommt schnell. Kommt schnell. Kommt schnell. Wo hin hin? Wo stellen wir uns? Da, Sumo. Stellt euch einfach irgendwo hin. Sollen wir da hingehen? Wir machen es dem Leo einfach so hart wie möglich. Wir können uns auch einfach hinsetzen. Das können wir natürlich auch machen. Aber ja. Chris, komm her. Komm du auch. Keiner traut sich. Was ist denn los? Hast du nur unseren Ball? Nett. Geil. Nice. Guck mal. Ihr seid schon mit einem Ball bestückt. So sieht es aus. Team Nr. 3. Aktuell die Führenden auf WatchBuddy habe ich gerade gehört. Chris, wie fühlst du dich so auf dieses Turnier blickend? Geht's? Also mein Rücken geht wieder. Ja. Bin ein bisschen verhoben. Aber für Minigolf reicht das noch. Für Minigolf reicht das. Wir mussten ja Fallhöhe schaffen. Jodie spielt Golf. Du hast Minigolf geübt auf jeden Fall. Ja. Wir machen das Ganze auf jeden Fall mit Biss weg. Das ist das Geile. Also wirklich. Ich habe große Hoffnungen an euch als Team. Ich auch. Jodie, du bist Golferin. Seit wie lange spielst du denn schon? Nicht so lang. Du hast gerade erst anderthalb Jahre. Also jetzt hören wir hier mal bescheiden, ne? Wahre. Wahnsinn. Wir sind nicht bescheiden. Wir sind trotzdem die Besten. Wir müssen Fallhöhe schaffen. Fallhöhe schaffen. Aber Chris, wie hat sich eigentlich dein kurzes Spiel so entwickelt? In der Zeit, wo wir nicht zusammen spielen? Ja, mein Trainer sagt immer, du musst Parten üben. Das machst du auch. Und ich denke mir dann, ja Moment, aber da ist die Driving Range. Und dann denke ich mir, ach, das machst du nächste Woche. Denk dran, die Bahnen werden im kurzen Spiel gewonnen. Ich weiß, es ist auch immer so unfassbar frustrierend, wenn du einen geilen Ball Richtung Lok spielst. Und dann, hm, dann ne. Aber guckst du dir das Grün vorher noch an? Du meinst, also ich kann mich gerade nicht so gut, aber du meinst wirklich... Ja, so lesen halt, ne? Lesen. Ja, das Grün lesen. Ja, das, was man bei Super Mario Golf macht. Ja, genau. Genau das. Super wichtig. No joke, ja. Robt man dann auch wirklich dann so über dem Boden? Ja, du guckst halt die Beschaffenheit des Grüns an, ne? Und du musst halt auch wissen, dass es morgens anders läuft als abends, ne? Ich dachte, man könnte irgendwie so eine Brille, wo man dann halt wie dieses Raster dann aufs reinbezeichnet. Hey, technisch gibt's die geilsten Sachen. Du hast teilweise, hast du so Geräte, die stellst du hinter dir auf, schlägst und dann sagt er dir direkt, wie weit dein Schlag war, wie gut du getroffen hast, wie feste, alles. Ja, nice. Und es zeigt dir sogar die ballistische Flugkurve des Balls, auch wenn du nur ins Netz schlägst. Geld kannst du im Golf sehr viel ausgeben. Es gibt ganz, ganz tolle Sachen. Aber lasst uns ja alles nichts. Genau. Weil jetzt heute manuell nur mit dem Putter selber und dem Ball auf der Bahn freut ihr euch denn schon? Ja, klar. Also ich finde die Halle total geil. Ja. Wir sind ja die Ersten, ich meine, ihr habt ja schon alles erzählt, wir sind die Ersten, die überhaupt hier spielen dürfen. Wir setzen das Paar. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ein paar spezielle Bahnen heute, ich freue mich sehr. Alles. Wie habt ihr euch denn genannt? Sehr geil. Als Team. Die Golfis. Das sind die Golfis. So sieht's aus. Die Golfis. Das ist doch, das ist doch Angst einfließen. Die Golfis, komm. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall Obacht geben hier, also die anderen Spielenden. Aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ja, viel Spaß. Wir haben euch wieder quasi ins Pre-Game entlassen. Euer letzter Shoutout an eure Fans da draußen. Bevor es ernst wird. Kill. Mega. Vielen Dank. Das geht schon fantastisch los heute Abend. Bei Team Bram kann man nochmal Fünfe gerade sein lassen. Das stimmt. Das stimmt. Aber nein, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall ein fantastisches Starterfeld, was wir hier vor Ort am Lüderich kumuliert haben, sag ich mal. Ihr habt großartige Personen hier eingeladen und ich erwarte Großartiges für den heutigen Abend. Ich bin ultrahype. Top und flop wollen wir alles heute sehen. Am besten an jeder Bahn und ich glaube dafür. Ich freue mich da so sehr drauf, wenn die Leute sorgen. Das wird so lustig. Ja. Okay. Ich glaube es ist Zeit, dich an deine Position zu verabschieden an dieser Stelle. Das ist schön. Ich kann jetzt hier, wenn man es halt macht, ne? Die brauchen es ja alle gar nicht mehr. Wegwerfen. Die neuen Lündernisse. Nein, das waren meine. Nein, das waren die anderen. Jay wird sich auf jeden Fall in seine Chat- und Social Media Position begeben, um dort über die Clips zu herrschen, sag ich mal. Und euer Feedback einzusammeln und 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 und. Ganz ganz viel noch. Genau. Wir werden zwischenzeitlich immer mal wieder zum Jay rüberschalten und schauen, was sich da quasi auf euer Seiten so bewegt und welche Clips ihr gehighlighted habt und was es noch alles so herauszufinden gibt. Also das war der Looping und das war ein bisschen fest. Aber gar kein Problem. Aber durch ist durch, da hast du recht. So, wir haben nämlich noch was Tolles vorbereitet. Ja, wir haben noch ein kleines Drohnen-Video zu der Bahn vorbereitet, wo ihr jetzt nochmal einen richtigen Überblick bekommt zu den Bahnen und danach geht es mit den Regeln weiter. Hallo. Hallo. Tschüss. Hey Jules, du kannst auch gerne hier direkt bleiben, wenn du möchtest. Ja, das ist auch gar kein Problem. Ich habe hier wunderbare Handkeulen am Start. Ja, warte mal. Dann stellst du dich einfach mal hier so hin. So. Hallo. Du hast das hier alles wunderschön quasi mit organisiert. Das stimmt. Zusammen mit unserer Agentur Second Wave. Ja. Das war bestimmt eine Menge, Menge Arbeit, die du da quasi… Das war es in der Tat. Aber ich muss wirklich sagen, es macht mir super viel Spaß. Und wie ich im Chat sehe, ich glaube den Leuten auch. Sound ist leider sehr schlecht. Okay, da kümmere ich mich gar nicht drum. Da kümmern wir uns drum. Na klar. Und ja, wir haben extra für dieses Event und auch für die Zukunft eine App entwickeln lassen. Heißt Watch Buddy. Und du hast da auch federführend, glaube ich, mitgearbeitet unter anderem. Können wir so sagen. Ja. Ja, ja. Das heißt, du könntest ja eigentlich theoretisch die im besten Fall dann sogar… Naja, was heißt vorstellen? Vorstellen haben wir ein tolles Video dazu. Wir haben ein richtig schönes Video bekommen. Weil da bin ich auch nicht der Beste, um Sachen zu erklären. Ihr wisst das ja, wie das halt ist. Aber ihr könnt auf jeden Fall dort interaktiv an unseren Events in Zukunft auch teilnehmen. Und heute ist quasi der erste Testlauf davon. Genau. Könnt ihr euch bei iOS oder Android runterladen. Ihr sucht einfach Watch Buddy und dann könnt ihr euch die App runterladen. Und dann könnt ihr euch da anmelden mit Discord, Twitch… Peatsmeet-Account geht sogar auf. Peatsmeet.de-Account. Apple-Account. Alles da dran. Oder so registrieren. Und ganz wichtig noch, dass du es schon kurz erwähnt hast, die App ist quasi seit gestern draußen… Kostenlos. 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 Sie kann gerade so die wichtigsten Sachen in ihren Grundzügen, sprich euch interaktiv von diesem Event teilnehmen lassen. Da werden wir auch nachher noch ein, zwei Sachen haben, bei denen ihr auch merken werdet, welchen Einfluss ihr hier nehmen könnt durch diese App. Tue ich aus. Aber nur als Info, es ist noch viel, viel mehr geplant in der Zukunft. Also gerade ist wirklich so dieses, sag mal dazu spartanisch oder grundlegend… Du musst ja erstmal… Du fängst ja die Beta. Ja. Ist das eine Beta? Alpha? Nee, Alpha ist es nicht. Wir sagen, es ist schon eine Beta. Es ist schon eine sehr weite Beta. Eine Beta. Aber es kommen wirklich noch einige Funktionen dazu. Und ich möchte mich auch mal bedanken, denn ich habe so viel liebes, positives Feedback bekommen von euch dort draußen. Hammer. Hätte ich niemals gedacht, wie wir heute sich jetzt schon registriert haben und jetzt schon uns Ideen geschickt haben, was wir noch so einbauen können. Freut mich mega. Ja, mich auch. Und wie gesagt, wir werden da auch noch später dann zu Ergebnissen kommen. Ihr könnt da jetzt auch wahrscheinlich schon abstimmen gerade, welches euer Lieblingsteam ist bzw. wer wahrscheinlich das gewinnt. Und ja, ihr seht im Hintergrund ganz viele wunderbare Sponsoren. Fitbit, Sky Ticket, Manscaped, Republic of Gamers, Genshin Impact und Jerold Steiner. Das ist gar nicht so leicht, dass wir das so zeigen. Jerold Steiner hat uns ja sogar hier die ganzen Getränke zur Verfügung gestellt, dass wir heute lustig werden. Ja, das ist sehr cool, die das halt möglich machen. Ja, die das halt möglich machen. Und da gibt es auch noch einige Sachen, die wir dann verlosen im Laufe des Abends. Und da gibt es ganz tolle Preise auch für euch. Und ja, ich werde hier mich hinsetzen und werde dann Highlights sammeln. Gerne Clips einschicken, wenn die Jungs und Mädels am Schlagen sind. Und ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich würde sagen, eigentlich nicht mehr allzu viel, außer ich gebe ab an Melli und Sebastian. Wir wollen den Watch-Buddy-Trailer zeigen. Stimmt, wir wollen natürlich den Watch-Buddy-Trailer zeigen. Ja, absolut. Den habe ich vielleicht vergessen. Perfekt. Wir rennen hinter den Kulissen rum. Danke, dass ich kurz dabei sein durfte und euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Piezmann Invitation in Mini-Golf Cup 2022. Mach's ab! Ok. Ja, jetzt dé Ring Für mich. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe nicht geschlafen. Das ist, das ist, ich habe auch nicht geschlafen. Ich habe, was hast du in Ruhe? Ich habe 60 in Ruhe. Oh Gott, das war auch mal niedriger. Ja, die Fitbit-Uhren können zum anderen auch nicht nur Puls messen, sondern auch EKG tracken. Eine Stressanzeige haben sie auch, dass man so ein bisschen die Work-Life-Balance mehr findet. Schlaf wird auch noch überwacht, wenn man möchte, sodass man, das habe ich früher immer gemacht, zum richtigen Zeitpunkt aufsteht. Die Uhr kann dich dann wecken in einem bestimmten Zeitfenster, wo sie das meint, du am besten aufstehst. Manchmal fühlt man sich ja so, boah, fünf Minuten hätte ich jetzt noch gebraucht. Das erkennt sie anhand deines Schlafverhaltens und, und, und. Ganz, ganz viele Sachen noch. Also könnt ihr gerne auschecken, denn es gibt welche zu gewinnen. Als erstes verlosen wir diese hier. Deine geht als erstes raus. Meine als erstes, das ist die Sense. Und später im Stream werden wir noch deine verlosen. Die ist etwas, etwas schmaler. Ja. Das heißt, mit dem Hashtag Fitbit könnt ihr jetzt im Chat loslegen und eine Sense, genau diese hier, quasi gewinnen. Und ich würde sagen, let's go. Es ist, es ist gleich schon soweit, ich bin so aufgeregt. Und wir fangen jetzt an mit Loch Nr. 1. So sieht es aus. Also, das ist der Beginn unseres Pete's Meet Invitational Mini Golf Cup 2022. Hier an Bahn 1 haben sich schon unsere Kontrahenten eingefunden. Während wir uns hier langsam den Weg quasi durch den Dschungel schlagen und Team-Captain von Team Nr. 1. Ich bin bereit. Ja, Peter ist wirklich bereit. Ich bin bereit vom Brust am Abschlag. Peter fängt auch an, wenn ich das richtig habe. Hast du schon deinen Golfball, nein, Mini-Golfball? Das ist aber ein richtiger Golfball. Das ist ein richtiger Golfball. Das ist ein richtiger Golfball. Das ist ein richtiger Golfball. Ja, ich dachte ein Mini-Golfball, weil ein Mini-Golfball wäre ja schwerer. Ah, okay, wir spielen heute mit Profi-Bällen sogar. Ja, mit diesen geilen, gebrandeten Profi-Bällen. Die sind awesome. Die hüpfen nicht mehr. Die hüpfen mehr, weil die lebt nicht mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt ein bisschen zu viel von der Boden die entsprechende Beschaffenheit hat, das ist korrekt. Gar nicht gehüpft. Naja, aber nicht schlimm. Großartig. Ja, Peter, ich würde dich bitten, von hier vorne, vom... Geht's jetzt los? Geht's jetzt los? Es geht jetzt los. Du hast den Eröffnungsschlag quasi. Du fängst das jetzt noch nicht an, aber ich glaube, wir sind die ersten. Ja, Chris und Freddy. Das ist die Eigenart von Team Bubatz. Wir sind immer ein bisschen... Babutz? 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 Babutz hat Jay gesagt. Ja, die Babutze. Okay, hallo, kannst du mal bitte von der Bahn gehen? So, es geht da lang. Aber vorab müssen wir jetzt natürlich wissen, was ist die vorgegebene Playline hier? Peter, die vorgegebene Playline ist, du schlägst von da vorne ab, durch die Mine durch, also die Rampe hoch, dann fällt der Ball wahrscheinlich runter und kommt hinten wieder raus und im besten Fall triffst du das Loch. Okay, aber nur noch mal zum Verständnis. Wenn du links dran vorbeischlägst, bekommst du einen Strafschlag. Du willst bestimmt fragen, wenn der da drauf geht und rüberhopst, oder? Nee, ich wollte tatsächlich genau das mit dem Strafschlag sicherheitshalber für die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal klären. Das heißt, ich schlage dran vorbei und mit dem zweiten Schlag mache ich ihn rein. Damit habe ich für diese Bahn, für mein Team, drei Schläge gebraucht. Genau. Weil zwei habe ich tatsächlich gebraucht plus einen Strafschlag. Korrekt. Was ja theoretisch besser ist, als siebenmal nicht da zu treffen. Naja, wenn du einfach gerade schlägst, dann könntest du auch ein Hole in One machen, ne? Peter, das ist so wie bei Golfit, ne? Wenn wir das spielen, was machst du immer? Gewinnen will ich. Ja, versuchst du dann immer so die Hole in One Sachen oder bist du eher so der Safe-Typ? Versuchen wir, was auf Safe zu spielen. Aber allein für die Action im Stream will ich natürlich das Ding mitnehmen. Ja. Dann würdest du das leider so machen. Das wäre ziemlich schade, wenn du so unsere Zusehenden enttäuschen würdest. Probier auch dran vorbeizuschlagen. Dürfen wir eigentlich dumme Kommentare währenddessen machen oder es hält gleich einer die Hand hoch, damit alle die Schnauze halten? Also Peter darf selber gerne uns durch seinen Schlag moderieren, aber wir können natürlich auch ihn versuchen zu kommentieren. Ist das weit genug weg? Das ist weit genug weg, ja. Oder nah genug dran? Oder ist die Position in Ordnung? Die Position ist in Ordnung, ja. Die Linie darfst du dir ja immer selber aussuchen. Aber nicht da. Nein. Ich habe zu Peter schon gesagt, es ist ganz cool, dass ihr beide hier mit uns an der Bahn seid und nicht Jay. Jay sitzt da hinten. Der kann uns nicht überwachen, wer jetzt wie viele Zentimeter weiter links rechts steht. Okay, Achtung. Peter fängt mit seinem ersten... Vielleicht Freddy? Ja, ja, ich gehe mal lieber weg. Wir haben ja auch einen Sicherheitsaspekt heute. Arsch raus, habe ich gehört. Paul, ich muss das jetzt in der Mitte probieren. Ja. Ich wurde dazu genötigt von allen. Okay, sehr gut. Okay. Der Strich muss da drauf zeigen. Und jetzt kommt der erste Schlag des Peetsmeet Invitation der Minigolf-Events. Das ist richtig. So sieht es aus. Oh! Diese 90-Grad-Schläge sind eigentlich eher unsere Kompetenz, Chris. Habe ich recht? Ich glaube, Loch 3 wurde anvisiert. Ich will hier nicht urteilen. Der erste Schlag ist der härteste. Ja, ist auch so. Achtmal? Zehnmal. Zehnmal. Zehnmal, ja. Zehnmal. Peter, noch neunmal. Das war nix. Machen wir nochmal. Wir könnten uns auf den Malligen einigen, Peter. Was ist das? Das zählt dann nicht. Was? Aber da müssen alle mitmachen. Und ich glaube, an Freddy wird es scheitern. Ich verstehe nicht mehr, was du sagst. Das heißt, der Schlag zählt nicht. Okay. Okay, dann mache ich das jetzt anders. Also Peter, das war dein erster Schlag. Ja, die Mitte hat mich betrogen. Machen wir, den mache ich jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt den Strafschlag in Kauf. Okay. Oh, er geht den safen Weg. Danke, danke, danke. Das war dein zweiter Schlag. Somit Nummero drei. Zählt ihr von uns? Nee, ihr solltet eigentlich selber zählen. Ach so, da müsst ihr mir vorher sagen. Na, wir zählen mit. Das ist kein Problem. Peter, das war mein erster Schlag, glaube ich. Peter, hast du nicht vorhin zugehört, als wir die Regeln erklärt haben und gesagt haben, jeder soll seine eigenen Punkte nachhalten. Aber wir und tausende Menschen da draußen werden dich bestimmt korrigieren, falls du was Falsches im Kopf hast. Also gar kein Problem. Weil ich sehe gerade, was im Bild ist und damit die Zuschauer ein bisschen Unterhaltung haben, wollte ich ein bisschen Mut von da einringen. Wir sind am 18. Also Peter. Entertainer durch und durch, ne? So. Dein dritter Schlag. Das sind so die, die man verkackt, aber die will ich jetzt nicht verkacken und dass ich jetzt ganz doll an mich glaube, mache ich den jetzt rein, okay? Oh Gott, das wird so viel Pressure jetzt, das wird dringend unangenehm. Aber ey, kurz Limbo getanzt auf der Lochkante, ei, 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 ei. Das sind die Momente, wo ich spätestens irgendwann... Jut, dann würde ich sagen... Peter ist auch Entertainer, ne? Ja. Das ist so ein gutes T-Shirt. Das war gewollt. Das war auf jeden Fall gewollt. Er möchte es halt so spannend wie möglich machen, ne? Das stimmt. Jay? Das war der erste Moment zu Capturen für den Peatsmeat Shop. Vier. Der ist verhundert. Oh nein, aber jetzt, aber jetzt, komm. Aber konzentrier dich, der kann auch noch daneben gehen. Gut, dass er die Abkürzung genommen hat. Ja, richtig. Mit fünf ist er drin. Das heißt, sechs Schläge werden Peter angerechnet, denn es gibt ja einen Strafschlag für deine Abkürzung. Die hat dir... Abkürzung, ja. Und wie weit weitergebracht, Peter? Das war ja am Anfang so dein Ding. Naja, also wenn ich die jetzt nicht genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich zehn voll gemacht. Okay. Meinst du? Könnte sein. Ja. Könnte sein, aber... Deswegen nur, dass ich dann da noch zweimal so verkackt habe, das hatte ich jetzt so nicht geplant. Ich weiß es gar nicht mehr. Zweimal. Okay. Ja. Dann, ja. Peter startet mit sechs. Ich habe jetzt echt Schiss. So, Team S2. Warte, warte, warte. Auf meiner Karte steht... Entschuldigung. Da ist eine offene Leitung drunter. Freddy, die ist auch offen. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Die ist noch tot. Die ist noch tot. Ich weiß, dass das jetzt nicht funktioniert. Es ist ein Spielfehler von der Bahn. Ich habe es vorher getestet. Die offene Leitung da vorne habe ich mit meiner Zunge berührt und ich habe keine gezwiebeln bekommen. Das heißt, für dich ist alles safe. Und dein Ball. Ich glaube, Sepp lügt. So, wo muss ich denn stehen? Hier? Ist das okay? Oder noch weiter? So ein bisschen weiter nach hinten. So ein bisschen weiter. Ja, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Melli kontrolliert hier natürlich die golferischen Gegebenheiten. Du kennst dich ja aus. Ich ein bisschen, ja. Ich habe jetzt eine ziemliche Spielpause hinter mir. Team Grün. Bram feuert dich am allerlautesten an. Danke, Bram, für deine Unterstützung. Team Grün. Let's go. Das war jetzt ein bisschen viel. Das ist gut, wenn du von deinem eigenen Team gestört wirst. Ich glaube an den Bubatz. Gut, 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 gut. Oh, aber wirklich solide hochgespielt. Ich weiß nicht, ob der Freudentanz von Bram da eher zuträglich war oder nicht, aber das werden wir nie herausfinden. Aber Freddy, das hast du jetzt ordentlich vorgelegt. Mal gucken, ob sie zwei Schläge werden. Die ganz kurzen sind tatsächlich die allerschwierigsten. Eiskalt runtergespielt und da kommt der Putterdrop. Ei, 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 ei. Und dann wird sie verbeugt. Hast du das vorher geübt, Freddy? Also das sieht irgendwie aus wie... Ich spiele Tennis. Ah, okay. Ja, dann. Großartig. Das war ja jetzt belastend. So, das war Team Nr. 2 mit zwei Schlägen. Aktuell. Startet ganz gut für euch. Durchaus einen 10 Applaus wert, Jay. Vielen Dank. Und jetzt ist Team Captain von Team Nr. 3. Ja, ich habe gesagt, Team Captain, ich fange an. Ich habe mich mit Jody und Sonja darauf geeinigt. Einmal versuchen wir das da oben rein. Und danach gucken wir mal. Ja, dir viel Erfolg. Das ist in Ordnung. Also ihr sagt es einfach. Aber erst nachdem du geschlagen hast. Ey, nach Peters Anfang habe ich gerade Megadruck. Also die Uhr sagt... Okay, genau, Christian, was ist dein Puls? 106. 106? Das geht noch. Einfach tief atmen und zwischen zwei Herzschlägen. Keinen Tipp geben jetzt hier, bitte. Und parteiisch bleiben, auch wenn das dein Favoritenteam ist. Moment mal, es gibt Moderatoren, Favoritenteam? Du hast gerade einen Applaus von Jay bekommen. Ja. 110. Ja, Sepp ist verloren, leider. Das ist ja was Privates. So. Und so, hole in one, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, unser erstes hole in one hier am Lüderich auf der Minigolfanlage ist gefallen. Wow, an Loch 1 direkt. Chris, Teamcapt'n von Team die Golfis, habt ihr direkt einmal vorgelegt. Haben ihren Favoritenplatz direkt gefestigt. Würde ich sagen, ne? Und dürfen sie einen Null eintragen auf der Scorecard, ne? Eine satte Null auf der Scorecard, das schmeckt auch nicht. Ah, boah, hör mal, hier geht der Puls direkt 20 runter. Ja, ne, ordentlich vorgelegt. Ja, ich würde sagen, direkt zu Bahn 2 gehen wir rüber. Und mit den nächsten Kandidaten starten wir dort die drei Schläge. Wir haben dort Varion, beziehungsweise Flo, den Leon und Jodie an Bahn 2. Die startet dort hinten in der Ecke. Ja, wir bleiben einfach mal hier stehen. Ja, ich glaube, wir bleiben hier stehen, ja. Wir gucken uns das an, wie der Ball hier rüber fliegt. Ich gucke wieder die Startposition. Eine Fußlänge von der Kante. Eine Fußlänge? Ja, so ein bisschen, genau. Von hier, ne? Aber der Flo hat natürlich einen leichten Vorteil. Der ist sehr groß und hat einen großen Fuß. Ja, was denkt das denn? Kannst du jetzt unser Team beginnen? Ach so, Entschuldigung. Ja, das ist absolut richtig. Ach, du Scheiße. Das ist ein Nachteil jetzt für uns, aber ich bin mal... Das ist absolut richtig. Und so, Bahn... Also es wird immer so gespielt. Kurzer Regeleinwurf dazu. Es wird immer so gespielt, wie das Team, die auf der vorherigen Bahn am besten gepunktet haben, also am wenigsten Schläge gebraucht haben, werden die nächste Bahn beginnen. Das heißt, Jodie darf jetzt starten. Es gibt hier aber auch noch eine Playline. Und diese Playline ist durch den Minecart durch. Das heißt, du könntest theoretisch dran vorbei, beziehungsweise du könntest aber auch hier hinten gegen den Stein und dann abprallen lassen. Das ist auch nicht erlaubt. Denn eine Playline ist unter anderem gegen den Stein und dann rein. Ah. Das heißt, nicht zu fest zu schlagen. Sobald der Stein hinten berührt wird, gibt es einen Strafschlag. Jetzt nochmal zum Wrap-up. Die offizielle Playline ist quasi jetzt unterm Kart durch. Genau. Ins Loch, nicht an den Stein. Genau. Wenn du hier daneben landest, ist halt nicht schlimm, aber sonst alles soweit. Und Jodie kann gerne beginnen. Okay. Also muss jetzt hier sogar... Der Schlag natürlich umso mehr... Ey, wir haben es ein bisschen verschärft, damit es auch schwieriger wird für solche Golf-Profis wie Jodie. Sehr gut aus! Und ich glaube, da wurde hinten der Stein berührt. Das war doppelschlecht. Das war... Und was mache ich denn jetzt vor allem? Also ich weiß nicht, ob ich den Stein berühren habe. Sehen muss ich ganz ehrlich sagen. Also umfährst du denn? Ich habe es gehört. Ich habe es tatsächlich. Ah, ja, 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 ja. Ich habe es sogar was abgefallen vom Stein. Guck mal, brandneu dieser Stein. Und jetzt schon direkt kaputt gemacht. Aber es ist schon öfters passiert. Aber was mache ich denn jetzt mit meinem Wald? Ein Schlägerabstand darfst du ihn von der Wand weglegen. Ja, toll. Das ist ja super. Ja, du, das ist halt Mini-Golf, ne? Das sieht gut aus. Ich hätte es nicht anders gemacht, ehrlich. Aber schicke Schuhe. Oh mein Gott, das gibt es doch nicht. Das waren drei beziehungsweise vier wegen dem Strafschlag. Aber Jodie nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist eine anspruchsvolle Bahn. Das sieht jetzt erstmal vielleicht für den Zusehen ein bisschen einfach aus. Aber glaubt mir, es ist es nicht. Vor allen Dingen mit der Steigung, das wirklich so zu dosieren, den Stein dahinten nicht zu berühren. Ja, das war wirklich schwierig. Und ich glaube, diese Golfbälle sind auch noch mal etwas schneller als Mini-Golfbälle, weil die sind ja härter und die prallen ja direkt vom Schläger ab. Und man hat ja gesehen, wie viel Speed der hatte hier auf dem Grün. Ultraschnell. Also da muss man wirklich Fingerspitzengefühl haben. Und wir gucken mal, wie das bei Leon jetzt so weitergeht. Von Team Grün. Passt das so von der Linie? Übrigens, es gibt einen Strafpunkt, wenn du einen Teammitglied aus der Crew triffst. Nur um hier keine Ambitionen zu motivieren. Sehr gut. Okay, ready when you are. 34 Grad. Oh, Leon hat dort direkt den Minecart getroffen. Und der Ball ist raus. Das bedeutet, wieder auf Anfang. Genau. Und ein Schlag ist durch. Ja, der erste Schlag ist leider daneben gegangen. Du kannst gerne noch ein bisschen weiter nach vorne mit der Kante. Genau, so sieht es aus. Ja, das ist gut. Ui, hinten gegengeflippt, aber fast direkt rein. Das heißt, zweiter Schlag plus den Strafschlag, genau. Und... Nein! Nein! Und wieder von vorne. Und da haben wir so einen typischen Fehler gesehen. Da war es ein bisschen zu hastig mit dem letzten Schlag. Muss ich da rausschlagen jetzt? Der dritte Schlag, wenn ich das richtig habe, unser Supervisor Jules, kann das gerne nochmal bestätigen. Er müsste jetzt an den Anfang zurück. An den Anfang? Ja. Ja. Wer nämlich im Bunker landet, der hat komplett verloren. Emotional damage. Und muss an den... So wie im echten Leben auch, also. An den Anfang. Ehrlich, wenn du im Sandbunker landest, das ist echt Schmerzen. Also im Super Mario-Dings, das geht, aber... Bei wie viel Schlägen bin ich jetzt gerade? Bitte? Bei wie viel bin ich jetzt gerade? Warte, du hast einen rausgespielt. Dann hast du einen gespielt, der an den Stein gekommen ist. Der hat dich zwei gekostet. Drei. Dann bist du im Bunker gelandet. Das war Nummero vier. Und jetzt ist Schlag Nummero fünf. Also eigentlich vier, aber der Strafschlag. Wieder plus eins. Nee, nee, du kriegst immer nur einen Straf. Ah, okay. Also wenn du wieder anstiegst, dann gebe ich den. Ja, ja, der kriegt dann nur einen Straf. Oh! Aber ganz knapp wieder vom Bunker. Ehrlich, der ist über die Kante durchgerollt. Finde ich immer Gneten im Spiel. Ist das magnetisch? Nee, eigentlich nicht. Wir wollen es ja nicht schlimmer machen, als es eh schon ist. Guck mal. Ja, komm, also. Auch okay. Hast du jetzt mitgezählt? Das müssten jetzt sechs gewesen sein, richtig? Er war hinten sieben, oder? Weil nochmal ein zweites Strafschlag. Sechs Schläge plus den Strafschlag, also sieben, richtig. Scheiße. Weil nochmal Strafschlag gibt es nicht. Nee, nochmal Strafschlag, das wird es jetzt auch irgendwie unfair machen für die Leute. Sechs Punkte, fünf Schläge und ein Okay. Sehr gut. Wir werden hier von der Seitenlinie noch einmal korrigiert. Wir haben unsere Raps überall. Uns können keine Fehler passieren. Das heißt, sechs wird Team Grün dort eingetragen. Okay, oder? Aber nee, wir wollen es ja nicht noch schlimmer machen, als es eh schon ist. Genau. Das ist, glaube ich, schon schwer genug. Aber Flo. In der Tat. So, Flo. Flo geht an den Start. Konzentrier dich. Volle Konzentration. Da gibt es auch keine Gedanken mehr. Aber dafür sind wir ja da. Hat er bei mir gelernt. Der darf dort bleiben. Den darfst du da liegen lassen. Und das war jetzt nur dein erster normaler Schlag. Kein Strafschlag oder ähnliches. Hast du ja nicht abgekürzt. Aber ziemlich viel Schmackes. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber seine Haltung, würde ich sagen, geht schon in die richtige Richtung. Sieht schon ganz solide aus. Ja, guck mal. Da liegt er ja. Awesome. Okay, da liegt er wirklich. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt selber so eine Regelfrage. Ist das jetzt so wie beim Billard? Jetzt holst du da so eine Verlängerung und musst von hinten dann irgendwie. Tatsächlich ist es so, dass wenn es nicht anders im Spielplan quasi festgelegt ist, dass du stehende Hindernisse so bespielen musst, wie der Ball da landet. Also ich muss jetzt so spielen. Du musst eigentlich. Stand nicht in den Regeln, dass es jetzt drin ist eigentlich. Das Regelwerk ist vermerkt, dass wenn der Ball unterm Kart landet, man ihn eine Schläge in Breite nach vorne legen darf. Es sei, dass es da drin ist. Also das steht in meinen Regeln nicht drin. Ja, ich finde das nämlich sehr charmant, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Supervisor hat gerade gesagt, okay, so wird gespielt. Ja. Ja, und dann wie so ein Kö oder was. Aber ich glaube, der ist nicht lang genug. Also der. Meinst du? Also ich weiß auf jeden Fall, warum das Adventure-Mini-Golf heißt. Ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen. Ein Bild für die Götter. Ich liebe alles daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nur göttlich. Also das eigentlich die Schläger-Seiten. Oh nein! Oh, das kann doch nicht wahr sein. So knapp. Oh, aber gar nicht mal so schlecht. Flo, bist du so beim Billard unterwegs? Jetzt ja. Das war echt gut. Das sah professionell aus. Das nächste Imitation im Snooker Cup, genau. Oh nein! Oh nein! Oh, das passiert mir auch immer, Flo. Mach dir nichts drauf. Super! Wow, stark! Fünf, wenn ich richtig mitgezählt habe. Performance, perfekt. Aber kein Strafschlag. Das heißt, das war einer der unterhaltsamsten Schläge bisher. Auf jeden Fall, das kann man so unterschreiben. Die vulnerativste Herangehensweise zur Problemlösung. Es war kreativ. Ja, absolut. Ich habe ja am Anfang gesagt, Flo wird wahrscheinlich unterhaltsamste Leistung hier heute schlinkt. Das hat er direkt gezeigt, wie es geht. Wir bauen gerade kurz um die Kameras, um weiter zur Bahn 3 zu gehen. So sieht es nämlich aus. Bahn 3 gehen wir ja schon mal in die Richtung. Da können wir ja mal auf die Karte gemeinsam gucken, vielleicht, um uns das Loch nochmal anzuschauen. Wir können das vielleicht auch direkt in den Stream halten. Oh, guck mal, es wird sogar eingeblendet. Was haben wir denn alles Verrücktes? Wo sind wir denn stecken geblieben? Ja, wahrscheinlich. 2016 oder so. Da, wo es auch kein DSL gab, ISDN oder so. Weiß ich nicht. Mega! Hier haben wir ein weiteres Minecart. Was aber nicht als Behinderung. Naja, wer weiß. Also vielleicht will man es ja anspielen. Aber der richtige Weg geht eigentlich links außenrum. Da haben wir eine Wall, wo man dran entlang gleiten kann. Aber, das haben mir schon einige gesagt, links daneben ist direkt das Aus. Und die Wand zu bespielen birgt natürlich die Tücke, dass man direkt rausfliegt. Weil die Bälle sind sehr schnell, haben wir gerade schon gesehen. Und sie springen sehr gerne. Genau, weil wir spielen hier mit richtigen Golfbällen und eben nicht mit Mini-Golfbällen. Die Mini-Golfbälle sind in der Regel aus einem Hartplastik und sind nicht so bouncy. Und hier mit den, wie du schon sagtest, mit den Original-Golfbällen haben wir natürlich auch die Schwierigkeit, dass Einfallswinkel halt auch wirklich Ausfallswinkel ist. Und je mehr Energie du da reingibst, desto mehr Energie kommt dann nach Ausprall an der harten Fläche halt auch wieder raus. Und am Ende dieses Ausprallswinkels wartet noch ein Bunker auf uns. Das heißt, wenn ich einen supergeilen Schlag in der Rundung da durchballer und er hat dann aber nicht den richtigen Ausgangswinkel, dann landet er nicht im Loch, sondern man fängt von vorne an. Ja. Oder aber hinten bei einer Schippe und einer Spitzhacke kann es auch landen. Oder du tust du in die Kamera. Und nimm fast Dynamit. Ja, fast Dynamit. Ja, das wollen wir heute vielleicht nicht treffen. Ich glaube, wir haben die Kameras umgebaut und wir legen auf Bahn 2 natürlich dann los mit dem nächsten Kontrahenten. Das ist einmal Paul, Bram und die liebe Sonja. Aber anfangen darf dann natürlich die Sonja. Super. Dann sind wir mal gespannt. Dein erstes... Sieht auf den ersten Blick halt einfach aus. Aber so wie jede Mini-Golf-Pan hat sie natürlich auch ihre Typen. Ja. Also da muss jetzt... Die Sonja ist halt noch kalt. Sie ist noch nicht warm gelaufen. Aber sie macht gut aerobik. Ich wollte gerade sagen. Sieht auf jeden Fall locker aus. Sehr gut. Ist das beim Golfen eigentlich eher so, du musst angespannt sein oder locker? Also ich mache immer die Ente vorher. Ich watsche immer so auf der Stelle. Das ist fürchterlich. Oh, da ist genau das passiert, was wir befürchtet haben. Du hast es eben noch angesprochen. Du musst mit der Wucht ein bisschen aufpassen, weil hinterm Loch wartet direkt das Aus. Ja, zum Glück nicht das Dynamit getroffen, aber die Hallenwand, ich weiß nicht, das ist Glas. Ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet Back-to. Ach, zwei Schläge ist auch nicht schlimm. Zwei Schläge sind auch nicht schlimm. Ja, die anderen Teilnehmer sind natürlich so fair und motivieren sie. Dafür hat sie ihr Team. Großartig. Danke. Sonja hat jetzt ein bisschen Pace rausgenommen und wird belohnt. Aber hat sich eine schöne Linie zum Loch gelegt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das jetzt einfach solide runterspielen, Sonja. Oh, fast. Es ist schlappig, es ist schlappig, es ist schlappig, es ist schlappig, es ist schlappig. Okay, aber... Ja, mega. Das war doch in vier. Das war richtig gut. Ja, stimmt, jetzt seid ihr ein Team. Hey! Hey! Das sieht ja gar nicht gut aus bei dir. Nachdem ich so großspurig war, jetzt geht's los. Bist du dir sicher in dem Winkel? Ja. Ui! Nein, 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 nein! Gut vorgelegt, schön am Bunker vorbeigezirkelt. Ich hab gar nicht ans Ende gedacht. Alles natürlich definitiv geplant und absichtlich. Und das! Du machst ja in der Golfhose alle Ehre. Das muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Da soll man sagen, Kleider macht Leute. Auf jeden Fall. Vielleicht auch Golfer. Also ganz ehrlich, das war ja immer meine Devise. Ich bin halt nicht so gut, aber ich hab immer versucht gut auszusehen auf dem Golfplatz. Ich seh so aus, wenn ich dazugehören würde. Genau, genau, genau. So war Mittelfeld. Das hat auf jeden Fall der Paul gerade bewiesen. Und es hat auch funktioniert. Und hat jetzt sein Team PVP etwas weiter nach vorne katapultieren können. So sieht's aus. Zwei Schläge nur, ne? Das war schon stark. Das ist wirklich ordentlich. Aber Bram, mit seiner puren Männlichkeit wird uns jetzt beweisen, wie man das Hole in One macht. Unser Golf-It-Meister anstellt. So. Okay. Ich weiß, ich bin eigentlich immer für dich, aber heute… Schön schulterweit stehend. Oh, aber mit der Stellung, ne. Einmal kurz die Linien noch zurechtgelegt. Oh, das war aber mit sehr viel Gefühl. Der war auch gut, ja. Was ich halt sehr faszinierend finde, ist, du guckst dahin, wo der Ball hin soll und nicht mal auf deinen Ball und der Ball geht aber wirklich dahin. Der Ball geht dahin, wo ich hingucke. Das ist faszinierend. Ich befehle es ihm einfach. Das ist sehr faszinierend. Also es scheint bisher zu funktionieren. Tatsächlich, beim Tennis guckst du ja auch nicht auf den Ball so. Sondern du guckst ja dahin, wo du schlägst. Und da dachte ich mir, das macht dann vielleicht auch Sinn beim Minigolf. Also ich meine, wer gewinnt hat recht, ne? Deswegen. Ja, okay. Soweit sind wir noch nicht, ja? Ja, wir gucken mal. Bram revolutioniert hier den Minigolf-Sport mit einer neuen Bramschen Technik. Ne, der ist schwer. Der geht hinten raus. Schade. Ein zweiter Schlag. Und... Also wirklich, wirklich gut angespielt, den Ball. Ein großes Saunen geht durch den Saal. Oh Gott, ey. Auf so einer Schrägen stehen ist schwierig, ne? Ja. Fram, wie breit kannst du? Ah, tut mir leid. Wir haben Lüdi gespielt. Oh, das war die drei Schläge. Der Weiche hat es am Hang zu schlagen und der dritte Schlag hat es besiegelt. Ey Peter, dafür darfst du jetzt wieder anfangen. Somit ist Bahn 3 nun auch offiziell bezwungen an dieser Stelle, ne? Ja. Ja. Es geht immer danach, wer die letzte Bahn als erstes abgeschlossen hat. Gibt's einen kleinen Check-in mit Jay tatsächlich? Ja. Und dann gucken wir mal, ob es schon irgendwelche lustigen Clips gibt. Ich war der Beste. Wir machen alle vier Bahnen, werden wir einmal die Highlights uns anschauen beim lieben Jonathan, ein bisschen Feedback sammeln und umbauen in der Zeit. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Bahn 4, wo jetzt auch spielen wird, das wissen die Teilnehmer wahrscheinlich fast besser als wir, Peter, Freddy und Chris. Mhm. Das heißt hier, hohe Besetzung. Und ich muss jetzt wieder anfangen, oder was? An Loch Nummer vier. Natürlich musst du jetzt anfangen, weil ihr habt gerade einen richtig guten Schlag gehabt. Ja. Mit zwei Punkten habt ihr da vorgelegt. Das bedeutet, ihr wart gut, Peter. Das ist nicht schlecht. Ja, aber jetzt muss ich wieder anfangen. Das ist ja mega kacke. Nein, das ist immer das Team, was gerade… Was passiert ihr eigentlich? Das dient nicht zur Ablenkung des Feindes. Was passiert ihr eigentlich? Wie kann man das einmal unserer Zuschauerschaft zeigen, bitte? Nicht ich, sondern da. Noch ein weiter. Der Kameramann sieht das natürlich nicht. Ja, der fokussiert sich ja auch auf seine Arbeit. Was passiert hier? Ey. Das ist voll das schwere Loch. Alter. Peter. Kannst du nächstes Mal ein bisschen schlechter sein? Ich wollte gerade sagen, du kannst dich bei deinen Teamkameraden beschweren. Nach der Gesamtwertung sind wir am schlechtesten und ich muss trotzdem anfangen. Ja, weil ihr das letzte Loch als bestes bestellt habt. Ja, aber was ist denn für eine Regel? Dann spiel doch einfach schlecht, dann müsst ihr nicht mehr anfangen. Doch. Der hat ja nur mit Paul dann zu tun, ob der schlecht spielt oder nicht. Der spielt schlecht. Ach so. Kannst du ihn natürlich darüber beschweren, dass du einen guten Teammate in deinem Team hast. Ja, hab ich gerade gemacht. Was ist denn mit der Playline eigentlich? Hier gibt es keine Playline. Es gibt Löcher, auf denen es keine Playline gibt. Das sind die meisten. Hier auf dieser Bahn müsst ihr einfach nur ins Loch kommen. Okay. Okay, dann schlag ich mal. Das Stein. Oh! Oh, da ist noch alles drin. Der war nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, das ist so ein Kandidat für Part 2, sag ich mal. Wie heißt das, wenn man in einem Film, wenn jemand schlecht als Böser startet, aber dann den Turn macht und doch gut wird? Rebirth ist das. Rebirth? Ja, Rebirth. Okay. Was? Das hast du gar nicht gesagt. Nee, Rebirth ist irgendwie... Wir haben Rebirth gesagt. Rebirth? Bitte? Ja. Okay, jetzt muss ich den nur noch reinmachen. Da ist auch einer davon. Pass auf, was dir passiert im Laufe des Tages. Großartig. So, der zweite Schlag von Peter hier an Bahn Nummer 4. Und? Ja! Das ist ein ganz nieder! 40 Zentimeter. Ich weiß jetzt nicht, ob es ihm was gebracht hätte, wenn er als zweites oder drittes angefangen hätte. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Mach mal Platz. Die Wut, die gerade aus ihm gesprochen hat, hat ihn wahrscheinlich motiviert, hier auch abzuliefern. Auf jeden Fall. Das ist auf der Driving Range immer einer meiner größten Motivatoren. Wut? Ja. Freddy, bist du wütend? Nachdem du Eier mit Soße letztens essen musstest. Nee, ich hab's ja besser gemacht. Oh. Oh. Warte mal, haben wir das drauf gehabt? Nein. Weiß ich nicht. Haben wir das gerade drauf gehabt, diesen epischen Move von euch beiden? Den kriegt ihr heute noch ein paar Mal. Okay, den kriegen wir noch ein paar Mal. Wir wollen euch hier natürlich nicht vorenthalten. So. Dann ready when you are ready. Du darfst gerne starten. Freigegeben? Ja, ist freigegeben. Es gibt keine vorgeschriebene Linie, die du schlagen musst. Kommen wir mal in unseren Handschlag. Die sind sich einig im Team. Ich stehe hier, glaube ich, ziemlich blöd. Ich wollte gerade sagen, also so wie er gerade ausholt. Oh, aber mit Gefühl. Ja, Baby. Oh, aber auch schön vorgelegt. Also das. Als ich das gerade gesehen habe, war das halt noch nicht so weit vorne, ne, Christian? Diese Statue. Das ist wirklich, das ist ja kein Plastik, das ist wirklich Stein. Ja, ja. Ich hab's kurz hochgehoben und ein bisschen nach vorne. Ich hab's schon wieder gesehen auf Kamera, dass du den gedrückt hast nach vorne, ne? Christian hat ja auch keinen Rücken, von daher easy. Also das hochzuheben möchte ich von irgendjemand hier sehen. Okay. Hi, ne? Kennen wir uns? Hi. Achso. Ich stehe doof irgendwie. Du kommst noch ein bisschen näher dran. Großartig. So. Oh! Oh! Guck mal, jetzt ist Peter der lauteste gerade hier. So, das waren drei Schläge für Team Grün. Immer Team. Einschlag mehr. Ja, ist okay. Und der Spirit bei Team Grün ist auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Klar. Klar. Die Rivalry des lieben Teams, wollte ich hier grad sagen. So viele Sprachen auf einmal. Boah, jetzt aber schwierig. Fragen sich auch neben den Bahnen aus. Chris macht es unbedingt bereit für seinen nächsten Abschlag. Wenn du möchtest, wäre die Bahn frei gegeben für dich. Darf ich schon. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, das wurde ja gerade so nebenbei reingemacht. Ja. Das waren drei Schläge gerade, ne? Ja, genau. So ungefähr. Wisst ihr, ist schon klar, dass der Platztreife abgenommen wird, wenn er das nicht klappt wird? Äh, ja. Das wird schon, das wird schon. Ja. Der Schläge. Platztreife einmal. Christian hat schon Platz. Ja. Oh! Auch ein scharfer Kandidat. Der war gar nicht mal so weit entfernt vom Loch. Also Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, bis hierhin läuft es ganz gut. Ja, das Problem ist das Ding, da habe ich schon sehr oft gegenhauen. Die Kurzen sind die schwierigsten. Also konzentrier dich. Ja. Wirklich, Jinxen. Wirklich schwierigsten. Ich habe da eine Frage. Sonst heißt nachher, ich bin biased. Wenn du den Ball einfach hochnehmen kannst und sagst plus eins. Äh, ja, aber auch nur, wenn ich von beiden Teams, also ich könnte dich jetzt fragen, glaubst du, ich schaffe den nächsten, dann kannst du jetzt sagen, musst du nicht machen? Ja. Ich glaub dir das. Seht ihr das? Ich würde schon sehen, dass du den schlägst, siehst du? Soweit einer sagt, musst du schlagen, musst du schlagen. Das ist jetzt wirklich der Gute hier, ne? Ja, das ist voll fies. Kannst du mich nicht zuerst machen? Ja, das ist tatsächlich so, dass wir nicht die Flight Buddies alle einig sind, das zu sagen, ist geschenkt. Ja, aber guck mal, Bram hätte ja gar nicht sagen dürfen, wenn ich das richtig sehe. Ja, klar. Aber der Sturmi hätte da schon das Okay geben müssen. Super. Schön mitgefüllt. Aber ganz easy. Christian macht das. Achso, ich weiß nicht mehr, was geht. Auch in zwei. Ich bin zufrieden. Ja, das ist doch eine ganz gute Bilanz bis hierhin. Ja, das war die ersten vier Bahnen. Wir haben alles Mögliche gesehen. Wir haben schon einen direkten Hole in One gesehen. Wir haben mehrere Versuche Schlag gesehen. Wir haben sehr kreative Schlagausführungen miterleben dürfen. Das stimmt. Das habt ihr hoffentlich alles geklippt für den lieben Jonathan, wo wir jetzt einmal rüberschalten werden und ihr euch das Ganze nochmal gönnt, falls ihr es verpasst habt oder nochmal in Slow Motion euch anschauen wollt. Jonathan, let's go. Hi. Schön, dass ihr auch noch hier seid. Ja, ihr habt hoffentlich sehr, sehr viel Spaß zu Hause vor den Fernsehern, PC-Monitoren oder den Handys, wie auch immer es zu Hause bei euch ist. Ja, es ist alles sehr, sehr schön. Ich habe hier sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch schon einige Clips von euch zugesendet bekommen. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Die schauen wir uns auch gleich direkt an. Aktuell ist der Zwischenstand, wenn ich das richtig sehe, Team Chris mit 11 Punkten, führend vor Team Brammen mit 14 und Team Peter mit 16 Punkten. Das heißt, das sieht eigentlich noch alles ganz cool aus. Christian hat bislang das einzige Hole in Run geschafft. Da kriegt er auch wunderschöne Sternchen. Ist das schön. Guck mal. Meine Hände sieht man noch. Wunderschön. Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aktuell führen quasi Paul und Christian in der Einzelspielerwertung. Das liegt aber auch nur daran, dass Paul bislang ja auch erst einmal geschlagen hat. Christian, du warst sehr, 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 sehr gut. Das war ja richtig. Also was sagst du so? Erste Hole in Run? Wenn du hier schon direkt bist, dann schnappe ich dich. Alter, ich habe wirklich vom ersten Schlag, ich habe wirklich gemerkt, wie Puls kommt. Also deswegen auch wirklich Respekt an Peter. Der hat es echt ein bisschen versaut, klar. Aber den ersten Schlag des Abends zu machen, ist, glaube ich, irre schwer. Hast du Bock, mit mir kurz die Highlights zu analysieren? Ja, sehr gerne. Alles klar, pass auf. Wir haben hier so wunderschöne Highlights. Die haben wir zusammen gesammelt. Zum Beispiel habe ich hier diesen Clip. Der ist noch vor dem Golfschlagen rausgekommen. So. Dann ist das jetzt groß. Zack. Da sehen wir jetzt Melli und Sepp. Und was fällt dir hier auf? Alter, Oma, Oma. Der Alte war Feder am Start. Das muss auf jeden Fall genommen werden. Das ist ein sehr, sehr lustiger Clip hier an der Stelle. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einreichen. Da stand noch von wem? An dem Moment, das sind die Subs. Ja, das sind die Subs. Danke für die Subs, Leute. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier wunderschön den allerersten Golfschlag unseres Turniers. Angeführt von Peter. Oh mein Gott. Das ist der Pederschlag. Ich bin so froh, dass ich das nicht machen musste. Peter war sehr aufgeregt, glaube ich. Ja. Ich will gar nicht wissen, was er seine Fitbit angezeigt hat. Vor allem, weil er vorher noch so meinte, das ist der erste Schlag des Abends vom P-Suite Invitational, wo ich mir dachte, warum? Ja, schauen wir uns das mal an. Oh, was haben wir schon für ein Gate? Was? Da stand noch... Den hat er schön gegen den Fels geschallert. Ja, der will auch mal zu seiner Family. Ist direkt rausgeflogen, der Ball. Ja, schade, schade Schokolade. So, das ist auch noch ein wunderschönes Ding. Jetzt kommen wir zu deinem Schlag, Christian, direkt. Viel zu leise. Ich glaube, der hört den Sound gar nicht an von den Clips, oder? Achso, die Sounds werden nicht eingespielt. Genau, damit ich hier nicht quasi doppelt und dreifach drüber rede. Achso. Stimmt, da bist du ja auch drauf, klar. Da ist ja im Hintergrund das Blabber von den anderen. Nur, ich analysiere hier fachgerecht die ganzen tollen Schläge. Da muss ich meine Maus finden. Und zack. Das ist dein Schlag, Christian. Wie schlägst man? Also, was sind so die Tricks davon? Es gibt keine Tricks. Die Tricks. Also, irgendwie fragst du so, bist du denn angespannt? Also, normalerweise sollst du so locker wie möglich sein. Und eigentlich, beim Golf heißt es immer so lange wie möglich, Augen auf den Ball lassen. Also, auch wenn du mit dem Schläger gegen den Ball hausguckst, gucken die meisten direkt hinterher. Aber dann kann es sein, dass du halt verreist. Ich bin halt kein Profi. Also, jeder Golf-Lehrer wird mir widersprechen. Also, schauen wir uns mal an, wie Profi du denn warst. Ja. Also, ich sag mal so. Es geht auch sehr schnell. Da muss man ja sagen. Solty Sven hat auch da eingeloggt. Vielen Dank für die ganzen Subs und Donations, die alle reinkommen. Echt vielen, vielen Dank dafür. Aber Christian hier, zack, direkt. Der war auch gut gerade geschlagen. Das war ganz schön stark von dir, möchte ich dir an der Stelle sagen. Der sorgt gut aus. Also, das war ja instant. Holen, guck dir mal, mit Glitzer, mit Glitzer und allem. Wir haben da nicht mal zu verholen. Okay, geil richtig. Du musst jetzt direkt noch eins machen. Ganz klar. Das Problem ist hier, ich habe eigentlich gerade, ich habe noch eine Frage. Du hast eine Frage. Was ist denn deine Frage? Vielleicht kann ich dir sogar bei anderen. Wie, du kannst mir die Frage nicht stellen. Nee, geht nicht. Die muss ich Johanna stellen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Dann haben wir hier noch unseren Profi-Varion, beziehungsweise Flo. Ich wusste tatsächlich, dass ich ihn irritieren kann. Kannst du mal einen Witz erzählen? Weil ich glaube, das hasst er. Das tut mir im Nachhinein sehr leid. Wirklich. Das war echt assig. Das werde ich in Zukunft sein lassen. Das war ganz, ganz wild. Aber er hat auf jeden Fall am meisten Einsatz gehabt. Das war ganz, ganz wild auf jeden Fall. Also ich musste so lachen, als ich da gerade rübergeguckt habe. Ich habe irgendwie für den Schloss da reingeht. Ja, das wäre so schön gewesen, wenn er das reingemacht hätte. Wir haben den ganzen Körper dabei. Er hat das grün gecheckt, ne? Auf jeden Fall. Dann musst du das ja da machen. Dann machen wir das. Einmal schön hier. Ja, das war schade. Und... Hat er vorher aber nicht die Kreide drauf gemacht, ne? Das ist ja wichtig beim Minigolf-Billiard. Bisschen zu fest. Vielleicht sagen wir das auch nochmal. Es gibt ja Fußballgolf oder so ein Kram. Vielleicht gibt es auch... Auch schön. Habe ich mal gespielt tatsächlich. War sehr, sehr cool. So. Und dann haben wir noch, dachte ich mir hier, Paul. Ja, der ist auch noch ganz schick dabei. Das stimmt. Eine Sache, bevor ich dich kurz verlassen muss. Ja. Wie ist denn der Zwischenstand? Der Zwischenstand... Ihr führt gerade mit 11 Punkten vor Team Brammen mit 14 Punkten vor Team Peter mit 16 Punkten. Das ist gut. Ja. Ist noch alles drin. Für jeden. Du führst aktuell die Rangliste mit Paul an. Aber die habt ihr auch noch? Ja, die hab ich. Ich bin hier der quasi... Ich bin der Leo Lackner des Fils mit Invitation. Oh! Aber hat Paul... Paul hat keinen Hole in Run, der muss noch schlagen. Du hast ja schon zweimal geschlagen. Oh! Das heißt, du hast ja für deinen Hole in Run, wird dir gar kein Punkt berechnet. Das heißt, du hattest nach deinem ersten Schlag null Punkte bislang. Der Hole in Run wird nicht berechnet. Das heißt, du bleibst bei null Punkten. Klingt gut. Ja. So, Chat, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß. Ich muss euch kurz verlassen. Bis gleich. Tschüss. Tschüss, Chris. Tschüss, Chris. So, und dann, wie gesagt, hatte ich noch hier wunderschön jetzt noch einmal kurz den... Warte. Hallo, Sepp. Hallo. Ich habe hier noch, guckt ihr mal diese wunderschönen... Hat der sich die Beine rasiert? Nee, das habe ich live vor Ort gesehen. Die sehen aber rasiert aus. Nee, hat er aber nicht. Nee, die sind genauso haarig wie meine Beine. Die hat er sich safe rasiert. Die hat er sich safe rasiert mit Manscaped, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also... Alle mit dem Nasenhaartrimmer. Mit dem Nasenhaartrimmer. Alle. Einzelnen. Wunderschön. Aber er ist schnell eingeloggt und in zwei... Auch wenn man vielleicht aussieht wie etwas clownig, aber er hat delivered. Das ist schon sehr... Ja, auf jeden Fall. Sehr stark gewesen. Hätte ich gar nicht gedacht. Oh, möchtest du mich... Oh, das ist ähm... Kam das von Frau Eieruhr oder kam das von irgendjemand anders? Wurde das aufgetragen, das zu machen? Dir wurde das aufgetragen, das ist aber schön. Ach so, du solltest... Ich kann mich hier wunderbar kleiden. Ich bin... Ich bin der Meister. Was? Die gibt's im Shop, die Polos? Die gibt's im Shop. Wie? Bei Evolve? Guckt euch Martin an. Also das wäre... Piezmeet.de slash... Ich trage gerade XL, liebe Leute. Wenn ihr das sehen wollt. So. Sepp, was trägst du? Ich trage L. Du trägst L. Ne, M. 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 Sehr schön. Das ist gut. Ich glaube, wir sollten Models werden. Wir sind Models. Wir sind doch schon längst Models. Ja. Ich würde sagen, wir sind durch mit den Highlights an der Stelle. Und ich... Du bist jetzt hier. Warum bist du denn hier, Sebastian? Ich bin hier, weil wir ein bisschen über Genshin, unseren Partner, reden wollen. Warte. So. Wo ist er? Da. Da ist Genshin. Genshin Impact. Hat hier auch heute mal wieder uns supportet und ermöglicht uns, dass wir das Event so cool aufziehen können. Falls ihr Genshin Impact noch nicht kennt, es ist ein Open-World-Spiel mit ganz vielen Rätseln. Man kann dort verschiedene Helden spielen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Helden es jetzt gibt. Was ist dein Lieblingsheld? Mein Lieblingsheld ist... Oder Heldin. Boah, das ist schwer. Ningguang finde ich sehr nice. Der Leguan. Ja, das wurde gesagt. Der Leguan. Nee, Ningguang. Der... Der... Ich hab verstanden. Der Leguan. Der Leguan. Der... Darluk. Der heißt so ein bisschen wie Darlukat. Darlukat? Der sieht auch ein bisschen so aus wie Darluk. Ah! Ja, schön. Guck mal. Wann kriegst du deinen ersten eigenen Helden dann in Genshin Impact? Ich glaube, ich bin Venti schon so. Du bist Venti. Ich bin Venti, weil der ist so klein und schmächtig und der kann so mit Luft und so richtig... Aber der ist mega OP. Der ist mega OP. Dann ist das natürlich das Wichtigste. Wenn der OP ist, dann ist das wichtig. Ja, das ist wichtig. Ja. Und super selten. So wie ich. Ja, wenn ihr mal in Genshin reinschauen wollt, könnt ihr das machen. Im Chat rattert wahrscheinlich auch schon der Link dazu durch. Es gibt neue Inhalte, es gibt eine neue Welt, kam jetzt gerade ganz frisch ein riesen Content-Update raus. Und wenn ihr euch täglich einloggt, bekommt ihr auch geile Belohnungen, sodass ihr fette Skins ziehen könnt und Helden ziehen könnt, falls ihr so für den Start ein bisschen was haben wollt. Ja, einfach mal draufklicken und abchecken. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und ja, die machen, dass wir heute hier so geil beisammen sind. Das ist wunderschön. Ja. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, sehr viel Spaß. Das mit dem Ton entschuldigen wir uns an der Stelle. Das wird schon. Das kann passieren. Ja. Wir kommen sofort zum Genshin-Trailer. Denn Genshin kann man nicht nur auf dem PC spielen. Auf der Playstation 4, auf der Playstation 5. Sondern auch im Handy. Egal. IOS oder Android. Ich spiele überall. Sogar auf dem PC. Du spielst parallel einfach. Du hast zwei Accounts und zockst gleichzeitig mit dem Handy und dann... Nee, du kannst ja schon verbinden, dass du den gleichen Account spielst. Aber du kannst dann deine Dailies... Aber du kannst ja auch zwei Accounts machen, oder nicht? Ja, kannst aber auch immer. Ja, übelstresslich. Ja, okay. Aber deine Dailies hole ich mir dann immer am Handy ab. Weil ich dann ja so einfach mich einlogge eben und zack, zack, mir die Daily-Sachen zocke und dann die Belohnung dafür habe und so. Gibt's halt auch auf dem Android und IOS. Also, mal abchecken, falls ihr da eine Plattform habt. Schaut mal rein. Ja, und dazu haben wir jetzt noch einen kleinen Trailer. Den blenden wir jetzt mal ein und dann geht's weiter mit Bahn Nr. 5. Gönnt euch. Und dann geht es wieder hier in Lich. Da sind wir dann gleiche. Kiosen. Och das hat. Только die Ein �ühla S iht. Hi. Ich bin gerade noch alleine. Sebastian ist schon wieder rübergegangen zu Bahn 5. Wir haben für euch noch wunderschöne Goodie-Bags von Genshin Impact, die ihr jetzt gewinnen könnt, indem ihr den Hashtag Genshin in den Chat reinballert, bis es nicht mehr geht. Und dann werden wir die quasi dann an euch verlosen. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und Genshin könnt ihr übrigens auch hier auf diesem wunderschönen Laptop spielen, den ihr auch in Zukunft vielleicht hier noch gewinnen könnt, aber dazu gleich mehr. Und natürlich auch noch unsere wunderbare App Watch Buddy. Könnt ihr euch auf iOS und Android gerne saugen. Und ansonsten gehen wir jetzt weiter an Bahn 5 und dann geht's los. Let's go. Du kriegst dann dafür einen... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Guck an, hallo. Ein Screen. Nö. Ja, fast. Und wir sind angekommen an Bahn 5. Ja, so sieht's aus. Ich hab mir ein Jäckchen angezogen, weil wir sind ja hier faktisch draußen. Und ich bin ein bisschen... Ich bin ne Frierhutzel bin ich. Ja, ich bin einfach so aktiv und... Puls! Ja, dein Puls arbeitet für dich. Dein Puls arbeitet auf jeden Fall für dich. Mal gucken, was meiner sagt. Auch 93. Ah ja, doch. Aber ich habe einen sehr niedrigen Blutdruck. Okay. Ja, bei mir ballert immer. Sehr gut. Wir kommen zu Band Nummer 5. Wir sind aufgeregt. Dort haben wir jetzt Jodie, Leon und Flo. Und da ja gerade zwei Kandidaten zwei Punkte hatten im Loch Nr. 4... Schnick, schnuck, schnuck. Nee, wir machen... Ich glaube, ich würde es so machen. Davor hat ja Team PvP angefangen. Das ist richtig. Das heißt, jetzt fängt Team Lila mit Jodie an. Wir haben aber noch eine kleine Regelergänzung. Denn das ist aufgefallen, man bekommt doch einen Strafschlag, wenn man die Bahn verlässt mit dem Ball. Das heißt, immer wenn du da drüber holst oder so, dann gibt es doch einen Strafschlag. Das wurde auch schon berücksichtigt. Und plus zum Anfang wieder zurück. Und natürlich zum Anfang zurück. Genau. Genau. Das wurde auch schon in den Punkten berücksichtigt gerade. Da hat unsere Obrigkeit sehr gut aufgepasst und uns jetzt informiert, dass wir das ja eben nachtragen. Ja. Wie gesagt, uns entgeht hier nichts. Und wenn uns was entgeht, dann entgeht unseren Refs halt nichts. Ja. Aber wir müssen hier an Bahn 5 jetzt noch mal kurz über die Playline sprechen. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, hier das Loch zu erreichen. Zum einen kann man unten drunter unter dieser Säule durchspielen. Das ist aber nicht die Playline, die wir spielen werden. Denn wir werden einen Tunnel nehmen. Oh nein. Einen Tunnel, der hier vorne seinen Eingang hat. Wo geht es denn da rein? Hier. Da geht es rein. Und kommt dann irgendwo hier hinten auch wieder raus. So groß wie ein Butterpäckchen würde ich sagen. Ich habe keinen besseren Vergleich jetzt gefunden, wie es rumgeht. Also einfach drauf losholzen wahrscheinlich. Ich hau einfach drauf. Also die vorgegebene Playline ist tatsächlich hier durch den Tunnel. Ja, genau. Aber wenn du die andere wählst, kannst du natürlich den Strafschlag kassieren. Aber das machen wir natürlich nicht, Jodie. Jodie ist... Ich habe große Hoffnung in dich. Es ist ein bisschen anstrengend, dass ihr so gut über mich redet, weil ich bin sehr unter Druck jetzt. Oh, es tut mir leid. Ja. Ich dachte, das wärst du sowieso die ganze Zeit. Nee, ich war sehr confident. Und dann haben alle so hochgelobt. Und jetzt habe ich es so... Aber bis jetzt läuft es doch gut. Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit unserer Leiste. Ja, siehst du. Dann ist doch alles in Ordnung. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Ja, gut. Sorry. Unter Druck entstehen Diamanten. Denkt dran. Unter Druck entstehen Diamanten. Richtig. Wow. Ja. Aus welchem Prozess... Ach, hör auf, ich habe viele solcher Sprüche. Passt so. Passt so. Die Golfis. Die Golfis. Die Golfi. Konzentrier dich. Na, schau, solide den Ton. Oh nein! So knapp. Da schau. Absolut zurecht sprechen wir so über dich, Jodie. Mein Gott, das war echt so knapp. Und dann wird es doch ein Boogie. Ei, 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 ei. Aber da zwei Schläge. Das ist auf jeden Fall ein 10 Applaus hier wert. Anders kann man es nicht sagen. Sehr gut gemacht. So, wer darf denn jetzt als nächstes, Sepp? Als nächstes kommt dann natürlich der Flo. Ja. Denn Peter hat gerade delivered. Oh ja. Und damit Flo auf den zweiten Platz hier an Bahn 5 katapultiert. Und Flo... Und hast du noch? Also ich komme immer noch... Was für eine Schuhgröße hast du, Flo? 47. Du auch? 47. Du auch? Du auch? Was? Echt? Leon hat auch 47? Ich habe 39. Ich auch. Wir alle. Okay. Ja, natürlich ein kleiner Vorteil... Sollen wir sonst den Ball ein bisschen zurückschieben? Ein bisschen zurück, ne? Ja, genau. So? Ja, ach du. So sieht es besser aus. Okay. Von den Punkten her, oder? So, genau. Die favorisierte Playline sollte natürlich der Tunnel sein. Denn da gibt es keine Strafschläge. Wir werden sehen, wie Flo das Ganze jetzt hier bewältigen wird. Das ist natürlich schwierig im Rückschwung. Da anzuschlagen. Aber... Wenn ich das richtig gesehen habe... Nein! Oh! Aber ist das... Wo ist er denn? Der Ball? Ne, der ist noch nicht durch den Tunnel. Ne. Also von da aus kannst du noch... Ich muss von hier durch den Tunnel? Also du kannst... Also musst du jetzt nicht, ne? Du kannst natürlich auch gerade spielen einen Strafschlag kassieren, ne? Nee, wenn ich das richtig... Was sagt mein Team? Entschuldigung, kurzer Regeleingriff. Wenn ich das richtig vorhin verstanden habe, wurde von der Obrigkeit gesagt, den Plus Eins bekommst du nur, wenn du quasi beim Abschlag abkürzt. Wenn du jetzt hier so einen kümmerlichen Ball da vor dich her klimperst, dann kannst du von dort aus auch natürlich direkt die Abkürzung nehmen. Ah, ich verstehe. Weil meine Intention war ja durch den Tunnel. Ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht. Das hat nicht funktioniert, aber... Ja, genau. Okay, klar. Richtig. Aber ich meine, es ist ja nicht passiert, ne? Okay. Genau. Verstanden. Also nur bei Abschlag die falsche Playline ein Strafstoß. Genau. Wir schaffen das doch mit den Regeln. Unglücklicherweise beim Abschlag die falsche Playline, genau. Das kann nicht passieren. Nein, es wird ja nicht die Intention... Oh! Das war Schlag Nummer zwei. Peter, nicht die Intention des Spielenden wird berücksichtigt, sondern wo der Ball tatsächlich lang rollert, ne? Okay. So, und das waren dann drei? Mit der drei eingelocht und drei Punkte für Team PvP. Ja. So, jetzt... Und wir haben jetzt Leon am Start für Team Grün. Schutzt den Ball. Noch mal ein bisschen nach hinten, Leon. So. Bisschen nur. Bisschen. Ja, bei Flo waren wir auch kritischer, ne? Da müssen wir auch... Es ist 7,14. Wir haben ihn auch nach hinten gelegt bei Flo. Wir haben ihn auch nach hinten gelegt bei Flo. Wenn er benachteiligt, glaube ich. Oh, schade. Ich habe schon rübergeguckt, Leon. Für mich war der eigentlich da durch den Tunnel. Oh Gott. Das ist aber gerade jetzt auch. Hey, hey, hey. Also es wurde ja direkt dann erstmal... Oh! 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 Sogar die Trickshots haben wir hier. Als ob... Meine Güte! War geplant? Ich wollte es halt sehr... Leon! Das hast du geschafft, Leon. Das hast du geschafft. Meine Güte. War das zwei? Das waren zwei Schläge. Das war genau so stark wie Jodies Megaschlag. Auf jeden Fall. Aber es hat ja auf jeden Fall auch so viel Skill. Ja. Highlight auf jeden Fall. Also wenn Glück regelmäßig wird, dann nennt man das ja Skill. Ja, genau. Also das können wir so einleiten. Das solltet ihr auf jeden Fall klippen, um das nachher nochmal mit Jonathan euch anzuschauen. Weil das war echt nice. Auf jeden Fall. Das war sehr Premium. So, das war Bahn Nr. 5. Gehen wir rüber zu Bahn Nr. 6. Ja. Genau, so sieht es aus. Und auch hier haben wir mal wieder ein Hindernis in der Mitte der Bahn, inklusive eines Bunkers, links vom Loch. Und auch hier haben wir verschiedene Möglichkeiten natürlich das Loch anzuspielen. Aber welche Playline ist unsere, Sepp? Unsere Playline, laut meinen Regieanweisungen steht hier, entscheide selbst. Sehr gut. Es wird dem Schläger bzw. dem Spieler selbst überlassen, wie er spielt. Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Einmal die Schlangenlinie, einmal direkt. Das dürfen die Spieler dann selbst entscheiden. Da gibt es keine Strafpunkte für irgendwas, außer natürlich, sie landen hinten im Bunker, da müssen sie zurück. Oder im Aus. Oder im Aus, dann gibt es halt den Strafpunkt. Genau so sieht es aus. Also, wer darf denn als erstes den Ball bedienen? Wir haben gerade wieder zwei Leute, zwei Teams gehabt, die gleich den Punktestand hatten. Und da ihr angefangen habt beim letzten Loch, darf jetzt Team Grün anfangen. Wir haben sich das verdient. Wir haben sich das verdient. Mit so einem grandiosen Schlag von Leon. Ja. Stark. Da muss jetzt Bram einfach mal genau das gleiche abliefern, ja? Wir merken uns, wie der Ball liegt und wir werden für alle den Ball... Ja, ich würde auch sagen, da hinten die Ecke, die ist schon unbehaglich. Ist schwierig. Ich bin sehr gespannt, ob ihr das wirklich, die 16 Löcher alle konsequent durchhaltet. Ich bin enttäuscht, wenn nicht an dieser Stelle. Finde ich aber stark. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr viel Team Spirit. Absolut. Also, jetzt schauen wir mal. Servig? Du kannst gerne, ja. Also, stört nicht beim Reden. Ja, du machst. Leg los. So, werden wir mal schauen vorhin. Oh. Ja. Huibu. Huibu. Oh nein. Auf die letzten Zentimeter. Leider ein wenig verhungert. Ah. War der stark. Aber? Ordentlich vorgelegt. Scheiße war der stark. Ja, das war richtig gut. Und so wird es gemacht. Die Konzentration bis zum letzten Schlag noch aufrecht halten. Pah. Geht nicht. Super. Zwei Schläge auf dein Konto. Auf euer Konto vielmehr. So, die liebe Sonja geht schon an den Start. Ich liebe ihr Gameface. Ja. Sie ist sofort im Fokus und weiß genau, was ihr Job ist. Oh. Ihr heuert mich gar nicht an. Doch. Man merkt, wie die Anspannung in der Luft da ist. Ich glaube an das. Soll ich stehen oder soll ich stehen? Dann kannst du ja auch. Hier. Oh. Pass auf vor dem Bunker. Aha. Passt du doch auf vor dem Bunker. Ich stehe hier nur. Gucke. Jetzt ist er. Oh. Oh. Wie du das gesagt hast. Oh. Ich habe dich gewarnt. Was? Das ist doch gar nicht wahr. Melli, das ist doch dein Team. Man merkt nicht richtig, dass du gegen mich bist. Ich versuche zu helfen hier. Eieieieiei. Aber dadurch, dass du den Fokus auf den Bunker legst, das ist so wie Self-fulfilling Prophecy. Ja, wirklich. Wahnsinn. Du kannst gar nicht anders als ein Hitschlag. Das macht wieder hier aus weniger Power. Das sah nach weniger Power aus, aber vielleicht im Rückrollen. Sehr gut. Schön vorgelegt. Wie gut das Kill zu sehen ist. Weiter Schlag. Und rein damit. Super. Wie ein Profi eingelocht hier. Absolut. Und ich wollte beim Eins. Das haben andere schon schlechter gemacht an der Fahne. Das stimmt so. So. Team Nr. 1. Team PvP. Das ist dieser Strafpunkt. Paul. Ja. Nachdem wir so ... Nachdem du ... Wieso spreche ich eigentlich im Plural? Aber es ist schon mein Team. Deshalb ... Also ich bin Teil des Teams schon so ein bisschen. Das stimmt schon. Ähm ... Ich habe übrigens nichts gehört, weil ... Alles gut, Paul. Du machst das super. Dafür ist sie zu teuer. Da wird geboten. Für einen Schlag in die Kamera. Nicht für ins Loch. Sondern der Olli wartet am Ende der Bahn. Oh. Paul nimmt den ... Na warte. Alles gut. Oh was. So ein knappes Ding. Es sah so fatal aus. Und vom Ende hinaus korrigiert sich der Ball noch selber aus dem Bunker und legt sich vor das Loch. Und jetzt der letzte Sprung gehört dem Reiter. Genau so muss man es machen. Schön konzentriert. Bis zuletzt. Sehr gut. Mit der 2. Ordentlich. Ordentlich. Wir können kurz noch mal regeltechnisch einwerfen. Das war alles regelkonform. Denn Paul hat so stark geschlagen, dass es sogar durch den Bunker durchgeflogen ist. Ich weiß nicht. Im Golf ist es möglich, dass man den Ball so krass schlägt, dass er so rauspilgt? Mit viel Glück. Mit viel Glück. Und wenn es vorher gut geregnet hat und der Bunker schön fest ist, könnte das passieren. Ja. Guck mal. Aber viel Glück geht allen voran. Das hatte Paul jetzt auch. Genau. Und bevor wir zu Bahn Nummer 7 rüber gehen, haben wir noch eine kleine Verlosung für die Leute da draußen. Ich wollte schon rechnungslaufen. Bahn 7 ist wirklich mega cool, weil die ist umbaut. Ich bin so gespannt. Da gucken wir gleich hin. Aber Verlosung. Du hast Verlosung gesagt. Wir verlosen natürlich für die Community mal wieder da draußen die zweite Fitbit-Uhr. Wir haben am Anfang schon meine verlost. Ich habe gerade einen Puls von 93. Okay. Ich sage mal richtig gut Schritte. 2000 sind wir jetzt schon. Das ist ordentlich hier. Ähm. Ähm. Deine Fitbit verlosen wir jetzt an dieser Stelle. 86. Ähm. Die ist etwas schmaler. Ähm. Ähm. Und die kann auch EKG, äh, Puls und und allen Pipapo, Schlafrhythmus überwachen. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr Hashtag Fitbit in den Chat schreibt. Ähm. Dann wird ein glücklicher Gewinner gleich gezogen und kontaktiert von unseren äh lieben Mods. Und ja. Ich würde sagen. Gehen wir mal rüber zu Band 7. Das machen wir. Also wir müssen hier einmal quasi entschuldige bitte. So nicht stolpern. Ganz wichtig. Jetzt hatten wir gerade auch schon wieder zwei Teams die zwei Schläge nur gebraucht haben. Richtig? Das ist wirklich ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Das ist ja verrückt. Sepp, wo wollen wir uns denn hinstellen? Wollen wir uns vielleicht vorne ans Loch hinstellen? Ja, ich glaube das ist besser. Ja, ne? Wollen wir die Line noch zeigen? Die steht da. Achso ne, die wird ja eh eingeblendet. Die wird digital. Die wird eingeblendet, aber da können wir auf jeden Fall drüber reden. Genau, die Playline. Wenn wir spielen Playline Nr. 3. Das heißt, alle die jetzt hier mitspielen, das ist die mit den klein gestrichelten Linien. Das heißt, ihr müsst einmal die linke Bande berühren. Oder dürften wir auch, dürften wir einmal, weil wenn du gerade hier durchschlägst, hast du ja auch... Chris, wenn du das schaffst, dann ist das in Ordnung. Ja? Also ich muss nicht an die Bande, ich muss nur links vom Stein und rechts vom Stein. Also, ganz eindeutig muss man hier die Bande berühren. Aber da sind jetzt ja nur Grashügel, da ist ja keine Bande, ne? Also das bremmt ja... Oh, warte mal. Da kannst du nichts berühren. Let me check. Das ist halt ein bisschen komplexer. Achso, ja, du sollst... Wir legen das grob aus, da entlangspielen. Links und rechts am Stein verbunden. Genau. Links und rechts am Stein vorbei. Darauf können wir uns auch alle einigen. Ja, okay. Darauf können wir uns einigen. Wir haben uns geeinigt auf links und rechts am Stein vorbei. Machen wir so. Okay. Gut. Haben sich alle Kontrahenten drauf geeinigt. Aber wir werden den Ball dann mittig aufstellen. Einigung. Das ist Team Spirit bei Team Grün. Ja, ja, wir haben uns jetzt neu zusammengeschlossen. Dann würde ich aber sagen, dass wir hier besonders drauf achten, dass der Ball jetzt überall gleich liegt. Genau. Weil sonst... Ich würde sagen mittig hinten. Wer muss denn anfangen? Anfangen darf, glaube ich, wieder Peter, weil gerade... Wieso das denn jetzt? Weil wir gerade zwei gebraucht haben. Aber es gab doch mehr, die zwei hatten, oder? Ja. Aber die haben davor angefangen. Die haben davor angefangen. Ja, aber grün ist doch besser als wir. Wir sind doch die schlechtesten. Warte mal kurz. Peter, hast du... Du kannst nicht die ganze Zeit nicht... Das haben wir jetzt schon mehrfach so praktiziert. Aber wir sind die schlechtesten. Wieso muss ich denn jetzt wieder anfangen? Peter fühlt sich hier... Nee, warte. Immer zur Seite. Dazwischen halt. Du musst... Die Regel haben wir am Anfang festgelegt und... Was ist das für ein Quatsch, dass ich jedes Mal anfangen muss? Peter beschwärt sich immer, dass sein Team zu gut ist. Inzwischen? Ja, das ist doch... Sonst wird's doch zu einfach. Ja, okay. Mach die Regel, oder? Alles gut. Ich finde die Melly so smart. Ja, schön, ne? Du Schlawiner, ich hab da schon direkt durchblickt, was dein Plan ist. Also Melly... Deswegen hab ich uns jetzt einen mittigen Abschlag gebaut. Ihr dürft euch zwischen zwei Abschlagpfosten orientieren. Nicht anfassen. Ja, Peter. Du darfst anfangen, links am Stein vorbei, rechts am Stein vorbei und dann rein ins Loch. Einen Strafschlag gibt's, falls du abkürzen würdest. Entschuldigung, ich muss mich voll vor dich stellen. Falls das wirklich ist. Okay, was machen wir denn dann? Peter hochkonzentriert. Ich bin gespannt, wie diese Aufgabe gemeistert wird. Da wollten sich die Jungs dran vorbeischravenzeln. Oh, da wurde komplett links gespielt, aber er liegt ja fast perfekt. Ja, aber es ist mit Strafschlag leider. Peter gönnt sich da den Strafschlag. Aber das habe ich jetzt in Kauf genommen, ehrlich gesagt. Ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Sehr gut. Und mit dem zweiten geht's ins Loch. Da nicht rechts, links gespielt wurde, gibt's noch einen Schlag oben drauf, aber drei ist trotzdem solide. Das ist okay, ne? Dafür, dass ich anfangen musste, auch. Ich weiß nicht, ob das was in deiner Entscheidung geändert hat. Wir können ja gleich mal, nachdem der liebe Sturmwaffel geschlagen hat, wieder fragen, ob er was geändert hätte an dem ganzen Schlag. Team Grün! Team Grün! Daumen nach oben! Freddy! Ja? Bitte? Ich finde das schön. Also, Freddy, es lohnt sich jetzt vielleicht auch richtig draufzukawemsen, um Teamkameraden aus den anderen Teams auszuschalten. Wir stehen direkt hinterm Loch. Hallo? Was ist das denn? Was ist das denn? Ey, für mich ist es okay. Mein Hoden ist hinter Olli. Zieh durch. Der ist nicht so groß. Der ist nicht so groß. Er trifft doch den Stein jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, Seth. Der macht jetzt Hoden um an. Oh, Freddy, links, rechts. Ui, also die Playline wurde bedient an dieser Stelle? Würde ich auch sagen. Ja. Das war gut geschlagen. Franz war knapp. Der war echt gut. Und ist am Stein abgeprallt, aber hat er in zwei gemacht. Wahnsinn. Das ist ready. Wirklich ordentlich. Das war gewollt. Boah, Alter. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Ich habe auch ganz bewusst gar nicht mehr geredet. Und geatmet. Ganz normal. Geatmet, was? Der erste Probeschwung saß. Achso, okay. Ne, alles gut. Wir wollten dir die Bahn gerade freigeben. Also ready when you are. Ich würde jetzt nicht die Taktik von dem Spieler davor einfach nachmachen. Das wäre langweilig. Ich fand es bei dir tatsächlich echt gut, dass du vom Stein aus wieder nach rechts gegangen bist. Ach ja. Mal einen Steiner-Schutz. Mal einen Steiner-Schutz. Ich weiß nicht, ob ich das … Wir haben mal YouTuber unter sich, ne? Einer hat die Idee und dann macht der andere direkt nach. Das ist echt. So wie immer. Ja, schrecklich. Oh. 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 Fast in einem durch. Dammit. Wahnsinn. Okay. Okay. Aber so nah konnt's doch nicht, ne? Da hat's ja immer ein Problem schon. Aber der war straight, der Schlag, ne? Der war so mittig. Wow. Jetzt würd ich aufpassen. Das sind ja immer die leichten Schläge, die dann manchmal noch mal ein bisschen weiter werden. Wir haben gesagt, es wurde sich geeinigt, links und rechts von dem Stein vorbei. Ja, ist ja faktisch dann … Ist doch auch Golf, man muss doch immer so flüstern, ne? Und dann immer so komische Kommt haben. Christian hat den Golf-Testschwung gemacht, in dem er daneben den Ball geschlagen hat. Achso. Aber natürlich auch mit zwei hier eingelogt. Und Peter, würdest du jetzt was ändern? Nee, das hätt ich ja nicht so … Das sind ja beides Golfer. Das hätt ich ja nicht so hingekriegt. Ah, okay. Gut, ich muss ja immer anfangen. Also deswegen … Ja, aber hättest du was geändert, wenn du nicht angefangen hättest? Achso, dann hättest du geschlagen wie die natürlich. Ja, aber das hättest du ja nicht hingekriegt, hast du ja gerade zugegeben. Doch, doch, hätt ich hingekriegt. Achso, okay. Ja, dann ist gut. Nachdem man zuguckt, weißt du? Dann ist gut, ja, ich verstehe das. Dann geht das. Die Autodidakten unter uns verstehen das. Kommen wir zu Bahn Nr. A. Die ist etwas Besonderes. Mit dem Eisel. Denn hier am Lüderich haben wir ja ganz am Anfang schon gelernt, hier wurde auch mal Kohle abgebaut. Kohle, ne? Ich, ja. Ich glaube Kohle, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und dazu wurde damals ja noch, weil nicht alles so maschinell war, wurden auch noch Tiere verwendet, die geholfen haben. Unter anderem halt auch Pferde. Und hier in dieser Anlage, die da vorne steht, ist wohl irgendwie mal ein Pferd ausgefallen und dann hatten die Not am Mann, beziehungsweise am Tier. Und dann haben die den Esel, den Hofesel, Sepp, haben die dann engagiert und haben den dann einspringen lassen für das Pferd. Und der wird hier geehrt. Auch fantastisch. Hat er verdient. Und der wird jetzt bespielt an Bahn Nr. 8. Esel. Dort werden wir, darf jeder Spieler wieder selber entscheiden, wie er die Bahn bespielt. Ob durch den Esel, an dem Esel vorbei. Geht auf jeden drüber? Wenn du das schaffst. Wenn du das schaffst. Also ich habe ein Sandwich-Eisen dabei, wenn du es probieren möchtest. Unsere Kontrahenten stehen schon hier. Wir hatten jetzt mal wieder zwei mal zwei Punkte, wenn ich das richtig habe. Ich muss ja nicht schon wieder anfangen, oder? Entschuldigung. Gerade hat das Team ... Äh, Peda hat angefangen, ne? Peda. Peda angefangen. Ihr habt es aber leider nicht in zwei geschafft. Also danach hat ... Aber ich habe auch schon angefangen. Das ist total egal. Da, ja. Okay. Das ist total egal. Es hat gerade ... Das stimmt ja gar nicht. Ich habe nicht angefangen. Mach doch einfach mal schnick, schnack, schnuck. Nö. Es hat Christian geschlagen. Also ich habe zweimal angefangen. Das heißt, du dürftest jetzt anfangen. Er hat dich gerade angelogen. Er hat dich einfach gerade angelogen. Aber Christian hat als drittes geschlagen an diesem Loch. Von der Reihenfolge ... Das sind Regeln, Leute. Ihr macht das hier jetzt auch einfach, wie ihr wollt. Von der Reihenfolge ist das ... Ich finde es fair. Jawoll. Sepp hat gesprochen. Wo darf ich mich hinlegen? Das ist alles basiert auf Lobing. Aussuchen. Stille. Ja, weil Konzentration. Konzentration. Ja, und umdrehen auch und so. Einfach für Kameras auch woanders oder ... Die Kameras, die machen ja ... Also ob die gar nicht da wären. Ja, ja. Dein Team ist auch gar nicht da. Es kommt auch schon woanders hin. Aber im Geiste sind sie bei dir. Ganz genau. Während du jetzt den Esel bespielst ... Oh, da war der einmal im Weg. Oder der Helm. Kein Bunker. Kein Bunker. Liegt gut vor. Den können wir uns kaufen. Du musst es in zwei schaffen. Aber musst du gegen den Stein ... Nö. Also laut ... Nö. Nö, nö, nö. Das ist mir selber frei. Es wurde hier frei euch gelassen, wie ihr spielt. Besser ist es. Deswegen durften wir auch den Ball da so hinlegen, wie man wollte. Oh mein Gott. Ohhhh. Ohhhh. Das ist nicht schlimm. Da fällt der Favoritenstatus an. Ich hab's nicht gejinxt, als ich gesagt hab in zwei. Wir jinxen einfach nichts. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Wir zählen die Chance. Wir zählen die Chance. Ja, ich weiß. So. Wer darf als nächstes ... Leon. Du bist dran. Komm, zeig uns eine weiteren ... Also Plan ist, links drum und einfach straight rein mit der Wölbung hinten wieder zurück. Okay. Leon hat einen krassen Plan. Ja. Und sein Team motiviert ihn. Lass doch ein bisschen mehr nach vorne den Ball legen, wenn du möchtest. Nach vorne noch ein bisschen. Ja, ja. Noch ein bisschen. Also schon, ja noch ein Stück. Noch ein bisschen. Genau. Ich liebe den Prep-Talk. Ohhhh. Das ist nicht schlimm. Du kannst es immer noch schaffen mit einem. Da hat der Esel einen Ball gelegt. Den Huf hab ich jetzt nicht bedacht. Kann man den lupfen? Ist das möglich? Also mit dem Schläger halt schwer. Schwer. Pack den Esel an. Weg mit deiner Hand jetzt. Christian betatscht den Esel. Nachher bewegt er sich noch. Lehn dich an den Esel. Spür den Esel. Glaub an dich. Enge Fußstellung. Hand vor den Ball. Können wir das kurz zensieren vielleicht, wenn du das machst. Also. Okay. Du kriegst einen Fuffi, wenn du das machst. Also gut, dass der Sepp hier gerade so entspannt ist. Zurück! Ohhhh. Und da ist er im Bunker. Das ist kein Problem. Jetzt kannst du den Hole in One machen. So, das bedeutet Schlag Nr. 2, der im Bunker landete, ein Strafschlag und wieder. Kein Strafschlag. Im Bunker gibt es keinen Strafschlag. Gibt nur zurück. Tut mir leid. Ich verwirre mich gerade selber. Auf jeden Fall. Wenn du den Leon jetzt Hole in One machst. Dann ist es eine Null. Das ist ja dann nicht Hole in One. Ja doch, klar. Nein, nein, nein. Start ausgesehen, Hole in One. Aber hast du ja schon zwei Schläge vorher gemacht? Ich find das rigged. Ja. Du müsstest benachteiligt. Ich find das interessant, womit wir uns hier rumschlagen müssen. Nicht schon wieder. Genau dasselbe nochmal. Leon, bei Bonge war irgendwie so eine Eselphobie. Ja wirklich. Spiel Gold. Spiel Billiard. Spiel Billiard. Spiel Billiard. Der Ball wurde berührt. Der hat sich nicht bewegt. Ich hab nichts gesehen. Okay, gut. Ne. Oh, die Billiard-Taktik. Schon wieder. Da ist auch. Ja. Freigemalt zumindest. Nicht im Bunker. So, die Distanz. Das ist dann jetzt Schlagnummer 5, wenn ich richtig gezählt habe. Oh, schade. Aber Schlagnummer 6 bahnt sich doll an. Ja. So schwer. Superschwer. Hast du gar nichts. Super. Sehr gut. In 6 Reihen. Ich sag, das war die schwerste Stage. Sag ich jetzt. Die sieht auch ein bisschen tricky aus. Aber dafür hast du viele Erfahrungen mit dem Esel gesammelt. Stimmt. War so ein Bonding Moment. Sehr gut. Sepp und du, ne? Ich bin mir sicher. Vielleicht ein Tattoo. Hast du Tattoos Leon? Noch nicht, ne? Aber vielleicht so ein Esel. Hier den Sepp einfach zack auf den Arm. Links. 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 Aber nur wenn er auch den Helm anhat. So ist es natürlich tricky. Du möchtest unter dem Esel durchspielen und da liegt halt der Trog, ne? Lass dich nicht drauf ein, was der jetzt sieht. Hier wird diskutiert, wie am besten geschlagen wird. Der Flo bekommt Tipps von Profi Paul. E. Ja, ja, ja. Die Hose macht es. Mit einem. Die gibt P50 Intel. Und? Die Ketten. Ja. Ich bin aber auch noch nicht fertig. Wenn ich jetzt hier gar nicht reich werde. Schlagt euch am besten doch jetzt schon. Du musst jetzt nix machen außer Hole No One. Und schon seid ihr vor uns. Peter, wenn Flo wieder gut schlägt, dann bist du ja wieder nachher dran. Stimmt. Ah, okay. Ja, gut dann. Okay. Ja. Lass dir lieber mehr Zeit, weil es schon ein schwerer Schlag auch. Ja. Ja. Schon der schwerste vom Kurs. Aber ey, no pressure. Mach mal mit Kraft. Ja, ja, ja. Wenn ihr das so macht, dann ist der Bunker. Lass den ganzen Hass raus an dem Ball. Oh, meine Klingeln. Ich glaub, der ist ein Bunker. Hey, bitte. Ich hab's gesagt. Oh, der ist gut angelegt. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Okay. Alter. Der ist doch nicht drin. Hau den Esel nicht. Da kann der Sepp auch nix für. So, Konzentration hier. Ja, der ist Sepp mit Doppel-P. Und jetzt fest. Ja. 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 Also wirklich ordentlich durchgeplant. Und wirklich gut durchgespielt. Richtig, richtig. Schickes Ding. Geil. Das war die stärkste Leistung an dieser Bahn von Team PvP. Egal, es ist drin. Ja. Es ist drin. Das katapultiert sie deutlich nach vorne im Vergleich zu Team Grün. Da sehen wir's auch schon direkt. Okay, wir sind jetzt Gleichstand. Also, sie haben jetzt Gleichstand, wenn ich das hier gerade in der Übersicht richtig sehe. 25 Schläge zum 26. Aber sonst war ihr echt abgeschlagen letzter. Wenn ich den Schläschbaum jetzt fünf Schläge brauche, sind wir alle auf 26. Ja, mega. Sonja, Sonja, mach mal fünf Schläge bei der nächsten. Fünf Schläge, dann haben wir alle Gleichstand. Wenn alle gleich viel haben, dann ist es Sudden Death und dann wird einfach bis zum Tone gespielt. Ich mag das. Das mag ich. Entschuldigung, wir labern voll rein hier die ganze Zeit. Ach, alles gut? Gar kein Thema. Ist ja eine lustre Runde. Vielleicht werden die auch alle gerade runtergepegelt. Denn es geht weiter jetzt mit unserem Social Media Experten und Highlight-Profi Jonathan dort drüben. Der wird uns jetzt gönnen eure besten Clips, die ihr hoffentlich alle eingesendet habt. Take it away. Hi. Da war ich etwas langsam. Aber ich habe hier gerade noch frisch ganz viele Clips von euch reingesnackt. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für das Einsenden dieser ganzen Subs, äh Subs, Clips, Alter. Ich bin Profi, absolut. Ja, ne, ich hoffe ihr habt Spaß. Der aktuelle Zwischenstand ist, wenn ich das richtig sehe, Team Christian. Das führt gerade mit 21 Punkten vor. Ja, Team Bram und Peter, die jeweils 26 Punkte haben. Also, äh, das ist aktuell echt noch eng. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt ein Team aus Paul, Christian und Bram hätten, dann hätten wir insgesamt nur 13 Punkte bislang verteilt. Also, Paul, Christian und Bram führen aktuell in der Einzelspieler-Wertung. Was ist hier? Was ist hier? Live-Update. Wollen Sie in 10 Minuten? Nein, wir möchten jetzt hier nicht das Live-Update machen, lieber Laptop. Es steht aktuell, wie gesagt, Paul führt in einer Einzelwertung vor Christian. Christian natürlich, aber glaube ich auch noch, wenn ich das richtig sehe, hat ein Schlag weniger, eine Bahn weniger. Und dann, ja, aktuell hinten, ganz hinten ist gerade Leon, der viele Strafschläge, glaube ich, bekommen hat, die arme Socke. Und Peter ist auch nicht gerade, der zieht auch eher so sein Team runter, muss ich sagen, an der Stelle. Naja. Heißt auch nicht, Jonathan, du bist ja Regel-Profi. Gönnt euch übrigens hier, ne? Gönnt euch, gönnt euch. Schmeckt das sehr gut, das Georg Stein, das freut uns. Das ist schön. Du auch? Wie würdest du damit umgehen, wenn du so Regeldiskussionen hättest mit, ich fühl mich unfair behandelt und warum ist das denn so? Ähm, wieso, was ist denn das Problem? Ich krieg das hier ja gar nicht, ich hör den Sound gar nicht mit. Das heißt, ich hör so ein Gebrabbel in der Nähe und ich hab halt ein Bild, was ich halt immer live schön angucke. Ja, ja. Was ist denn das Problem? Ich brauch einen Taser, hast du einen Taser mit? Das ist eigentlich meine Frage. Du könntest den Leuten irgendwie ins Gesicht so einen Strich malen, wenn die halt böse waren. Ja, aber dann ist Peter, sieht ja nach... Peter ist quasi der, der die ganze Zeit die Regeln irgendwie in Frage stellt. Peter hat jetzt schon mehrfach auf die gleiche Regel, die wir ganz am Anfang festgelegt haben, sich echauffiert darüber. Aber es gab natürlich auch andere Leute, die sich beschwert haben, warum es jetzt einen Strafschluss gab oder nicht. Was ist denn das Problem mit den Regeln? Ja gut, also wenn der Ball rausfliegt, dann ist es ein Strafpunkt. Ja, das ist eindeutig, aber wer die nächste Spahn als erstes bespielt, haben wir ganz am Anfang ganz klar gesagt, wer bei der Bahn davor... Musst du dich durchsetzen. Im Zweifel sagst du, this is Minigolf. Achso, okay. This is Minigolf. Musst du einfach sagen, im Zweifel gar kein Problem. Also das, ja, so sieht es halt aus. Okay, dann mach ich das so. Also, einige tolle Highlights für euch wieder am Start. Geil. Ihr habt wieder viel reingesendet. Immer wieder gerne weiter Clips machen. Ja, die sammle ich irgendwie alle. Die Mods helfen mir auch noch richtig geil dabei. Und sammeln im Zweifel auch noch welche, falls ich mal irgendwie was übersehen sollte. Ich glaube, da wurde gerade auch einer gemacht. Entzündet den Tornado. Entzündet den Tornado. Den habe ich nicht mitbekommen. Den sammle ich mir auch einfach mal direkt. Den gucken wir uns gleich auch noch an, den Tornado. Wir fangen aber hier chronologisch an, wenn ich das so richtig sehe. Und gönnen uns jetzt gleich... Jay ist übel groß. Warte mal, Jay, du musst mich irgendwo draufstellen. Soll ich mich hinsetzen? Ich kann mich auch hinsetzen, wenn du das möchtest. Dann sind wir gleich los. So? Ja, das kommt besser hin. Also wenn ich mich hinsetze... Ja, ich kann mich so ein bisschen schräg stellen. Ja, guck mal. Das passt besser. Das ist besser für mein Ego. Ich glaube, bei anderen Schauspielern, bei großen Schauspielern... Hast du das für ein Problem? Das ist auch gar kein Problem, wenn ich halt ein bisschen kleiner jetzt hier bin. Wenn ich schon eh den Leo Lackner mache. Ähm, ja. Also, was haben wir hier für den ersten Clip? So, pass auf. Den siehst du da? Ach so, den sehe ich da. Den siehst du da? Nice. Dann gucken wir hier den wunderschönen Schuhvergleich. Oh ja, der war auch großartig. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich sehe da nur... Das war Flo. Flo? Ja, okay. Flo sehe ich offensichtlich auch. Dann sehe ich da einen Damen-Schuh. Das war Sonja. Das müsste Sonja gewesen sein, wenn ich die Schuhe angucke. Leon, der auch behauptet hat, er hat Größe 47 genauso wie Flo. Und Flo so, was? Du bist doch ein kleiner genug. Du bist doch ein kleiner genug. Genau. Und Sonja hat auch 47. Ja. Klar, kannst du natürlich gerne reinkommen. So, kommen sie zwischen uns. Größe 47. Größe 47. Bei einem Körper Größe von 1,83. Ja. Wow. Das ist ganz schön stark. Ja, ihr seid ja auch ziemlich große... Sebastian ist 2,50 Meter. Und ich 2,60 Meter. Ja, nee, du bist ja schon der größte Mensch der Welt. Okay. Na klar. Na klar. Ja, ich habe mir schon einen Pullover geholt. Wenn ich hier gerade so rumsitze. Ich meine, ihr betätigt euch ja schon sehr sportlich heute. Wie ist denn eure Einschätzung, welches Team so gewinnen könnte? Ja, aktuell sieht es ja nach eurem Team aus. Wie heißt denn unser Team? Team... Wie hieß denn euer Team? Die Golfis. Natürlich die Golfis. Die Golfis, die sind die Rotten aktuell. Meinst du, das wird noch verfilmt? Sonja, wärst du dabei? Ja, die... Der Aufstieg der Golfis. Die alles begann. Ja, genau so. Das wird gut. Viel Spaß euch noch. Dankeschön. Sonja, du bist gerade in der Einzelspieler-Platzierung auf Platz 4. Mega. Ja, und ich habe Platz 1 wahrscheinlich Chris oder Schody. Paul und Chris. Ja. Dann bist du doch guter Ball. Es geht noch besser. Und das werde ich zeigen. Ja. Sehen wir dann gleich... Reinbeißen. Immer reinbeißen, glaube ich. Die Golfis. Die Golfis. Die Golfis führen vor Team Bubatz. Nicht Babutz. Keine Ahnung, wie die heißen. Die sagen auch vorher immer so... Machen die so Moose. Team Grün. Okay, Team Grün. Ich dachte Team Bubatz. Team Grün. Team Grün. Team Bubis. Grün. Boobs. Grün. Team Bubz. Team Bubz. Team Bubz. Was denn jetzt? Team Bubz oder Team Grün? Ihr müsst euch entscheiden. Wir verändern die Strecke unseren Namen. Achso. Wir müssen da flexibel drauf reagieren. Okay, alles klar. Team Bubz. Team Bubz. Gut, dann seid ihr halt für Team Bubz. Seid ihr Team Bubz. Team Grün, wie auch immer. Und Team PvP sind da aktuell ganz hinten. Team Bubz. Team Bubz finde ich auch sehr schön. Bubz, Bubz. Ja, ich habe mich da vertan. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Das ist der Stream hier. Einen weiteren schönen Clip. Oh, da sehe ich Jody's wunderschöne Schuhe. Jody hat echt Pech. Die schlägt immer super eng daneben vorbei. Ja, die kann das halt auch. Das ist richtig unlucky. Aber, und, äh, kann man auch gerne zeigen, damit man mal einmal sieht, wie eng das dann doch tatsächlich bei Jody ist. Ja, zack. Das war auch echt ein schwerer Schlag durch den Tunnel. Jody ist die Einzige, die den Tunnel geschafft hat. Der Ball war schon quasi drin. Der Ball war schon quasi im Loch und ist mehr oder weniger wieder rausgekommen. Es ist unlucky so was. Ich frag mich immer bei Golfit, wie ist so was möglich? Werde ich nur ungerecht behandelt und ist das ein Spielefehler? Ja, nein, in der Wirklichkeit, da passiert sowas auch. Die Löcher behandeln Jody gerade aktuell ungerecht. Ja. Muss ich an der Stelle sagen, ja. Aber vielleicht kann sie in der zweiten Hälfte, wir haben jetzt Halbzeit mehr oder weniger. Das stimmt. Kann sie da nochmal zeigen, was sie dann doch da kann und vielleicht ja ein Hold'n'Run abliefern. Also wie Christian das als Einzigstar jetzt heute an diesem Abend bisher abliefert hat. Christian ist bislang der Einzige mit Hold'n'Run, das ist absolut korrekt. Aber das sind null Punkte, die er dann bekommen hat für das Team. Das ist schon stark. Ja, das ist ein Schlag. So. Da hab ich selbst nicht dran geglaubt. Er selber glaube ich auch nicht. Er hat vorher glaube ich in den Bunker geschlagen, ne? Er hatte vorher da in die Ecke geschlagen. In die Ecke geschlagen. Und lag dann vor dem Hindernis und hat hinten dann gegen die Wand geschlagen und zack mit Abkaller. Also das war schon ein wirklich starker Move. Also Bram hat sich auch richtig gefreut darüber. Also zwei Schläge dann. Das war ein wirklich, wirklich schönes Teil. Krass. Ja. Also das war nice. Dafür hat der Esel ihn dann ein bisschen gebumst, aber okay. Also die Bilder sahen anders aus. Achso, ja. Stimmt. Ja, aber da gab's auf jeden Fall eine Geschichte. Ja. Sepp ist am Start auf jeden Fall. Hier, zack. Dann haben wir noch Plan und Umsetzung heißt der Clip. Zack. Den fügen wir auch nochmal direkt ein. Ja, schwupp. So. Zack. Da sehen wir die wunderbare Melli. Und da versucht natürlich Leon den Ort zu finden, wo er den am besten hinstellt. Wie lange ist denn so der Clip? Na, der ist nicht so lange. Er wusste halt nicht genau, wo er starten sollte mit dem Esel. Oder wo er halt nicht im Weg steht. Der Esel ist halt wie auch in Worms ein Arsch. Er ist halt wirklich ein Arsch. Er ist halt wirklich ein Arsch. Wenn das liest, dann trist du den Esel dann den Topf und dann liegt der da einfach scheiße. Das ist unlucky. Das ist sehr, sehr unlucky an der Stelle. Aber ja. Gut. Kann er ja noch aufholen. Ist ja noch alles drin. Also ich würde sagen, es ist halt wirklich noch sehr, sehr, sehr. Ja, ja. Also da kann noch einiges passieren. Gerade auch bei Team Golfi können Totalausfälle auf einmal am Start sein. Wir haben es beim letzten Loch 8 gesehen bei Jodie, wo es etwas holprig wurde. Ja. Und sie dort, glaube ich, sich mehr erhofft hat einfach auch. Und da Varion auf jeden Fall Punkte gut machen konnte. Ja. Den wir jetzt sehen. Ja, ja, ja. Also gucken wir uns den Clip mal an. Es ist der klassische Landstroll-Moment. Kennst du das Landstroll-Meme? Nee. Okay. Okay. Vielleicht könntest du dir denken, was das Landstroll-Meme ist. Pass mal auf. So. Da schlägt Flo. Und? Geht der Ball rein? 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 Und dann das Landstroll-Meme einfügen und dann haben wir was ganz Schönes. Und dann habe ich hier noch, gerade ganz frisch parat für euch, den Tornado. Ich finde das schön, auch hier jetzt mal die Highlights zu sehen. Weil wir selber an der Bahn sehen ja nicht, was gerade im Bild ist. Ja, die Kameraführung ist teilweise… Ist ja mega geil. Es ist halt auch nicht so einfach, aber du hast halt wirklich geile Bilder. Das ist fett. Alleine das Einlochen von Flo in der zweiten Bahn, wo er das mit dem Billard gemacht hat, das war schon ziemlich cool. Da war die Kameraperspektive so on point. Mega. Also das war sehr, sehr nice. So, und jetzt haben wir hier wunderschön… Guck mal, das sehen wir uns. Guck mal, toll. Ja, und im Hintergrund haben wir hier irgendwelche Schelme. Der Clip heißt Brams Tornado. Was macht er denn jetzt? Ja, Bram gönnt sich und… Oh, was machen sie denn jetzt? Okay. Bram und Sturby gönnen sich ein bisschen Geroldsteiner. Okay. Oh, sie macht die Tornado weg. Loll. Also du kannst aber auch weiter. Oh, das finde ich gut. Ja, wunderschön. Nee, komm, ich mach das jetzt nicht, oder? Ja, also du kannst das gerne machen. Du kannst das gerne. Das ist 0,75. Das ist 0,75. Niemals. 0,75. Also ich halt mal kurz meine, 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 meine Moderationskarten kommen mal kurz hier zur Seite, wenn du die nass machst. Wie, 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 wie voll darf denn das so sein? Boah, jetzt mach ich immer alles platt. Also ich mach kurz, ich nehm den Laptop einmal mit, ein bisschen zur Seite. Ja, den kann man ja gewinnen gleich. Den kann man gleich gewinnen, ja. Da gehen wir sofort noch drauf ein. Ich nehm den einmal hier kurz zur Seite, so jetzt kannst du gerne den Tornado machen. Wie geht denn das so? Ich hab das noch nie gemacht. Ja. Ansetzen. Beim nach oben gehen, die Flasche schütteln. Und dann drehen. Wie viel, wie viel, muss da schon was weg sein? Alles muss weg sein. Alles muss weg sein. Ja, einfach ansetzen und schütteln oben. Okay. Echt mit so viel? Ja, und dann muss das leer sein. Dann sind ja zwei Bierflaschen noch einmal. Dann musst du reindrücken quasi. Okay, warte mal. Wir brauchen einen neuen Moderator. Oder Melli macht das einfach in Zweifel alleine? Okay. Also an der Technik muss ich noch feilen. Ich hab eher das Gefühl… Jetzt müssen wir… Ne, das war ja Stufe 1. Das war jetzt… Der Tee ist halt ohne Kohlensäure. Jetzt nimmst du gleich da mal ein schönes Gerolsteiner Medium. Auch nicht so viel. Und dann ballerst du dir da quasi nochmal den Tornado rein. Das Problem war auch nicht das Schlucken. Das Problem war, diese Flasche an meinen Lippen zu halten. Also ich glaube, da muss man so die Technik raushaben, dass dir das Ding nicht einmal über dein Gesicht… Ja, keine Ahnung. Das war auch mein erstes Mal. Ihr habt mich jetzt entjungfert hier im Stream mit dem Tornado. Toss. Aber du hast sehr gut den Laptop gerettet, Jonathan. Ja. Den gibt's nachher zu gewinnen. Den gibt's später zu gewinnen. Wow. Der wird bei Instagram verlost. Das wird aber dann nochmal genauer gleich zwischendurch erklärt. Wir fangen ja erstmal an. Was? Das schöne Teil hier. Könnt ihr gewinnen. Das hat einen richtig, richtig fetten Intel i9 Prozessor drin. Und damit nicht genug. Man könnte jetzt sagen, okay, da ist eine Grafikkarte quasi mit drin. Nee, da ist noch eine 3070 mit drin. 3070 Ti. Die neuste geile Scheiß. Das heißt, die neuesten Games sind da gar kein Problem mit. Elden Ring wahrscheinlich jetzt auch mit dem neuen Nvidia Patch gar kein Problem. Alle neuen Games. Der Monitor ist ein 17,3 Zoll Monitor, der 360 Hertz theoretisch abspielen kann. Das, ich sag mal so, in 360 Frames einen Elden Ring zocken. Oder CS. Oder Counter-Strike. Oder Genshin Impact. Oder Genshin Impact. Ja, genau. Ist ganz schön nice. Also den könnt ihr auf jeden Fall irgendwann im Laufe der nächsten Zeit gewinnen. Das wird nämlich so sein, dass quasi in der 15. Bahn, da wird quasi ausgespiegelt, das ist die ROG-Bahn sozusagen. Genau. Und der oder die, die am besten ist an der Bahn, die darf quasi den, beziehungsweise der Team-Captain darf dann am Ende in der Community auf Instagram diesen wunderschönen Laptop an euch verlosen. Ich glaube 3.500 Euro kostet das Schätzchen. Also da gönnt man sich. Ich hab's auf Herzen und Nieren, auf Herzen und Nieren, auf Herzen und Nieren schon getestet. Du hast den gleichen zu Hause? Ich hab den gleichen zu Hause seit einem Monat. Ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich hab da richtig, richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Akkulaufzeit ist top. Der wird null heiß, ist nicht ultra laut, sieht schick aus, weil der hat hier drumherum auch LED, das sieht geil aus und wird nicht warm. Also sonst hast du ja immer, wenn du so ein Laptop die ganze Zeit hast. Ja hier sowieso nicht, hier ist ja Eiszeit gerade. Das sieht man wahrscheinlich am Rudolf dem Sepjö. Rudolf dem Sepjö, die rote Nase. Weiß ich gar nicht, wo die herkommen, weil ich gerade hier so hart gesoffen habe, glaube ich. Ich sehe gerade im Chat, ihr könnt natürlich sehr gerne Hashtag ROG in den Chat schreiben, aber das wird euch nichts im Zweifel bringen, denn wie gesagt, dieser wunderschöne Laptop wird später dann auf Instagram verlost. Genau. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich die Infos zum Laptop und der neuesten Asus ROG Serie auschecken bei denen auf der Seite. Die haben jetzt ganz neue Modelle rausgebracht. Fresh von der CES in Las Vegas haben die mitgebracht. Ja und verlosen wir gleich. Vielen Dank, dass ihr auch unter anderem das Event möglich macht. Dankeschön. Ja. Gehen wir langsam mal zu Bahn Nr. 9 rüber. Ich glaube, es werden jetzt Leute wild, denn es sind doch nicht alle da. Es wird umgebaut. Ey, du kannst natürlich auch schon, wenn du dich halt fertig machen willst, nur noch ein Schlückchen Wasser. Ich kann hier nochmal den Tornado machen. Wenn du nochmal den Tornado machen willst. Julius, kannst du den Tornado? Das geht hier. Möchtest du hier den haben? Möchtest du auch mal den Tornado machen? Wie geht denn der Tornado? Ja, du musst hier einmal so richtig komisch im Kreis zappeln und dann rein die Olga. Komisch im Kreis zappeln mache ich oft, aber ich weiß nicht so. Also ich habe jetzt meine Technik nochmal erweitert. Ich glaube, ich muss mit einer Hand quasi oben festhalten, damit das mir nicht im Mund rumeiert, wenn ich das hier so rumeier. Weißt du? Klar. Ja, hast du verstanden, oder? Ich probiere das noch einmal. Warte mal, ich muss aber kurz hier mein Pullover in Sicherheit nehmen. Ich habe keinen Bock, dass der nachher voll ist mit deinem Zapper. Aber vielleicht nochmal den Laptop nochmal an die Seite. Ja, den Laptop. Den sollten wir zusammen. Julius, das musst du gleich machen und im Finale wollen wir sehen, wie du das professionell gut machst. Easy. Okay. Also, probieren wir nochmal. Huch! Das sieht ja Hammer aus. Das hat mir gar keiner gesagt. Ja, irgendwann musst du doch die... Ey, keine Ahnung, wie das geht. Guck mal, die Jodie, die kennt sich aus. Ich kann das leider nicht. Aber das ging ganz gut. Also, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr geschafft. Mach mal einmal so einen Schwung. Einmal nur so. Einmal nur? Einmal mit einem richtig festen Schwung. Okay, das sah wahrscheinlich eher aus wie der Lapti gerade. Ich bring ihn mal wieder in Sicherheit. Einmal. Ja. Wir glauben an dich, du schaffst das. Direkt an den Geschmacksnerven vorbei, ne? Da ist aber... Jetzt zieht er aber durch. Ich habe für dich auch einen ganz krassen Tipp, wo du noch richtig gut Geld verdienen könntest. Wow! Im Zirkus? Im Zirkus. Wir haben das ja nie gedacht, Jay. Ich meinte im Zirkus. Ja, schön. Oh, eine Zwiebel im Nacken. Ich freue mich schon, wenn du jetzt die ganze Zeit auf der Kamera bleibst. Das wird hart dann für dich, ne? Also, ich glaube, das schießt jetzt dann auch durch die Nähe durch. Also, ich habe Gänsehaut ein bisschen und im Nacken Zwiebel ist es auch ein bisschen. Also? Ich habe mich hier auch nur reingefoodelt, weil ich kurz vorschlagen wollte. Habt ihr nicht Bock, mal ein paar Spielerinnen und Spieler zum Interviewen? Wie es so bisher läuft und sowas? Kann wir gerne machen. Ja. Weil dann war von der Platzkurs, bis der Umbau ganz fertig ist. Sammelst du mir da wen rein? Ich kann hier einfach Leute reinschicken. Natürlich, wenn du möchtest. Dann kannst du mir gerne. Ja, weißt du, ich kann jetzt natürlich auch Leute suchen gehen. Trinken. Ich meine, ich gerade sehe einfach zwei Leute. Aber ja, warum nicht? Ich weiß, ich weiß ja. Dann kannst du gerne Jodie und Sonja hier reinholen. Ich weiß, warum die Jugendlichen von heute sowas cool finden. Ich muss sagen, das gibt mir auch so ein bisschen ... Dankeschön. Dankeschön Jodie hier nochmal an der Stelle für die Einweisung, wie man sowas macht. Hast du das schon mal gemacht? Krass, ne? Ne, noch nie. Einmal und es war katastrophal. Aber ich habe es mir angeguckt, wie die andere das machen. Es ist nicht mein Ding. Du hast es selbst schon ausprobiert. Ich habe es schon ausprobiert, aber es war katastrophal. Es gibt sogar Fotos davon auf meinem Instagram. Kann man finden, wenn man sucht. Wie heißt dein Instagram? Jodie Kalussi. Ist das schon älter? Ist das schon älter? Das ist schon älter, oder? Da muss man ein bisschen durchscrollen. Ich wollte gerade sagen. Ich habe immer mehrere Bilder und am Ende von meinen Dingern sind immer die Besten. Also ihr müsst immer bis zum Ende ... Ja, die können das dann, die zwei. Ja, hinter der Kamera wird schon wieder geprobt. Ja, ja, na klar. Ja, wie läuft es bei euch? Wie zufrieden seid ihr jeweils mit eurer Leistung aktuell oder mit der Teamleistung? Ihr führt ja aktuell mit 21 Punkten vor den anderen Teams, die 26 Punkte jeweils haben. Das ist schon sehr krass. Wir wurden auch gerade schon gefragt, ob wir noch dran wären und dann wurde festgestellt, wir sind nicht mehr dran und haben fünf Punkte Vorsprung. Also ich bin sehr stolz auf mein Team. Aber wollt ihr, um die Spannung zu erhalten, vielleicht auch gleich einfach mal so ein bisschen euch gehen lassen? Also ich weiß nicht, ob ihr das nächste Loch gesehen habt. Nee, noch nicht. Die Schlange. Da muss man in den Mund der Schlange den Ball. Ah, ja. Und das auch mit Druck. Also das ist echt ein langer Weg. Und wenn man da nebendran schießt, dann fliegt der Ball entweder raus, aber wer nicht versucht, ins Maul zu schießen, der ist ein Lappen. Ja, guck mal. Das ist dein Kampfspruch für das Loch Nr. 9. Lappen! Ich habe in der Probe einmal auch dort abgeschlagen an der Bahn und der Ball ist direkt einmal rauskatapultiert und dann irgendwie jemandem fast ins Gesicht geflogen. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier hinter dem Tisch sitze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Bahnen von außen, die sehen einfach aus, wenn man die schlägt. Die sind echt tricky. Also das ist hier schon... Ja, weil die auch so uneben sind, ne? Die sind halt nicht so glatt wie normale... Ja, und das ist ja noch dieses Gras. Genau, ist alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach, wie es wirkt. Aber wir machen das trotzdem sehr gut. Die sind total krass. Ja. Also die Teamleistung, die zählt. Ja, also bei euch, wenn ich das so angucke, ihr habt jetzt keinen negativen Ausreißer wie jetzt zum Beispiel Peter mit seinen 12 Punkten. Ja. Also... Aber Peter wird auch benachteiligt, Mensch. Peter wird benachteiligt, meinst du das? Sagst du das als Moderator oder ist Peter wirklich benachteiligt? Willst du ihm das wirklich gönnen? Ich wurde tatsächlich auch jedes Mal dazu berufen, anzufangen. Also der darf sich gar nicht beschweren. Also wie gesagt, wir haben ja uns einen Clip bei dir angeguckt. Das war ja, als der Ball quasi, der war ja schon drin. Das war ja wirklich ein Lacki. Ja, das war ja zweimal schon. Das hätte ich dir auch gegönnt. Das war nämlich echt eine gute Leistung. Aber da ist dann ganz wichtig, Ruhe zu bewahren. Das sind auch die Profis, die dann einfach weitermachen, runterschlucken und dann geht's auch trotzdem. Ja. Die Hold'n Runs kommen noch. Ja. Bin mir sicher. Aber eins haben wir bisher gesehen. Von Christian. Von unserem Team. Ja. Vielleicht legt ihr da ja noch nach. Mal schauen. Und vielleicht können wir ja noch jemanden interviewen. Den Paul zum Beispiel. Paul. Der ja auch ein Profi ist. Und noch weiterhin viel, viel Glück. Dankeschön. Viel Erfolg. Okay. Wir bleiben. Wir bleiben. Also tschüss Joanie. Hallo Sonja. Achso, du musst deine Kameradin mitnehmen. Nehmen Sie Sonja mit. Paul. Hi. Es hat sich ausgezahlt. Wie teuer war dein Outfit? Mein... Tatsächlich? Also wirklich. Ich hab's ja gesehen in deiner Insta-Story. 47 Euro bei Amazon. 47 Euro. Das ist nicht schlecht. Es war ja auch noch ein Polohemd dabei. Aber Peter sagte mir dann, du kriegst eins. Ach, wir haben dir quasi auch dein Polo... Also du musstest auch noch mal jetzt zahlen gerade das Hemd, ne? Peter hat dir das verkauft quasi. Du musst das anziehen, aber kostet 50 Euro extra, wenn man heute mitspielen darf. Kann man günstiger bei uns im Shop erwerben. Paul wurde hier redlich abgezogen. Gibt's auch im Shop, echt? Bei uns im Shop gibt's das auch. Das glaube ich. Das Anthrazit, wenn ich mich rieche. Oder ist das das schwarze? Das schwarze. Das schwarze natürlich. Also das gibt es, ja. Also wenn ihr Fan von Team PvP oder dem Event seid, könnt ihr da gerne zulangen. Macht sich auch, glaube ich, im Alltag ganz schön. Ist auf jeden Fall von der Qualität her echt schön. Ist schön. Definitiv. Aber Paul. Paul führt aktuell. Du bist halt krank. Paul führt. Paul führt. Man muss sagen, Paul ist in Führung. Ich führe auf der Liste, aber wir alle, oder zumindest wir drei, wissen, glaube ich, dass Chris einfach eine Bahn mehr gespielt hat als ich. Das kann man natürlich, also ja, kann man natürlich ver... Erzählen. Das heißt, ich muss hier aber jetzt, weil ich bin ja als nächstes dran, ein Hole in One machen, dann sind wir gleich auf. Nee, dann bist du, glaube ich, immer noch vorne. Dann bin ich... Ja, wir sind ja beide Platz eins, aber ja. 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 Aber ist ja easy. Ja, denke ich auch, weil das mit der Schlange, das ist ja prädestiniert dafür. Also du kennst dich aus mit Schlangen, von daher rechne ich dir auch sehr viel Kompetenz auf dieser Bahn zu. Wirst du sie gleich würgen? Nein, weil ich habe... Nicht. Meine Strategie ist ja, mir wurde gesagt, eine volle Blase erhöht Konzentration und Entscheidungsfähigkeit, deswegen war ich jetzt schon lange nicht mehr auf Toilette. Ich muss sehr dringend auf Toilette. Okay. Verstehe ich. Ich trinke auch die ganze Zeit... Ich kann die Flasche sonst im Zweifel auch empfehlen. Nee, eben nicht. Sondern ich bleibe angespannt. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Ja. Sehr schön. Ja, also... Habt ihr eigentlich schon von eurer WatchBuddy-App erzählt? Ja, von der WatchBuddy-App schon. Weil ich habe Lenny direkt runtergeladen. Ich kann ja mal aktuell gucken, wenn ich gerade mal live hier schaue. Also als ich geguckt habe, war es Platz 14. Das hatte mich auch nochmal interessiert, so insgesamt in den App Store. Die Leistung am Schlageisen hat euch bisher am meisten überrascht. Überrascht? Von Jodie, Leon, Piet, Varion, Sturmwaffel, Milchbaum, Paul und Chris. Welche hatte ich denn am meisten überrascht? Ja, also du. Echt, Paul? Ja, natürlich. Oh, und du bist auch mit 28% aktuell führender. Oh, ja. Oh, ja. Also du bist wirklich... Also das läuft bei dir. Ich bin aber auch selber überrascht, muss man sagen. Das ist... Also bei den Pro... Ich habe zwei Probeschläge vorher gemacht. Die waren richtig scheiße. Also ich habe mich gewundert, wie es dann lief. Aber wenn die Kamera an ist, dann performst du. Genau, darum geht es, ja. Alles andere ist egal. Alles andere kannst du erzählen, was du willst. Ja. Es zählt, was vor der Kamera passiert. Und da hast du bisher delivered. Ja. Und die Community wertschätzt das. Aber... Ja, ich finde nur gerade, wo ich diese Tabelle da sehe, das ist schon krass, wie die Teamleistung Ja, also ich glaube, du musst mal Peter und Paul... Peter und Paul, jawohl. Peter und Flo in den Arsch treten. Ja, aber die müssen sich mal ein bisschen anstrengen. Die kommen jetzt. Das heißt, dann willst du jetzt ein bisschen entspannen oder willst du jetzt versuchen, weiterhin durchzuziehen? Ich ziehe an, die ziehen an und wir gewinnen. Ich habe ja... Also es ist eng. Es ist eng. Es sind fünf Punkte dahinter. Ich habe ja auf mich selber gesetzt. Ah ja. Du hast auf dich selber gesetzt. Wo? Äh, peatsmitwetten.de Punkt.de Alles klar. Ja, der ganz normale Standardseite. Natürlich. Ja, nee, dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns dann sofort an Loch 9. Machen wir. Ich freue mich drauf und euch hier noch viel Spaß. Ey, ihr macht das übrigens großartig. Du machst das auch großartig. War schön mit euch. Du bist ein ganz toller Minigolfer. Ja, vielleicht werden wir den ein oder anderen Profi heute hier zur Welt bringen und Paul fängt neben seiner Karriere bei Dr. Freud auch eine Minigolf-Karriere an. Profi-Minigolfer. Ich will auch. Und Jet-Zettel in die Welt. Ich will auch. Aber wir kommen zu Bahn Nr. 9, oder? Bahn Nr. 9. Ich werde mich schon mal mit meiner Moderatorin und Kollegen zusammen treffen. Sammel mal die ganzen Leute zusammen. Als Nächstes schlagen nämlich Paul, Bram und Sonja. Wenn ich das so richtig sehe. Wenn die das nicht umgestellt haben. Hier in meinem kleinen Zettelchen. Ich bin ja wie so ein Lehrer. Ich habe hier alle meine Zettel. Ihr seht das ja auch. Wunderschön. Warte mal. Ich muss hier nochmal meine Bälle hier richten. Warte mal, der setzt falsch rum. Warte mal. Oh Gott. Jetzt fallen hier die Bälle weg. So. Zack. Ja, sehr, sehr schön. Und ähm. Kann ich noch einen Clip von dem Tornado sehen? Du kannst nochmal den. Von deinem Tornado. Dein Tornado-Clip. Ja, den müsste ich suchen. Im Zweifel frage ich vielleicht die Mods, ob die das nochmal clippen können. Und dann können wir das beim nächsten zugucken. Ob wir deinen Clip nochmal da finden. Ja. Ja. Also wenn ich Lehrer werde, ich würde übrigens die ungehörigen Schüler, ihr wisstet, wegtasern. Da. Selbst Tornado. Perfekt. Den habe ich mir schon mal für die nächste Highlights abgespeichert. Vielen, vielen Dank, lieber Chat. Ja. Also wie gesagt, immer wieder weiter gerne die Clips einblenden. Und beziehungsweise reinschicken. Clips machen und reinschicken. Das ist immer sehr, sehr geil. Und ja. Ja. Ihr könnt, wie gesagt, diesen Laptop in Zukunft gewinnen. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank AOG, dass ihr uns quasi auch hier dieses Event mit ermöglicht. Was denn? Ich wollte den Clip mit. Du willst den jetzt gucken? Ja. Wir haben gerade festgestellt, unsere Kameramänner sind alle. Ich wollte sie nicht verpetzen. Ich wollte sie nicht verpetzen. Nein, bei Pizzen, wir sind ja transparent und ehrlich. Unsere Kameramänner sind alle mal eben auf dem stillen Örtchen. Und deshalb können wir hier, glaube ich, ganz gut nochmal überbrücken. So. Pass auf. Da kannst du gucken. Oh. Da kannst du gucken. Da ist live. Da ist meins. Okay. Play. Aber da nochmal. Nein, das war der Erste. Oh, das war der Erste. Stimmt. Das war der, der nicht so gut war. Das hatte sehr viel Potenzial. Danach haben meine Lippen sehr wehgetan. Das glaube ich. Oh. Ich habe mich verdrückt. Hoch. Oh no. Das war der Gute. Entschuldigung. Nein, wir sind drauf. Wir sind drauf. Ich wollte den gerade nur parallel dabei. Die Regie ist gut dabei. Dann habe ich der Regie jetzt gerade den Schrecken des Lebens eingejagt. J-Tab draußen, die Regie so auf den roten Knopf. So, jetzt können wir nochmal den ersten Tornado, den Entjungferungstornado von Sebastian dann angucken. Zack. Ich weiß nicht, die Kameramänner haben wir glaube ich gerade verloren. Aber sonst haben wir sehr viele kompetente Menschen hier. So, ich nehme die Kamera gleich auf die Schulter. Das ist kein Problem. Ja. Das sieht eher wirklich aus. Also ich sag mal so. Du hast es versucht. Ich würde auch nicht sagen, das war versucht. Das war wer. Das war wer. Das, also ne. Das hast du sehr schön gemacht. Das bitte löschen. Das war ich. Das ist jetzt im Internet. Das ist jetzt nicht mehr. Das wird nicht mehr rauskommen. Das ist okay. Wir müssen den Progress sehen. Das wird nie wieder rausgehen. Das wird nie wieder rausgehen. So und jetzt haben wir noch natürlich den richtigen. Ja. Das war stets bemüht. Ja, das ähm. Ja, bemüht war ich, aber boah. Zack. So, Jules steht auch schon im Hintergrund. Ich lieb's halt, wie du einfach schon das Notebook aus der Schusslinie trägst. Ja, auf jeden Fall. Das wird doch verlost. Ja. So, gucken wir uns das an. Oh, das sieht professionell aus. Ja, das war nach dem Coaching von Jody. Du hast den auch weggezogen. Oh, das sieht aus wie... Du hast den komplett weggezogen. Und der hat wirklich durchgesprudelt dann? Nee, ich glaub bis zum Ende nicht. Aber sehr lange. Also ich hab diesen Unterdruck halt gespürt. Und ich hab am Ende, hab ich keine Luft bekommen, weil dann noch so dieses... Weil es wirklich in allem durch war. Ich hab nicht zwischendurch geschlucken können, weil es so reingezogen hat. Ui. Spannend. Hab das noch nie gemacht. Wunderschön. Danach hab ich mich echt besser... Also, weiß nicht. Vielleicht liegt's auch an dem Eistee. Wer weiß. Bestimmt. Bestimmt. Ihr seht ja aktuell quasi hier den Zwischenstände, ja? Ja. Wer hat euch bislang am meisten so... Wer ist herausragend? Ja, Paul. Also, ne? Klar, Paul. Ich find Freddy aber auch echt solide, muss ich ganz ehrlich sagen. Freddy hat aktuell, wenn ich das richtig sehe, sieben Punkte. Ja. Also läuft bei ihm. Auch wenn Leon vielleicht beim Esel sehr viel Pech hatte, muss ich sagen, da war trotzdem an Bahn... Was war das? Fünf? Ja. Da war ein richtig geiles Ding dabei. Das Hole in One in... Drei. Ja. Das war... Das war nice. Das hat mich impressed. Ähm... Gut, der Esel, der war halt... Ein bisschen ein Esel. Aber dafür gab's ein echt schönes Bild. Vielleicht krieg ich da den Clip nochmal von, wie er genau hinter dem Esel stand. Ja. Das war eine perfekte Perspektive. Das war schon ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ne, aber ja, aktuell ist es ja echt eng. Also wirklich 21 Punkte, 26, 26. Und Chris nach wie vor mit dem einzigen Hole in One faktisch jetzt. Absolut, ja. Das von Leon, das zählt jetzt natürlich nicht. Ja du, also ich wollte keinen Stress machen. Also wir könnten auch weitermachen, wenn wir los... Wenn... Also... Ach Mensch, die warten alle auf uns. Wir waren ja schon alle. Dann geht doch einfach mal rüber. Mensch... Na gut. Ich sag kurz Tschüss. Ja, Tschüss. Ja, hier. Und ich sammel dann weiter. Und dann gehen wir gleich direkt rüber, wenn die Jungs und Mädels, also wenn Melli und Sepp dann in Position sind. Und ja, wie gesagt, Asus Rock Strix Scar 17, so heißt dieser wunderschöne Laptop. Den könnt ihr später, nicht später, den könnt ihr in den nächsten Tagen dann auf Instagram gewinnen, wenn das dann verlost wird. Aber da werden wahrscheinlich dann nochmal Melli und Sebastian später zu erzählen, wenn dann an Bahn 15 die AOG-Bahn gespielt wird. So, und jetzt würde ich sagen, sind die anderen beiden in Position. Und ich sag mal so. Ich geh essen. Ja. Unsere Nippel sind hart. Die Gegner sind bereit. Das hat er gesagt. Nein, warte mal. Das hat er gesagt. Also Leute, wir sind jetzt an Bahn 9. Das ist ganz groß. Also, das habe ich nicht unterschrieben. Du hast ja auch eine Jacke an. Bei dir ist das vielleicht nicht so. Aber... Wir kommen zu Bahn Nr. 9. Dort wartet eine große Schlange auf uns. Eine große Schlange. Beziehungsweise auf unsere Kontrahenten. Und die liebe Milchbaum... Warte mal, wer hat denn gerade Bahn Nr. 8 gerockt? Ich weiß es nicht mehr. Das war zum einen Jodie. Du hast drei Punkte gekauft. Du hast bestimmt drei. Varion. Varion hatte... Also der Flo hat gepunktet. Das heißt, der liebe Paul beginnt hier diese Strecke und schaut schon den besten... Siehst du, er fängt schon an das Grün zu lesen, liebe Leute. Genau so muss man das nämlich machen. Okay. Der hat da nämlich aufgepasst. Als du mal endlich erklärt hast, wie man das macht. Aber wird angegriffen von ihrer Kontrahenten. Denk dran, kein Friendly Fire. Cool. So, wir haben eben gefachsimpelt, ob es sich hier um eine Anaconda oder um eine Python handelt in der Mitte dieser wundervollen Bahn. Sepp, gibt es hier irgendwelche Vorgaben, was die Playlines angeht? Ne, hier gibt es keine Vorgaben. Du kannst einfach ins Loch reinballern. Das stimmt. Oder von da aus über die Ecke mit Bande und weiß ich was. Schön mit FD. Darf ich hier durchspielen? Da darfst du durchspielen. Du darfst... Team! Aber du musst... Okay, nur Peter ist da. Warte mal. Ah? Was? Ich bin verwirrt. Ah, okay. Was? Das... Also... Wenn... Wenn die... Wenn die Obrigkeit... Also alles gut. Ich stehe hier auch einfach nur so rum und überlege, was jetzt gleich passiert. Aber ich glaube, hier wird nochmal kurz beraten. Also hier darf man nicht. Okay, da... Die Abkürzung geht nicht, oder wie? Safe. Oder Anaconda, der kann aber zurückkommen. Oder durch die Schlange, oder? Oder durch die Schlange. Genau. Bei mir steht zwar, hey, spiel wie du willst. Aber es wurde sich jetzt hier geeinigt darauf, dass nicht abgekürzt werden darf. Ich bin nur froh, dass nicht nur ich Probleme mit den Regeln habe. Die liegen wo ganz anders die Probleme mit den Regeln. Verzeihung. Verzeihung. Oh! Halleluja! Die hat gewirkt ein bisschen. Aber das ist okay. Paul, manchmal braucht man ein bisschen Gefühl. Haben wir denn schon nach zehn? Nee, noch nicht. Aber okay. Mit Gefühl sagst du, ja? Der Ball war außerhalb. Ich meine, Sepp, wir sollten hier nicht stehen. Das ist das, was ich jetzt sagen möchte, wenn er da jetzt schon wieder so draufhackt. Das waren zwei Schläge. Moment, der zählt als Strafschläge. Wenn ich den aufgehalten hätte, wäre der nicht als Strafschläge. Du darfst doch nicht den zurückrollen. Du kannst das nicht. Nein, du kannst das nicht. Der war im Aus. Der war im Aus. Also nur ein Schlag. Nee. Zwei. Zwei Schläge, weil der wäre hinten rausgerollt. Okay. Ja gut. Ich wollte es ja nur wissen. Also ein Strafschläge. Ja, ich auch nicht. Weil er von der Bahn gerollt wäre. Hui. Oh. Oh. Hätte ich das gewusst. Es ist ja faktisch so, als wenn du durch die Schlange gespielt hättest. Ja. Sollen wir mal gucken? Direkt am Ausgang. Jay hat vorhin gerätselt, ob da die Waden rasiert sind oder nicht. Ich würde es recht behaupten. Nee. Aber das ist egal. Ich habe ihn dran vorbeigehen sehen. Aber da war die Lochkante mit dem Paul. Und das sind dann jetzt... Drei Schläge, aber vier Punkte, die dort angerechnet werden. Super. Ja, schade. Kann man machen. Ich finde, die Bahn sieht aus dem ersten Blick halt einfach aus. Aber ich finde, das täuscht halt wirklich sehr, weil du hier halt diese Kante hast, wo du auch ganz einfach drüber schreiben kannst. Er hat mir die Faust gegeben. Und wir haben noch nicht gesehen, wie die Schlange sich verhält. Richtig. Bisher war sie noch nicht gönnend. Nee. Aber... War ein bisschen zu wild mit der Schlange am Anfang, ne? Aber... Hättest du vorher noch zum Essen einladen müssen? Ich dachte, viel hilft viel. Ja. Aber... War nicht so. Also ich kann hier Tipps für die nach mir. Ja. Geht sanft mit der Schlange rum. Ja. Mit ihr Fell. Also das haben wir vorhin in der Insta-Story auch schon ausgiebig diskutiert. Lol, dann hätte ich aber echt viel weniger Kraft eingesetzt, wenn ich das gewusst hätte. Aber Paul, to be fair. Ich dachte auch wirklich, der strudelt durch die Schlange. Nee. Aber um dich zu beruhigen, wir haben fünf Minuten lang da vorgesessen und haben versucht, den Ball in den Dingern liegen zu lassen. Nein. Bis wir gecheckt haben, dass das... Ich war einer von denen, der das fünf Minuten probiert hat. Ey, ich find's aber auch gut, wie viel Informationen ihr teilt, ihr blöden... Aber alle... Nachdem du geschlagen hast, meinst du? Also Sonja hat jetzt ein paar Informationen, die vorher der Paul nicht hatte. Mal gucken, ob sie das weiterbringt. Wir haben ja die Verschwörung eigentlich schon am Anfang. Ich bin gespannt. Sonja, bist du bereit? Ich seh deinen Ball nicht. Ah. Okay. Einmal eine kurze Ansage an die Schlange. Direkt zeigen, wer hier die Herrin im Haus ist. Hier darf jetzt irgendwie ein bisschen drauf. Schön autoritäres Auftreten. Ich finde immer noch, dass wir hier ein bisschen fehlplatziert sind, aber... Ach du. War das schon ein erster Fehlschluss? Nee. Sie hat nicht den Ball geschlagen, sondern die Schlange. Oh, was? Das war eine Abkürzung. Ich mein... Faktisch gesehen war das eine Abkürzung, aber das ist okay. Richtig, aber das ist okay. Genau. Der erste Schlag. Das war gut platziert. Ja. What the fuck? Weil Raph ist nicht gleich aus. Sie hat die Schlange gespielt, liegt aber hinter der Schlange. Also das muss man auch erst mal hinkriegen. Oh. Nein. Das war schon weit weg. Und wieder auf dem Rand herum, der Ball. Das ist immer besonders gemein, finde ich. So, jetzt schauen wir mal. Dass der jetzt auch vorbeigeht, ist natürlich traurig, Sonja. Konzentrieren. Das ist der. Oh, Paul. Ich glaube, sie visiert dich gleich an. Ja, ist ja okay. Oh. Oh, weil du sagst. Du glaubst nicht an mich. Oh, aber der wird's jetzt. Oh. Vier, fünf. Oh. Schade. Ja, weil ich hier immer rede. Das waren fünf Punkte für Team Wolfie. Mh. 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 Das, das war jetzt natürlich. Warte mal. Werden hier schon die ersten Allianzen gebildet? Das waren die fünf Punkte, die aktuell ja. Oh, stimmt. Stimmt. Ihr habt's gejinkst. Oh, wenn Bram jetzt ein Hole in One macht. Oh, wenn Bram jetzt ein Hole in One macht. Oh, dann gehen sie vorbei. Dann sind sie punktgleich. Mit wem? Jetzt verstehe ich. Mit Team Golfie. Du warst nicht. Wer war das? Dann seid ihr Erster. Aber Bram, gar keinen Druck auf dich. Wer war Golfie? Jetzt verstehe ich das. Das sind Falk auch Leute. Die werden schon die ersten Allianzen gebildet zwischen den Teams. Okay. Schwierig, wie sich das entwickelt. Leider ist die Lüge. Ich weiß, dass die Schlange eine Lüge ist, ja. Bin sehr gespannt. Ich bin auch. Ob jetzt endlich die Schlange vernünftig gefühlt ist oder ... Ich hab ein bisschen Angst noch immer hier zu stehen, aber wir ziehen das jetzt durch, Sepp. Das war mit ihr Fell und ... Jawoll! 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 Boom, yeah! Das zweite Hole in One ist zu mir, meine Damen und Herren. Liebe Zusehenden, das ist der Wahnsinn an Bahn 9. Wir Brammen hier an dieser Stelle. Brammen hat es gemacht. Du hast es noch gesagt. Nein, und damit sind sie auf dem ersten Platz. Mit Team Golfie. Das ist der absolute Wahnsinn. Wow! Und wir haben noch so viele Bahnen vor uns. Oh, ich freu mich richtig. Hättest du mir auch gedacht? Das zweite Hole in One. Ja. Brammen, wie fühlt man sich danach? Ich möchte ganz kurz sagen, ja. Alle, die unserer App Watchbody nicht an uns geglaubt haben. An unser Team Grün. Ja? Das ist ... Aber sie haben jetzt noch die Möglichkeit für dich abzustimmen in der App. Für uns. Für dich ganz persönlich. Welcher Spieler am meisten überrascht hat an diesem Abend. Da war vorhin noch Paul an erster Stelle. Das stimmt. Aber vielleicht nach der Leistung könnte sich da ein bisschen was ändern. Ja, da weiß ich ja nicht. Nach der Leistung bin ich mir nicht mehr sicher, ob er Paul wählen sollte. Ich möchte da die Abstimmung natürlich nicht beeinflussen. Aber ... Wir sind anweist. Solltet ihr mal reingucken. Genau. Solltet ihr mal reingucken, wenn ihr für Brammen voten möchtet. Wahnsinn. Also hat mich sehr impressed, muss ich ganz ehrlich sagen. Grünes Ding, wa? Grünes Ding. Das war ein grünes Ding. Titelkandidaten vom Thron. Na nicht verstoßen, aber mit draufgesetzt. Jetzt haben wir eine Punktgleichheit. Alles grün. Alles grün. 16 Bahnen werden wir in totale spielen. 9 haben wir nun erfolgreich hinter uns gebracht. Genau. Und jetzt gehen wir mal zu 10 direkt über. Genau. Und da ... Auf der Bahn Nr. 10 ... Da sehen wir wieder ... ... haben wir eine ganz besondere Spielart. Ihr seht's ja wahrscheinlich jetzt wieder neben uns. Wir müssen den Maja-Kopf einmal liften. Ihr seid jetzt mehr Führende. Es ist nur noch uns als den großen Anstand der Führer. Da habe ich eine kleine Frage an unsere entsprechenden Regelkollegen. Was heißt denn den Maja-Kopf einmal liften? Wenn da ein Ball durchgeht, Freddy ... Wird der dann ... Ah! ... rum? Oder ... Nein! Ach nee, wie cool. Oh! Ach, wie cool. Das ist ja cool. Du verstehst ... Das heißt ... Wahnsinn. Ich bin gespannt. ... Er hat uns ja ganz toll demonstriert, wie es geht. Mal gucken, ob er denn jetzt auch so spielt. Ja, du brauchst ja was zum Tauschen. Ja, genau. Also man muss ja auch dem Maja-Gott ein bisschen was geben. Sonst wird's ja nix mehr, die Nummer. Freddy bereitet sich vor. Aber ich würde sagen, noch ein Stückchen zurück. Ja, ja. Ja, ja. Nicht direkt vorm Loch starten. Ach so, geht? Damit du schön daneben stehen kannst. Peter, alle müssen gleich starten. Ich merke mir das nur. Merkst du dir das mal? Nicht, dass ich dich jetzt gleich mit meinem Popo berühre, lieber Kameramann. Wir kennen uns noch nicht so lange. Alles gut. Ich freue mich, die Moderatoren. Freddy macht sich bereit, um den Maja-Kopf zu huldigen. Wo ist noch Kamera? Was ist passiert? Ich glaube, da wird noch weiter ... Da ist der Esel umgekippt. Tatsächlich, ja. Der Esel ist umgekippt. Okay. So. Anbahn Nummer 10. Wir haben unsere vorgegebene Playline, die geradeaus durch die Mitte ist. Eiskalt ist er! Eiskalt ist er! Eiskalt ist er! Eiskalt ist er! Und um jetzt den ... Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Ich habe gelernt, an den Füßen oder Händen ... fasst die Figur sich an den Hintern? Ich weiß es nicht. Aber der Ball rollt ... Oh, starker links drauf. Der war nicht so gnädig, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, inwieweit man das beeinflussen kann, ob die Kontrahenten das vorher einmal getestet haben. Das ist auch ... Oh, 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 oh! Aber Team Spirit ist da ... Was denn? Da wird nochmal angefeuert für den hoffentlich letzten Schlag, wer weiß. Ich wollte gerade sagen, potenziell könnten es hier zwei Schläge werden, mit denen die Bahn 10 bezwungen wird von Freddy. Und da ist es auch! Da ist es auch! Schön ins Loch geknallt, den Ball. Und somit mit zwei Schlägen die Bahn 10 erfolgreich auf die Scorecard gebracht. Also es war ganz schön viel Speed, der am Abschluss da nochmal aufgebracht wurde. Aber hey, Freddy hat es mit Skill einfach reingemacht. Genau. Also die Kugel hat sich gedacht, noch drei Runden drehen und dann rein. Ja. Sah gut aus. Aber als nächstes sehen wir ... Bin ich dran? Peter. Peter, auf geht's! Okay. Peter, muss ich jetzt erstmal ausziehen. Sorry, hab ich dir deine Schau kaputt gemacht. Entschuldige mich. Da trage ich deine Jacke. Das ist aber lieb. Dankeschön. Bitte sehr. So, ich wollte dir nämlich zeigen, wo du den Ball ... Ich hab mich jetzt hier dran orientiert. Der unangenehm ist. Also so. Peter, du musst leider ein bisschen weiter hinten anfangen als Freddy. Ist doch wirklich weiter hinten als Freddy. Das ist ... Das ist weiter hinten als Freddy überhaupt nicht. Das ist weiter hinten. Ich würde ihn ein ganz kleines Stückchen weiter vorne geben. Das ist ja Quatsch hier. Das ist okay. Also nur, weil du jetzt hier den komischen Stefan Rabe die Regeln nochmal überprüfen raushängst. Man merkt es irgendwann. Jetzt kommen die Zentimeterentscheidungen. Hab ich ein bisschen geschielt. Sorry. Ja, nee, alles gut. War absicht. Dafür sind wir auch ein Moderatoren-Duo. Genau. Denn vier Augen sehen mehr als ... Nein! Oh. Das haben wir auch gesehen, oder? Das haben wir auch gesehen. Der ging daneben. Muss ich jetzt von hier weitermachen? Jetzt musst du ... Ja, jetzt musst du von da aus weitermachen. Das ist richtig, Peter. Jetzt muss ich von hier aus da rein. Ja, genau. Von da aus. Aber du kannst ... Darf ich auch außen rum? Genau. Das haben wir ja vorhin besprochen. Du bekommst jetzt keinen Strafschlag, weil du nicht vom Start aus schließt. Schießt. Warum ist das? Ach. Oh. Peter wählt ... Uui ... WAR! Uiuiuiuiuiui! Schlag Nummer zwei ist kurz vor dem Loch verhungert. Leider... Das war knapp. ein bisschen mehr Bananas essen müssen vorher. Ich wollte gerade sagen, diesen seltenen Moment habt ihr hoffentlich geklippt und können wir uns später noch mal anschauen, aber immerhin drei. Drei ist okay oder? Drei ist vollkommen in Ordnung. Danke, danke, danke. Mit der drei reingemacht. Ich hätte aber gerne den einmal gehoben, jetzt will ich den so heben. Darfst du. Danke. Oh, das fühlt sich gut an. Ich nehme dir meine Jacke wieder ab. Danke fürs Halten. Ist kalt, ne? Ja, es ist wirklich kalt. Christian versucht mit der Bahn zu flirten. Ich hoffe, dass ich das Ding ziehen muss. Streichel ich vorher, genau. So, Chris stellt sich auf, um den Ball anzusprechen. Den Probeschwung wollen wir trotzdem sehen. So. Meinst du nicht ganz so feste? Ja, mach mal so nach Gefühle, aber nicht zu feste. Du musst ja nicht durch. Da gibt's auf jeden Fall Tipps. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt, das, was ich dir gesagt habe. Beide. Okay, beide Ohren reiben. Ja, aber da unten ist ja auch noch einer. Der wird immer vergessen. Deswegen funktioniert das nicht. Ah, okay. Da wird alles gerieben. Da ist noch ein Kopf. Da ist noch ein Schrumpfkopf. Beruhigt euch. Oh, der kommt gut. Aber auch wieder links. Ich hätte mehr streicheln müssen. Aber macht auch Sinn. Christian könnte jetzt hier auch in zwei schließen. Ja. Genauso wie Freddy gerade. Und so sieht es aus. Zwei weitere Punkte für die Golfis. Das heißt, weiterhin sind Golfis und Team Grün auf Platz Nr. 1. Ja. Und Team PvP auf Platz Nr. 2. Nach Loch 10. Also, ich mag das mit dem Mechanismus. Ich find das auch cool. Dass du halt auch wirklich was machen musst. Ich find das einfach gezockt. Minigolfbahn eh viel cooler. Das stimmt. Mal gucken, was wir auf der nächsten Bahn zu erwarten haben. Das ist die Bahn Nr. 11. Sollen wir mal rüber? Komm, wir gehen einmal wieder durch die Kulisse. Dort haben wir auch eine Vorgabe, was die Playline eingeht. Und da dürfen wir uns jetzt was aussuchen, Melli. Wir haben die Wahl zwischen Playline Nr. 2 oder 3. Ich glaube, das ist ja auch dieselbe. Das heißt, du darfst entweder rechts gegen den Holzblock schlagen oder links gegen den Holzblock und dann rein. Das heißt, es zählt nicht in einem gerade durch, sondern man muss einen der beiden Banden treffen. Okay. Und wir müssen jetzt festlegen, ob rechts oder links? Ne. Ich glaube, beide sind okay. Okay, das find ich auch in Ordnung. Ich glaube, beide sind okay. Oh, dankeschön. Ja, da hab ich mir eben auch schon drum gemacht. Der Chat spammt die ganze Zeit Hashtag Jacke für Sepp. Oh, das ist sehr lieb. Ich hätte in meiner nächsten Pause auch mal eben... Also du kannst auch gerne, du kannst mir die gleich nachher zurückgeben. Ja, das mach ich gleich. Dankeschön. Oh, es ist wirklich ein bisschen kalt geworden. Ja, es ist arschkalt, ey. Arschkalt. Aber wir halten hier durch. Ganz genau, so sieht es aus. Bahn Nr. 11 und wir haben die Playline vorgegeben. Das ist quasi der Weg über die Bande, über die Holzhindernisse, die hinter dem Loch liegen. Und das bedeutet auch diagonal anspielen. Also wenn man links startet, muss man die rechte... Ja, das kann man ja machen, wie man möchte. Hauptsache, du triffst das Holz und der geht dann rein. Einmal Holz berühren und dann... Jetzt fängt aber das Team, was gerade zwei Punkte hatte, nämlich Team Golfi an. Denn Team Grün hat davor angefangen. Die haben auch zwei Schläge nur gebraucht. Jodie will einfach nie anfangen, aber darf immer anfangen. Es ist einfach ein Fluch. Das ist was Gutes. Das ist, weil ihr euch gut schlagt. Erst gegen die Wande. Oh, das ist so schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir in unserem Flight hier haben die schwersten Bahnen. Stimmt. Ne? Siehste? Die Team sind sich auch einig. Aber Jodie, du bist jetzt nicht nur schief. Auf den da. Okay, Jodie hat schon mal einen im Auge. Ja. Hoffentlich nicht im Auge, aber im Blick. Ich meine, im Prinzip muss sie den ja auch nicht mit dem ersten Schlag anspielen. Naja, wäre schon besser, sonst hast du einen Schlag mehr. Aber es wäre natürlich besser. Aber nach dem ersten... Ja. Du könntest auch einen Strafschlag direkt in Kauf nehmen und reinmachen. Nein, nein. Genau. Das wäre dann... Aber ich meine... Das ist auch schwer. Alles schwer. Wenn du den erstmal vorlegen möchtest, das meinte ich, wäre das auch eine Option ohne einen Strafschlag zu kriegen. Stimmt. Das meinte ich. Nein, gewinnen mit einem Schlag ist der einzige Way to go. Würde euch auf jeden Fall weiterhin den ersten Platz bescheren. Ja, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Und dann sagt die Jodie noch, dass ich sie immer so unter Druck setze. Und da hammer's doch. Das ist das dritte Hole in One des heutigen Abends. Alter. Ist das der Wahnsinn. Was für ne Bande auch. Ist das der Wahnsinn. Ehrlich. Wirklich solide durchgespielt. Ja, kann man das nennen. Ja. Der war solide. Der war solide. Hammer, es war fantastisch. Großartig. Ohne seinesgleichens. Auch wenn ihr hier auf der App WatchBuddy abstimmen wollt, vielleicht auch gerne für Jodie, die gerade hier richtig deliberiert hat. Also... Wow. Das stimmt. Wow. Das war Leon. Ja. Du weißt jetzt, wie es geht, ne? Ja, ja. Einflusswinkel, Auswärtswinkel, Mathe, LK... Sag. Du kannst immer noch direkt drauf. Ja, das gibt's auch. Ich kann's auch so sehen, ein Hole in One machen, das stimmt. Du kannst auch noch ein Stückchen weiter vor. Ja, das würde dich dann... Wie ist das denn eigentlich, wenn man ein Hole in One... 0 plus 1. Ist das dann mit einem Punkt? Was denn? Weil du kriegst ja null Punkte für ein Hole in One. Ja. Aber einen Strafschlag. Dann kriegst du einen Punkt. Und nicht zwei Punkte, weil du hast ja einmal geschlagen und einen Strafschlag, weil... Ich verstehe. Ich verstehe. Ich gucke in Richtung der Punkte-Richter. Zähl das als Hole in One, wenn du nicht die Playline bespielst. Nein. Nee. Okay. Okay. Bitte was? Das ist richtig, aber nur ein Strafschlag, oder? Oh, Leon! Ja, aber das ist ja die Frage. Dadurch, dass es kein Hole in One ist, müsstest du dann eigentlich einen Schlag aufs Konto und einen Strafschlag aufs Konto. Alles betrug hier. Gut, dass das noch nicht eingeblendet ist, aber... Leon macht... Grün! Easy! Grün! Wahnsinn! Leon, du müsstest mal über eine Golf-Karriere nachdenken an dieser Stelle. Ja, ich geb Nachhilfe. Oh, direkt schon so weit. Okay. Hat schon Goethe gesagt. Das war wirklich gut. Das war gut. Und vielleicht schwitterst du dann auch was. Das war gut. Das, was Jolie gemacht hat, das war krank. Aber unseren Flo, die Kandidaten auf der Bahn, dürfen wir auch nicht unter die Schäffel stellen, denn Flo hat auch gezeigt, dass er was drauf hat. Das ist wahr. Also bis jetzt... Meinst du, ich soll hier weiter rüber oder was? Also Paul ist da, glaube ich, sein Mentor und... Nee, ich hab ihn einfach nur gefragt, weil Peter da hinten war. Ich sag's dir, das ist die Hose. Würdest du einen Lütten hier rüber gehen oder was? Ja, einen kleinen. Aber einen kleinen, nicht so weit, wie du gezeigt hast. Ja, ja, genau so. Okay. Die Bahn geht etwas steil nach oben und dann fällt er wieder ab. Nö, ohne! Hier haben wir ja in der Mitte den höchsten Punkt. Ich finde, das geht hier links runter und da geht ihr rechts runter. Das ist ja auch ein... Oh mein Gott, also, ich meine, das Holz war ganz klar angespielt, muss man sagen an dieser Stelle. Also, kein Strafschlag hier... Und ich frage, nein, aber er wollte es anspielen. Also Strafschlag? Nein, aber das war richtig, was ich gesagt habe, schweigt. Ist immer richtig. Aber ist angespielt worden. Der war dahin, hat er gespielt, in den Bunker fast rein. Hä, das ist seit dem Unterheizung. Was ist denn los mit euch? Okay, also wie viele Schläge waren es? Referee, wir haben Klärungsbedarf. Nein, was ihr sagt, ist richtig. Nein, was unser Ref sagt, ist richtig und da kommt ein Daumen hoch. Wir hatten vorhin auch den Fall, wo der Tunnel gespielt werden sollte und dieser nicht getroffen wurde. Wo der Ball dann daneben lag und dann war es okay, unter dem Obstacle durchzuspielen und nicht den Tunnel weiter zu bespielen. Das war okay, weil man dann ja mehr oder weniger einen Strafschlag bekommen hat, weil man schlecht gespielt hat. Dass er natürlich so gut dann liegt, das ist natürlich dann in dem Fall Glückssache. Aber er hat trotzdem zwei Schläge gebraucht. Absolut. Und was hier halt nominiert wurde, ist, dass beim ersten Abschlag nicht direkt das Holz berührt wurde. Aber es wurde ganz deutlich von der Körperhaltung und der Art, wie der Ball angesprochen wurde, angespielt. Sagen wir jetzt mal, nicht erfolgreich an der Stelle. Aber? Sind ja nicht alle Profis hier heute. Das ist das, was unsere Spielleitung sagt an dieser Stelle auf jeden Fall. Sehr viel Unmut schon an Bahn 11. Gut, dass wir noch fünf haben vor uns. Wunderbar. Es wird langsam hitziger, denn die Punkte werden knapper. Genau. Es werden weniger Bahnen und jetzt geht's langsam um das Eingemachte. Oh, aber hallo. Jetzt haben wir auch noch eine Bahn. Wunderschön. Die ist ja crazy. Wo ist unsere Kamera? Unsere Kamera ist da. Wir haben nämlich jetzt einen Tempel und diesen Tempel bespielen wir mit Playline 1 oder 2. Okay. Das heißt, 1 ist in den Tempel rein und 2 ist... Auch in den Tempel rein. Auch in den Tempel rein. Nur das andere Loch. Ja, also entweder hinten gegen, wenn man zu viel Schmackes hat und am Loch vorbei spielt, kann man hinten die Bande benutzen und rein ins Loch oder direkt rein. Genau. Aber man muss durch den Tempel durch, sonst bekommt man einen Strafpunkt. Ja, wir machen alle holen. So sieht's aus. Wir haben unsere Kandidaten, glaube ich, schon am Loch. Und gerade hat die liebe Jodie ein Hole in One gemacht. Das heißt, Sonja darf anfangen mit ihrer grandiosen Performance. Oh, das war so sarkastisch jetzt von dir. Nein, das war überhaupt nicht sarkastisch. Warum wollen wir alle was sagen? Weiß ich nicht. Du machst das immer so toll davor mit den Aerobik-Übungen und so. Ich finde das grandios. Ich habe gar kein Gefühl mehr. Es ist so kalt. Ich kann es verstehen. Deswegen habe ich... Aber ich habe den Ball gewechselt. Ich habe jetzt den Hole in One Jodika-Lucy-Ball. Ja, nice. Mega. Ich hoffe, dass der Spirit jetzt so ein bisschen... Oh, ich habe Umsatz. Also ich finde ja. Ich finde ja. Ich habe davon... Segne mich. Sonja macht sich bereit. Noch die letzten Teambuilding-Maßnahmen vor dem Abschlag an Bahn 12. Ab wo darf ich denn so hier? Ja, schon ein bisschen weiter hinten, glaube ich, oder? Weiter hinten? Aber mein Schuh... Ja, schon... Schuh. Ja, so ist gut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So ist okay, ja. Also einmal in den Tempel rein. Der Weg bis zum Loch ist relativ weit. Ich weiß nicht... Das ist echt ein bisschen Strecke. Das ist, glaube ich, mit Abstand die längste Bahn, die wir hier haben, oder? Ja, ich glaube auch. Ach, oder Strafschlag, ja. Wobei die 15 könnte... Ja, aber die ist schon lang. Die ist schon richtig lang. Zur Aufmerksamkeit! So. Bitte. Aufmerksamkeit, bitte. Hallo, hast du. Ruhe. Guck dir zu. Guck dir auch zu. Welches Loch nimmst du? Hast du das schon? Links oder rechts? Das wirst du sehen. Okay. Ich glaube nicht. Das ist ein Probeschwung. Darf man machen im Golf? Wenn der Ball nicht direkt angesprochen wird? Soll ich mehr so? Mit deinem Handgelenk? Du meinst ja, wenn der Ball eigentlich nicht angesprochen wird, dann ist der Probeschwung. Jawollo! Hallo! Und? Oh! Nicht schlimm, nicht schlimm. Alles gut. Genau so wollte ich das. Nee, es war perfekt. Liegt doch gut. Es klang mal ein wenig so, als ob der gebremst wird im Tempel. Ja, aber sie hat jetzt das andere gespielt. Vielleicht ist der noch auf die ein oder andere Schlange gestoßen? Oder in die eine oder andere Falle getappt? Ich weiß gar nicht, ob man mit Vollspeed da rauskommen kann. Ich glaube, wenn du den Winkel richtig triffst… Oh, zu viel, zu viel! Oh nein! Oh, der Ball ist im Aussep. Was bedeutet das? Das ist doppelt bitter. Man bekommt einen Strafschlag und muss an den Start zurück. Oh nein! Das ist jetzt… Oh nein! Oh nein! Das ist schön. Das war Schlag Nr. 2. Katapultiert… Plus einen Strafschlag, wie du schon angesprochen hast. Genau, auf drei Punkte. Ja. Katapultiert auf drei Punkte und naja, und man ist wieder ganz von vorne. Ja. Ich wollte nicht so fest… Hallo, schönen Tag. Dann schauen wir doch mal, wie sie das Loch jetzt meistern wird. Ja, großartig. Ich finde, du wertest das Ganze hier sehr auf. Ja. Ich war schon froh, dass ich überhaupt das Loch getroffen habe. Ich fand das auch super. Aber jetzt läuft das. Ich hab die einfach nur so in der Hand tatsächlich. Jetzt hole in one, in drei. Creme de la Creme. Oh, der war gut. Oh, der war… Wehe! Oh, besser. Ja, ähnliche Position. Boah, danke. Ja. Schön fegen, genau. Das ist richtig spannend jetzt. Oh, sehr gut. Das war sehr schön. Oh, aber das ist jetzt kritisch, ne? Ja. Ich mach lieber noch einen kleineren. Das ist ja wunderbar hier. Stell dich ruhig sonst wirklich mit dem Arsch in die Blume rein, ne? Also das darfst du. Genau. Genau. Oh. Ja, aber genau so sieht's halt aus auf dem Golfkurs. Ei. Das ist halt wirklich so. Bitte klappt jetzt mal an mich. Keiner klappt an mich. Wir klappen alle an dich. Ich nicht. Ich bin gerade. Genau. Meine Beinführung ist aber auch sehr schön, ne? Es ist nicht schlimm. Das ist alles sehr gut, wie du das machst. So gut. Oh. Nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Du kannst aber auch echt gut sein. Mit dem einen Strafschlag von vorhin sind wir jetzt wieder am Anfang. Oh Mann! Das ist jetzt bei sechs Punkten schon, da wir bis zehn spielen. Genau. Haben wir noch vier. Ei. Du machst das. Du wirst sie nicht brauchen. Ei. Wow. Der Druck ist gar nicht da, Sonja. Denk an deinen besten Freund. Und immer wenn es um was geht, dann... Ja. Warte, warte, warte. Aber so akkurat, wie du immer diesen Tempeleingang triffst, ja? So, jetzt einfach ein bisschen, bisschen mehr als vorhin. Nur ein bisschen. Sehr gut. Sehr gut. Das war Schlag Nummer sieben. Du kannst es doch. Schwanz und zieh auf die Falter. Ehrlich. Du hast alles vergessen. Der Schlag war fantastisch. Jetzt rein. Jawoll. Mit der acht... Sehr gut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Mit der acht geht's dann ins Loch. Vielleicht machst du die anderen da anders. Und neun Punkte werden, glaube ich, damit angerechnet. Au, Backe. War ganz knapp vor Ende. Ja. Das hatten wir bisher noch nicht. Aber mal gucken, wie die anderen sich schlagen. Das war die erste Kandidatin, die hier an den Start gegangen ist auf Bahn Nummer 12. Die anderen beiden Teams müssen ihre Spielenden noch hier quasi in das Battle von Bahn 12 entlassen. Wer darf denn als nächstes? Als nächstes müsste dann ja... Wer hat mir so lange hier gestaltet... Ich hab den Überblick verloren. Also es hat gerade ja dann... Beide Teams haben dann hier zwei gehabt. Ja. Und... Wer hat denn auf der Bahn angefangen? Ich hatte auf der Schlange angefangen. Flo war der Letzte hier auf der anderen Bahn. Das heißt Team Schwarz darf jetzt anfangen. Yes. Finde ich gut. Paul. Jawoll. Paul. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast gesehen, wie man es macht, ne? Ey, der erste Schlag. Ey, super. Sorry. Das war eigentlich der schwere. Ja. Sonja hat immer den ersten Schlag perfekt getroffen. Immer in den Tempel. Aber dann hinten raus ein bisschen zu viel Schmackes gehabt. Ja. Du auch. Peter, du bist auch. Sehr geil und sehr hübsch. Du eben? Ja. Sehr geil und sehr hübsch. Boah. Ich halte Kälte überhaupt nicht aus. Das ist nicht gut. Oh. Und in den Bunker. Unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Das war die Nummer eins. Aber immerhin, Paul, nicht außerhalb des Spielfestes. Dadurch bekommst du keinen Strafschlag. Okay. Aber... Ja. Sorry. Macht gar nix, Paul. Das war die Eins. Ja. Hat das einen Unterschied gemacht, welches Loch du anspielst? Keine Ahnung. Aber... Der liegt ganz gut. Das war die Zwei. Ja. Der liegt echt gerade vor dem Loch vor, ne? Okay, Paul, jetzt nicht zu stark. Doch, zu schwach, überall zu stark. So, Konzentration hier an Bahn 12 für Schlag Nr. 2. Das wird schon. Team PvP. Paul ist am Schläger. Oh, der hoppelt aber ganz schön viel, ne? Das war halt angedotzt, ne? Und nicht gefegt. Das war Schlag Nr. 3. Das ist halt so eine halbe Distanz. Das ist halt so eine halbe Distanz. In vier Reihen. Das ist einfach so undankbar. Aber schau, guck dir das mal an. Also, Paul, wenn du nicht deine Platzreife machst, ohne Witz, ne? Mit vier. Okay, mit vier. Ist völlig okay. Ist okay. Aber sehr solide Schläge, finde ich. Mega geil, Junge. Danke. Sehr solide Schläge. Aber ich muss auch sagen, es ist wesentlich schwerer, als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Also, hier sind auch Hübels und alles. Ja. Hoch und runter geht's hier. Ich meine, es liegt ja sogar so ein bisschen Sand auf dem Baden. Ja, alles. Das erschwert dem Ball natürlich auch das Rollmanöver hier an der Stelle. Und wir begeben uns wieder an den Anfang der Baden, denn da wartet... Okay, vier Schläge. Brammen. Brammen, wie sieht dein Puls aus? Ich habe gerade über meine Fitbit versucht herauszufinden, so ein Schnelltutorial zu bekommen für Golf. Ach so. Ja, kann man natürlich auch machen. Das hat leider etwas länger gedauert. Dann habe ich das kurz unterbrochen. Aber vielleicht vor der letzten Bahn findest du das noch raus. Gucken wir mal. Ich lasse mich selbst überraschen. Brammen belieft. Wir alle. Chat auch. Ohhhh. Das war ein schöner Trickshot, muss ich ganz ehrlich sagen. Links angespielt, hoch und auf der rechten Seite gelandet. Jetzt kann er auf jeden Fall sehr gut den Tempel treffen. Ey, wenn du jetzt die Mitte da triffst, ne? Mit seinem zweiten Schlag. Dann lache ich sehr, sehr laut. Wenn die Mitte triffst, gibt es Punkte. Brammen, das wäre schon cool. Schön. Hoi. Sehr gut. Der kommt gut raus. Immer noch gut. Schlag Nr. 2. Also Jay, seine Jacke ist echt schön warm. Ja, ne? Muss ich sagen. Dankeschön nochmal an Jonathan da hinten und Dankeschön an den Chat für, ähm, fürs Kümmern. Wir werden alle erkältet sein. Aber Schlag Nr. 3 regelt jetzt hier bei Brammen. So. Vielleicht. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nein! Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter, so ein Putter auf der Länge und dann landet der neben dem Loch. Mit links. Ui. Vielleicht bin ich besser mit links. Leute, ne? Wow. So von zu Hause sieht das alles so leicht aus, ne? Aber Wahnsinn. Wow. Stark. So einen langen Putt wirklich so akkurat zu setzen, das ist eine Leistung, ey. Fantastisch. Ja, das waren auch vier Schläge, wenn ich richtig gezählt habe. Stark. Da haben wir mal wieder zwei Doppelungen bei den Schlägen. Ja. Aber damit ist Team Grün in Führung gegangen. Wir sind in Führung gegangen! Ja! Team Grün! Müsste in Führung sein, denn dort war ja bei der Sonja leider ein bisschen schwieriger hier auf der Bahn. 16 Prozent nur. Das waren, glaube ich, auch mit Abstand jetzt die meisten Schläge, die für eine Bahn benötigt wurden. Die heute an diesem Abend, da haben wir fast die zehn vollgemacht, also die elf dann vollgemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle bin ich sehr begeistert, wie wenige Schläge die ganzen Spielenden tatsächlich noch brauchen. Ja, sind doch schon ganz gut hier. Ehrlich. Wir haben ein paar Überraschungskandidaten dabei. Auch ein Überraschungskandidat an diesem Abend ist Jonathan, der die Social Media und Highlight-Ecke ganz grandios macht. Und lasst mal viel Liebe für den Jonathan da, der euch jetzt die Highlights von dieser kleinen Runde zeigt. Es geht. Guck mal, da sind wir auch schon direkt. Ich sehe gerade hier auf meinem Bildschirm, wo wir quasi alles einblenden, da stand so drin. Timer geht jetzt los, noch 30 Sekunden bis der Bildschirm aus ist. Das wäre jetzt ein Problem gewesen, aber ich habe ihn gerade noch gefixt und bin noch rechtzeitig reingekommen. Meine Fresse. Da hat sich was geändert in der Gesamtplatzierung, muss ich sagen. Aktuell führt Team Brammen mit 34 Punkten vor Team Christian mit 37 Punkten vor Team Peter mit 39 Punkten. Das wird noch sehr, 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 sehr wild. Wir haben insgesamt noch, wenn ich das richtig sehe, 13, 14, 15 und 16. Also nur noch... Danke, gerne, gerne. Jetzt ist mir... Nein, es ist hier bitterkalt leider. Das Wetter ist ein Arsch heute. Es ist kalt. Ich schreibe das. Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe immer wieder hier meine geile, ja, wie nennt man das, Statistiken und kann an der Stelle beispielsweise sagen, aktuell führt in der Einzelwertung Christian mit 6 Punkten vor Jody mit 9 Punkten, vor Brammen mit 9 Punkten, vor Sturmwaffel mit 9 Punkten. Das kann natürlich daran liegen, dass im Zweifel gewisse Leute noch nicht quasi geschlagen haben, dass quasi im Zweifel jemand vier Bahnen gemacht hat und der andere erst drei. Das kann ich jetzt hier gerade nicht so auskamüsen, da könnte ich halt mal nachgucken wie auch immer. Aber es ist aktuell echt spannend. Und vor allem, wir haben hier richtig viele Hole in Runs jetzt gesehen. Also wenn ich das gerade richtig verfolgt habe, haben wir jetzt ein Hole in Run von Bram und ein Hole in Run von Jody. Und ich hoffe, ich habe währenddessen auch schön die Highlights gesichert. Ja, guck mal, den Longshot, den sehe ich hier auch noch gerade. Den kann ich auch noch mal direkt hier aus dem Chat snackern. So, wenn ich den denn mal kriege, kriege ich nicht. Der ist schon weg. Na gut, dann halt nicht. Kriegen wir den auch später wieder. Und ansonsten können wir mal einfach in die Highlights reingehen, würde ich sagen. So, dann gucken wir uns mal den ersten Schlag an. Wir haben nämlich dort einen Schlag von Paul an der neunten Bahn. Das ist quasi die erste Bahn von diesem Durchgang. Und da schauen wir uns mal an, wie es nicht geht. Ups, play, play, play. Ja, so geht es auf jeden Fall schon mal nicht, lieber Paul. Damit ist der Ball auf jeden Fall raus. Ich weiß gar nicht, ob er dafür sogar einen Strafschlag bekommen hat. Aber die Schlange hat den Ball nicht gemocht. Nein, nein, nein. Die fand den gar nicht lecker. Aber dafür haben wir dann einen anderen Ball noch am Start, den vor allem Brammen richtig, richtig stark eingeloggt hat. Palm. Das ist nämlich das Hole in One von Brammen. Da ist er noch schon in der Preparation. Und da, danke Spartakus für den Sub, hat er mit Gefühl Brammen mit richtig Gefühl eingeloggt. Kenne ich gar nicht von Brammen. Also ich hätte eher gesagt so, er ist eher der Bowser. Ja, unter den Schulz steht neben mir nur lachend. Nein, also wirklich, also das war wirklich sehr gefühlvoll von Brammen, möchte ich an der Stelle sagen. Also das war ganz schön stark. Der schönes Hole in One von Brammen. Ganz schön stark. Also er hat sich auch dementsprechend sehr drüber gefreut. Dann haben wir noch einen neuen von, ich weiß gar nicht, Werner gerade schlägt. Ach ja doch, Sturmi, der ein Ei gelegt hat. Sturmi, der alte Eierleger. Du hast ein Ei gelegt, Sturmi. Du hast ein Ei gelegt. Möchtest du reinkommen? Möchtest du mitkommentieren? Möchtet ihr mit reinkommen, wenn ihr möchtet? Ihr könnt immer gerne reinkommen. Ihr seid immer herzlich willkommen hier bei mir in der Ecke. Hallo Team Grün. Ihr seid übrigens in Führung gerade. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir gehört. Ihr müsst das jetzt verteidigen. Wir haben keine Ahnung wie. Ihr könnt jetzt hier gucken. Einmal das Ei legen von Sturmi. Oh, der war schön. Warum war das ein Ei? Pass auf, du legst jetzt gleich ein Ei. Ich hab doch gar kein Ei gelegt. Na klar legst du jetzt ein Ei. Pass auf. Du ziehst es an dem Götze. Ne, du reizst erstmal an dem Götze. Aber da kommt natürlich nichts raus. Und dann suchst du, ja. Und hier, zack. Jetzt machst du das Bein. Dann ziehst du. Und dann zack. Legst du das Ei. Boah. Ziemlich rund. Hast du schön gelegt. Hast du verstanden? Wegen der Kameraperspektive. Ich hab nur noch einen Ball. Das stimmt. Wo ist mein Ball? Meinst du, irgendjemand hat mir meinen zweiten Ball geklaut? Du hast mal Chris. Oh, denn du stehst hier. Das gibt noch Ärger. Ja, ich weiß es nicht. Irgendjemand hat mir auf jeden Fall meinen Ball geklaut. Ähm. Ja. Das war auf jeden Fall ja wunderschön. Das Eier legen von, wir haben gerade, von Sturmi, wir haben gerade deinen Hold in Run schon gesehen. Das war ganz schön stark. Das war nice. Ich hatte gesagt, du hast sehr gefühlvoll eingelocht. Danke. Danke. Ich glaub, das ist das, was mir erwartet wird. So in der zehnjährigen, über zehnjährigen Geschichte jetzt bei Pete's Meat haben wir uns ja stetig weiterentwickelt. Und ich glaube, im Laufe der Zeit merkst du einfach, dass du mit etwas Gefühl auch den Ball ins Loch kriegst. Ja. Und das war's diese Woche wieder von Pete's Meat kocht. Schalten wir nächste Woche wieder ein. Schalten wir zur Bonja. Hey. Äh, ja. Wie zufrieden seid ihr mit eurer Leistung? Also hier, Leon. Ja, also ich bin richtig scheiße. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist richtig scheiße. Wir können das ja mal kurz gucken. Ich bin schon nicht so gut, oder? Aktuell stehst du in der Einzel- Ja, okay. Wie viel vorletzter? Ja, aber nur ein Punkt hinter Peter. Theoretisch ein Fünfter. Stimmt. Also Peter musste noch schaffen im Zweifel. Sorry. Das hat Peter gehört. Also ein Punkt hinter dem nächsten, der vor dir ist. Ja. Na gut. Nein, aktuell nicht. Ich bin doch hinter dir. Ja. Einen Punkt. Ja. Jetzt haben wir zugemacht. Kommst du rein, kommst du rein, kommst du rein in meine Leo-Lackner-Statistik. Ah, Leo-Lackner-Statistik. Ja, hier da siehst du die Platzierung. Aktuell, Peter, mit 15 Punkten auf Platz 4. Ah, und Leon, das entscheidet sich ja jetzt auf den letzten Löchern. Und dann entscheidet sich auf den letzten Löchern. Milchbaum ist tatsächlich da, da noch ein bisschen mit Abstand. Okay. Aber Chris ist ja insane. Das ist schon illegal eigentlich. Christian ist insane mit 6 Punkten. Aber Bram auch richtig stark. Das habe ich jetzt, also ich will dich nicht schlechten, aber habe ich nicht gedacht. Ich will ja nicht sagen, aber von den Hole-in-Rons haben wir einmal einen Christian und einen Bram darunter. Und natürlich auch einen Jody. Aber jeder von Pizzi hat bislang Hole-in-One gehabt. Ich sag mal so. Peter, du bist uns doch ein Hole-in-One mindestens schuldig. Ja, ich muss halt mal anfangen, das ist die Scheiße. Stimmt. Schon wieder beschwert. Ja, muss ich für Paul beschwert. Weil Paul immer so gute Leistungen hat. Naja, die Regeln sind nicht optimal. Das wäre besser, wenn immer das Team was ganz hinten ist. Bis du bist quasi, du übernimmst heute meine Rolle, habe ich so gehört. Ja, genau. Über die Regeln hinterfragt alles so. Das ist doch nur echten Golf, der von der letzten Map, der davon der schlechteste oder der erste schlechter als erstes und so weiter. Ist das nicht auf die Gesamtwertung immer bezogen? Ich glaube nicht. Dann ist dann ja im echten Golf mega dumm gelöst. Ich fix gerne das echte Golf auch mit meinen Vorschlägen. Und bei Super Mario Golf ist das auf jeden Fall so. Stimmt. Das ist unser Referenzpunkt hier. Das ist der Referenzpunkt, bei dem wir uns zumindest sicher sein können. Das wäre alles Quatsch. Ich fand es sehr, sehr schön. Also ich habe immer den Chat parallel offen. Da kam dann die ganze Zeit gerade der Spam rein. Hier Jacke für Sepp. Dann habe ich mir gedacht, hole ich mir ein paar Ehrenpunkte. Und habe ich mal kurz meine Jacke vorbeigebracht. Danach war der Chat die ganze Zeit Bier für Peter gespampt. Wo ist mein Bier? Wir haben ja gerade kein Bier am Parat. War nicht lustig. Ich muss ja noch mindestens eine Bahn. Und die letzte. Wann wird denn ausgelost? Das machen wir gleich. Wir können das natürlich auch jetzt machen. Aber das würde natürlich den Ablaufplan machen. Nimmt das den Ablaufplan durcheinander, wenn wir jetzt Watchbody schon ankündigen? Doch, ist schon. Wir können jetzt schon Watchbody. Wir können jetzt schon Watchbody ankündigen. Ja, guck mal. Die Abstimmung läuft schon. Die Abstimmung läuft schon. Genau. Die Frage ist nämlich, wer soll letztendlich die sechzehnte entscheidende Bahn spielen von jeweils den Leuten. Und da könnt ihr auch auf der App Watchbody natürlich, die ihr bei iOS und Android runterladen könnt, kostenlos euch quasi damit abstimmen. Und mitentscheiden, wer letztendlich dann die letzte entscheidende, die alles entscheidende Bahn, weil es ist ja wirklich eng, ähm, letztendlich schlagen muss. Und, ähm, ich hab von den Mods gehört, Watchbody ist bei Android in den Downloads-Apps auf Platz 17. Oh, 17! Ja. Wir, 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 wir verfolgen gerade… In welchem Zeitraum? Alltime? Heute. Heute. Alltime ever. Alltime ever. Kann ja sein. Heute Release. Ich glaub, dieses Relevanz-Ding, was halt gerade da ist. Das Watchbody vielleicht grad so ein bisschen überfordert. Watchbody scheint gerade überfordert zu sein. Oder meine Internetverbindung. Das kann natürlich sein. Vielleicht ein bisschen überfordert. Da sind wir auf jeden Fall auf Platz 17, ja. Wir müssen noch Sky Ticket überholen, die sind auf Platz 16. Ja. Das ist aber okay. Alle unsere Sponsoren dürfen gerne vor uns sein. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Können wir auch noch hochhauen. Ich glaube, die App ist jetzt gerade ein bisschen überfordert. Auf iOS sind wir tatsächlich sogar Neunter. Boah, Alter. Ey, Apple-User hier, Leute. Das ist schon krass. Ja. Gehör ich auch bald zu? Ja, aber ich kann jetzt gerade nicht abstimmen. Hab ich ihn mehrmals runtergeladen. Probiert es vielleicht gleich nochmal, lieber Chef. Ja gut, die App ist down. Möglicherweise kann das daran liegen, dass ich das gerade erwähnt habe. Aber vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschauer. Wir sind die ganze Zeit immer bei im Durchschnitt 48.000. Das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Und hier haben wir jetzt dann den nächsten Clip direkt von Peter. Der war schön. Das ist der Zwei-Zentimeter-Peter, heißt er. Sehr gut, der Clip. Zwei-Zentimeter-Peter. So, den können wir uns mal einmal anschauen. Hat das was mit dem Ton zu tun oder geht es immer nur ums Bild? Ich glaube, es geht ums Bild. Okay. Also ich habe schon die Dinger rausgesucht, die dann wenigstens ein Bild haben. Weißt du manchmal, also dass dieser, meine Nippel, unsere Nippel sind hart, den gab es natürlich auch den Clip, aber den hörst du natürlich mit Sound nicht. Ich musste schon ein bisschen lachen. Ich musste auch ein bisschen lachen. Ich musste ein bisschen lachen. Ich musste ein bisschen lachen. So, also hier, zack. Das war echt unlucky, Peter. Oh, das war richtig unlucky. Das sind fast zwei Zentimeter. Aber man hat gar nicht gesehen, wie ich gerannt bin. Doch, man hat gesehen, wie du gebremst hast. Ich bin einmal quer über diese Map gerannt. Hat man nicht gesehen. Das ist belastend. Und jetzt, guck mal, jetzt nochmal wie der Fuß so, wie schnell er da reinkommt. Da renne ich schon hinterher. Und jetzt so. Wie der Comic so. Ja, genau. Wir haben schon einmal das Lance Troll-Meme gehabt, wo man quasi den Ball nicht gesehen hat, sondern nur Flo. Deswegen wollte die Regie wahrscheinlich nicht nochmal Peter einblenden. Obwohl das wahrscheinlich vielleicht auch gefasst hätte. Man will natürlich den Ball sehen. Das ist schon wichtiger, als mich rennen zu sehen. Natürlich. Natürlich. Und dann hier kann ich mir nochmal natürliche die Props antworten. Boah, ey, das Shirt steht mir aber auch, muss ich sagen. Ja, extrem. Wo gibt's das eigentlich nochmal? Ja, auf pilspeed.store, glaub ich. Da sind wir am Hintergrund am Mauscheln. Ja, ohne Witz. Ihr seid auch das intriganteste Team. Was soll das heiß? Was für ein Quatsch? Voll ehrlich und offen mit allen. Wir freuen uns einfach auf, wenn einer schlecht war. Nur weil jetzt einmal der Team-Erfolg ausgeblieben ist, direkt auf die anderen Teams zu wiedergehen. Weißt du, das ist jetzt auch nicht die Frage. Du kannst uns hier nicht kaputt machen. Unmöglich. Wir sind grün. Okay, gucken wir uns das hier an. Was soll das denn jetzt? Ich glaub, das ist einmal mein hier, ne? Hab ich mir natürlich die Props abgeholt. Den muss er natürlich auch ausholen. Wenn ich mir schon die Clips auszeigen darf, dann darf ich das natürlich auch als Highlight zeigen. Das finde ich gut. Du bist ein bisschen wie der Nikolaus. Ich bin der Nikolaus. Ich wäre eigentlich lieber der Kniecht Ruprecht. Mit dem Taser aber dann. Aber war doch der Nikolaus, der seinen Mantel geteilt hat, oder nicht? Oder war der St. Martin? Das war St. Martin. Aber ich schneide doch nicht meine Klamotten für Sepp auseinander. Du hast doch den ganzen Mantel gegeben. Was müssen die Zuschauer denn tun, damit du das machen würdest? Meinen Mantel auseinander schneiden. Wir haben nur ein paar Strecken vor uns. Mit einer Gabel. Und wir haben ein paar Gabeln hinten. Hast du den Schokopudding probiert? Ja. Der ist lecker. Der ist mir zu zartbitter. Der ist mir persönlich zu zartbitter, der Schokopudding. Ich fand die Schnitzel sehr lecker und viel Asante. Die war sehr, sehr lecker. Sehr, sehr gut. Dann haben wir natürlich noch das dritte Hole in One des Abends. Das darf natürlich nicht vorenthalten werden. Jody. Das war krank. Das war echt krank. Ich bin so neidisch darauf, dass ihr Jody im Team habt. Macht da einfach so ein bisschen so ein Hopping. Ja. Das war auch einfach illegal. Aber alle freuen sich auch. Alle freuen sich. Komplett fassungslos. Ich finde, Leon ist auch wirklich fassungslos. Der packt sich auch an den Kopf da wirklich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das sieht man jetzt sofort. Und zwar jetzt hinten rechts. Das war ein YouTube-Fach. Ich habe mich im Shot davor nicht mal bewegt. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich war einfach so geflasht. Ich stehe nach dem Schwung wieder vor. Ich gucke einfach nur auf den Boden. Wie konnte das passieren? Das war sick. Definitiv. Respekt auf jeden Fall. Ein Zehn von Zehn Schlag kann man dir nicht nehmen. Aber ansonsten muss man sagen, Team Grün das beste Team. Ja. Ihr seid ja gerade wirklich das beste Team. Das ist richtig stark von euch. Definitiv. Aber das kann sich auch ändern. Die ganze Zeit hat sich Team Christian geführt. Aber das kann sich auch mal ganz schnell ändern. Und hier sehen wir noch mal kurz die Kunst von unserem Profi-Golfer Paul. Einen wunderschönen Schlag. Zack. Direkt in den Bunker. Emotional Damage. Weil er sich immer so gefreut hat, dass er auf Platz 1 steht, weil er halt einen Schlag weniger gemacht hat als die anderen. Und dann kam die blöde Schlange und dann das. Ich glaube, die Schlange hat sich gebrochen, Paul. Das war aber auch wirklich ein fieses Spiel von den anderen Teams. Welche Schlange? Die Schlange. Ach so, die Schlange. Loch 9. Die Schlange gar nicht existiert. Die existiert doch. Die Schlange ist eine Lüge. Schon noch eine Schlange. Aber am Anfang gab es doch eine Streckenbegehung. Du kannst mir jetzt hier nicht deinen Scheiß entstellen. Einfach auf meinen schönen Desk hier. Du kannst das hier drunter stellen. Aber am Anfang gab es doch eine Streckenbegehung. Hast du etwa nicht einen Ball durch jedes Hindernis geworfen? Nein. Aber ich hatte keine Zeit dafür. Wir hatten 40 Minuten Zeit, die Strecken zu begehen. Ich nicht. Ja, das hört sich so ein bisschen an nach deinem Problem. Sag mal, wie hältst du das eigentlich mit denen hier aus? Was ist das, dass du dich hier so als Gruppe hinstellen? Was denn? Wir als Gruppe? Wir waren eingeladen zum Interview. Ihr seid einfach dazu gekommen. Das stimmt. Das ist eine neue Information. Ich kann Jay vielleicht mal ein bisschen unterstützen. Ja. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr jetzt an eure Bahn geht. Vielen Dank. An der Stelle. Haben wir so einfach ganz easy weggesnackt. Weg damit. Ja, Watchbody geht nicht. Müsst ihr einfach im Zweifel nochmal später probieren. Dann wird das schon funktionieren. Ich möchte noch einmal Danke sagen an, wo ist es? Da. Soll ihr nicht verdecken. Sky Ticket, die auch unser wunderschönes Minigolf Event sponsern. Da kann ich euch erzählen, dass die Serie Halo vor gerade gar nicht allzu langer Zeit exklusiv auf Sky gelauncht ist. Es sind bereits zwei Folgen davon draußen auf Sky Ticket. Und ja, Halo, kennt ihr ja, ist ein Xbox Titel, den es schon seit dem Jahre 2001 gibt. Und dazu gibt es, wie gesagt, die Serie, die in dem Universum dieses wunderschönen Spiels spielt. Und man braucht im Zweifel auch gar nicht so viel Vorkenntnis haben, weil, wie gesagt, die Story ist losgelöst von den Halo Spielen. Aber spielt, wie gesagt, in demselben Sci-Fi-Universum. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall einmal jetzt bei euch im Chat. Das wird bestimmt jetzt hier gleich richtig reingeballert wie sonst was. Den Link beziehungsweise unten unter unserem Stream sind auch noch die ganzen Kacheln von allen Sponsoren drin. Da könnt ihr auch gerne euch Sky Ticket einmal die Kachel anklicken und dort könnt ihr euch quasi Sky Ticket gönnen. Und aktuell ist da auch eine Aktion am Start. Das heißt, die Sky Tickets kosten aktuell nur die Hälfte des normalen Preises. Und zusätzlich zu der Serie Halo, die halt wie gesagt fantastisch ist, könnt ihr euch noch Serien wie Euphoria oder Game of Thrones oder Westworld, da bin ich auch großer Fan von, anschauen. Und ja, vielen, vielen Dank erstmal nochmal an Sky Ticket, dass ihr quasi hier auch unser schönes Event unterstützt. Ohne euch wäre das auch nicht möglich. Und wir haben jetzt noch einen geilen Trailer von Halo und den würden wir jetzt einmal gerne einspielen würde ich sagen, wenn das denn die Regie soweit ist. Die ist bestimmt voll auf Zack und die gönnt sich jetzt diesen wunderschönen Trailer. Hallo Master Chief. Halo. Jetzt streamen. Sky Ticket jetzt streamen. Guckt euch das mal an. Wen haben wir denn dann noch? Hi. Hi. Na? Sepp und Paul sind jetzt hier am Stissel. Wir brauchen noch was zu trinken. Ihr braucht noch was zu trinken. Wir haben einen Schnitzel gegönnt. Oh, das war lecker. Ey, das war geil. Aber ich muss auch sagen. Aber das Schokoding. Das Schokoding. Ich bin halt nicht so ein Freund von so Schokomus. Ich muss aber an euch sagen oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Catering. Ja, ich denke mal hier der Golfplatz. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Die Second Wave, die das organisiert hat mit Jules zusammen vielleicht. Ja, die hat das in Sicherheit organisiert. Ich glaube, die haben da ... Das Essen kommt, meine ich, vom Golfplatz. Ja, ja. Und vom Lüderich. Und natürlich so ordentlich, weil die Sponsoren ordentlich unterstützt haben. Ja. Damit du hier was leckeres ... Du hast zwei Schokodinger gegessen, ne? Ja. Zwei? Zwei. Es war für jeden eigentlich nur einer da, ne? Ja, aber dafür habe ich keine Gemüselasagne gegessen. Ja, ist okay. Die war übrigens auch ... Die war übrigens auch ... Die war sehr lecker, die Gemüselasagne. Ja, das glaube ich. Kann ich auch an der Stelle sagen. Sag mal, ich habe gehört, bei mir ist es nicht mehr so schön. Ja, wir können ja auch mal hier gucken, wie es bei dir aussieht. Oh, die Tabelle. Ich finde meinen Mauszeiger nicht. Da ist der Mauszeiger. Ich finde auch geil, dass du genau diesen Clip im Dauerschleim gelaufen lässt. Ja, aber den sehen die Leute. Also den könnte jetzt natürlich ... Die Regie noch mal einblenden, wenn sie möchten. Aber du guckst dir das einfach gerne an, ne? Ich guck mir das gerne an. Ja, das läuft einfach die ganze Zeit in Dauerschleim. Der wird einfach dauerhaft durchgelaufen. Schön. Zack. Also wenn ich mir das angucke, aktuell bist du Platz drei. Also so ist es nicht, ne? Also klar, das sieht halt natürlich ganz schön schlecht aus, wenn man sich die Gesamtplatzierung angeht. Du teilst hier Platz drei mit Flo. Okay. Und Platz zwei teilen sich aktuell Jodie, Brammen und Sturmwaffe. Ah, die haben alle gleich. Ja, okay. Das war krass. Das ist krass. Oh, das ist aber trotzdem. Aktuell führt Team Brammen mit 34 Punkten. Ja, aber es ist gar nicht so ... Wie viel Bahn haben wir noch? Äh, vier. Vier. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn und sechzehn. Das heißt, wir können, es ist alles drin noch. Das heißt, für dein Team sollte man am besten eher, äh, ja dann wahrscheinlich für Brammen abstimmen, ne? Nein, Moment, du bist ja gar nicht bei Brammen. Für Brammen. Natürlich für, äh, wo bist du denn da? Für Flo oder dich? Ja. Einfach 50-50. Hauptsache nicht für Peter. Aber das wird ja der Chat bzw. die Zuschauer in der Watchbody-App abstimmen. Die ist schon down gegangen. Die ist schon down gegangen. Wir haben die so rausgeballert. Das war ... Und Domi rotiert wahrscheinlich gerade hinter den Kulissen. Oh Gott ey, mein Schlagschnitt hat sich auch verschlechtert. Wir sind aber ... hatte ich schon gerade ... da warst du gerade nicht da. Möchtest du auch reinkommen? Möchtest du dazukommen, Sonja? Komm dazu, Sonja. Komm in unsere schöne Mitte. Wie weit liegen wir jetzt hin? Ihr seid Mittelfeld. Ihr seid aktuell, ähm ... Mal da. Auf Platz zwei. Mit 37 Punkten. Mit 37 Punkten. Unter Bram? Boah, ich hab aber auch echt ... Was ist denn da passiert an der einen Stelle? Ich war mir erst so sicher, weil der immer so straight in das Loch gegangen ist und dann ... hab ich halt ... ich war auch so durchgekühlt und ich hatte kein Feingefühl mehr. Ja, jetzt hast du ja ne Jacke. Ja, jetzt ... Das heißt, jetzt ist wieder die ... Jetzt ist wieder ... Das war sehr witzig. Aber das ... Danke, Jules. Das geht auf jeden Fall auf meine Kappe. Nein, nein, nein. Ihr gewinnt als Team und ihr verliert als Team. Also du solltest dich dann nicht von deinen Teammates unterkriegen lassen. Das werden die auch wahrscheinlich gar nicht machen. Vielleicht haben sie dich auch zu wenig supported an der Stelle. Ja, das kann durchaus sein. Ich sag mal so, du musst nur ein bisschen feinjustieren und ihr erholt den Sieg. Wir sind ja noch vier Bahnen zu spielen, da ist ja noch alles drin. Also gar kein Problem. Was möchtest du da machen? Ich muss einfach ganz kurz nur ... Ich find das schön, dass man hier sitzt ... So ist das schön. ... und die kriegen jetzt einfach nichts anderes. Ich genieße es. Na klar. Als immer noch meinen Versagen anzugucken. Na klar. Meine Güte. Super. Aber es ist auch zu Recht. Was war das denn eigentlich hier für ein Spruch von dir mit Melli, als wir gerade das übergegeben haben? Mit dem ... Was war da los? Also mir war halt echt kalt und irgendwie hab ich gerade ... Wir waren ja noch nicht so drin. Die steifen Nippel. Die steifen Nippel. Und dann war ich irgendwie noch so, boah, mir ist so kalt, aber cool. Ich hab die Jacke gekriegt. Boah, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich voll die steifen Nippel. Und dann war so, ja, ihr seid dran. Und dann so ... Ja, und dann ... Und dann ist das schon passiert. Ja, weiß ich nicht. Das passiert halt manchmal. Du kennst das ja auch. Manchmal passieren so Situationen halt einfach. Was meinst du jetzt? Das so ein bisschen ... Okay. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Das passiert des Öfteren. Weil ich das jetzt öfter gesehen habe. Aber ... Wie ist das nochmal mit dem Laptop? R-O-G-Bahn. Und da könnt ihr quasi dann ... Müsst ihr euer Team besonders anfeuern. Wer auch immer schlägt. Ich schlage. Du schlägst. Ich schlage. Alles klar. Das heißt, wenn du dich gut anstellst, dann darf Peter ... Beziehungsweise nicht seinen Laptop, sondern den Laptop bei Instagram verlosen. Ah, okay. Und er muss aber auch deliveren. Okay. Also ... Ja, ich denke mal, wir sind jetzt auch gleich so weit, dass wir dann weitermachen können. Dann geht's nämlich jetzt in Richtung Finale über. Ich hab richtig gesehen. Richtig spannend, ne? Lass euch ... Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Haben die Leute schon abgestimmt, wer das letzte Loch spielt? Die Leute stimmen immer parallel ab. Ich will nicht. Tschüss, Sepp. Sepp geht. Also es wird abgestimmt. Die Watchbody-App war auch schon down. Ja. Das haben wir auch schon hingekriegt. Ey, stark. Aber es ist eine gute App. Ich bin da gespannt drauf, was ihr da noch alles für Feature reinpackt. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich freu mich da drauf. Ich find das eine supergeile Sache, weil du bei Twitch beispielsweise ja nur immer die Vier, wenn du eine Abstimmung machen kannst. Und hier kannst du jetzt halt für alle neun Spieler abstimmen. Oder Spielerinnen. Zum Beispiel. Ich hab schon 105 Schnittchenpunkte. Da hinter mir ... Was? Pass auf. Was heißt das, Sonja? Das heißt, wechsel. Wir wechseln. Das heißt, schneller. Schneller. Die ganze Zeit. Der macht nichts anderes. Auswechseln. Das heißt, ich soll Gas geben. Nee, das heißt, auswechseln, oder? Auswechseln. Okay, wir wechseln. Hast du so Nummern? Wir wechseln die Moderatoren. Ja, okay. Ich geh dann einfach jetzt. Ich wünsch euch noch einen schönen Abend. Feierabend. Ich hab Wochenende. Es hat mir so leid. Macht's gut. Tschüss. Tschau. Wir geben weiter. Aber wenn Sonja jetzt auch geht? Ja, du kannst uns auch gehen. Okay, cool. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, wir geben jetzt ab an die nächste Bahn. Melli. Was denn? Ach so, wir sind schon da. Dann sag mal was. Wir warten hier auf die Sportlöcher und bekommen das überhaupt gar nicht mit. Ich hab mir grad noch einen durchgezogen. Und da ist deine eigene Jacke da. Ja, ist mir auch wärmer. Ja, ist mir auch wärmer. Jetzt bin ich auch wieder da. Wir spielen Bahn Nr. 13. Tada! Da werden wir jetzt Punkte entscheiden um Platz 1. Denn es ist ein bisschen wild durcheinander geworden, das Feld. Hier liegt Gold. Team Grün. Da liegt Gold. Und Diamanten. Und Silber. Und mich interessiert nur Gold. Okay. Ich nehme die Blingys. Ja, die Blingys kannst du haben. Okay, cool. Und der Rest für die anderen. Wir spielen jetzt Bahn 13. Die ist etwas unspektakulär. Sieht so aus. Aber wir haben ja wieder eine Playline. Und wir spielen Playline Nr. 2. Ich weiß nicht, ob in der Übersicht jetzt gerade die Karte eingeblendet wird. Wäre sehr cool, wenn die Regie das eben machen könnte. Und wir zeigen, wie Playline 2 geht. So hab ich mir nämlich beinahe gedacht. Hier ist nämlich auch schön eingezeichnet, wie sich die Bahn verhält. Sprich, wir haben an den Seiten eine leichte Steigung rechts und links hier an den Schikanen. Und die Playline 2 gibt halt vor, dass wir quasi... Oh, ist ganz schön steil hier. Ja, ja deshalb. Du musst hier schön die Bande andotzen. Einfallwinkel gleich Ausfallwinkeln, um die nächste Bande zu treffen. Um dann in das Loch reinzugehen. Im Idealfall. Also da wir Playline 2 jetzt spielen müssen, würde ich auch vorgeben, dass man hier in dem Bahnbereich links von der Mitte spielen muss, den Ball. Und in dem Bahnbereich rechts von der Mitte den Ball spielen muss. Und damit man... Playline 2 bedient. Damit man das bedient. Wenn ich die Intention habe, das aber zu spielen und dir das sage, dass ich die Intentionen habe und gerade ausspiele, wird das dann auch zählen wie bei dem Loch davor? Wenn du deine Körpersprache entsprechend ausgerichtet hast, dann können wir darüber reden. Und dein Schläger dort in die Richtung zeigt. Wir werden das entscheiden, wenn der Fall eintritt. Über ungelegte Eier machen wir uns keine Gedanken. Das ist ein Vorteil für mich. Sondern unsere Zukunftskinder. Das stimmt. Wir fangen an. Peter, du stehst da so bereit. Möchtest du anfangen? Ich muss spielen. Ich dachte, ich muss anfangen. Wie? Ich dachte, du musst anfangen. Ich dachte, ich muss immer anfangen. Wer muss anfangen? Wer muss wirklich anfangen? Wieso musst du immer anfangen? Peter? Was ist das denn? Wer muss denn anfangen? Also. Wer muss denn anfangen? Es hat ja gerade auf der Bahn Paul angefangen. Und Paul hatte vier Schläge richtig. Und auch Team Grün hatte auch vier Schläge. Das heißt, Peter, du darfst dich erstmal an Position Nummer zwei stellen. Das heißt, Team Grün darf anfangen. Und ich verschwinde mal von der Bahn mit Melli und ihr dürft dann spielen. Also ich will jetzt zwar nicht rummeckern, aber ich fange halt immer an. Ja, 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 ja. Die fangen halt immer an. Du lügst doch. Die anderen gucken immer bei mir ab. Ja, jetzt kann ich wirklich bei dir abgucken. Was ist das denn für ein Quatsch? Alter, hast du das gesehen? Was ist das denn für ein Quatsch? Der Strafstoß. Ich habe nichts gesehen. Was denn? Der hat schon einmal geschlagen. Der hat schon einmal geschlagen. Der hat einfach jetzt merken, wo der Ball platziert wird. Einfach der Schläger von Paul war im Spiel. Solange jetzt hier keiner meckert, fange ich so an. Also, so darfst du anfangen. Weil er legt jetzt vor, wie alle anderen den Ball legen dürfen. Hab die Intention. Das merkt sich hoffentlich der Peter und Christian. Also egal wie der Ball jetzt fliegt, ich habe die Intention, das genauso machen. Wenn du dich mit deinem Körper in die Bande ausrichtest. Ja. Und mit den Füßen. Die Füße geben ja die Linie vor, ne? Du musst also kurz vor mir, musst du so machen. Fühl mich. Komm hinter mich und fühl mich bei dem Schlag. Die Füße. Die Füße geben die Linie vor. Machst du den jetzt zusammen? Töpfert ihr jetzt? Es geht um alles. Es geht um alles. Also ich dachte, du führst jetzt die Hände. Es fühlt sich an wie es mir kommt Outro, mein echter Leben. Ich fühle seinen Oberkörper so. Er führt mich in die Bande. Das ist genau die richtige Bewegung. Dann kurz vor ihm, dann musst du aber dann so machen. Also ist das schon Cheaten? Bitte? Das werden wir gleich beschreiben. 10 Strafschläge. Ich wollte es nochmal anmerken mit unserer Gamer-Ehre hier an der Stelle, ne? Aber gut. Ich fang jetzt an. Oh, das war auf jeden Fall. Das ist doch fantastisch. Freddy, ich weiß doch gar nicht, wo du deine Schmerzen hast. Das ist doch fantastisch. Das lag nur am Bram. War noch nie so locker. Ja, das sieht nach zwei Schlägen aus. Aber man soll den Ball nicht vor dem Abendroden. Alter, weißt du wie geil der war, ja? Der war richtig gut. Aber auch nur durch… Jawoll! Und zwei Punkte… Brams Motivation… Ja, das stimmt. Das stimmt. Team Synergy in dem Team Grün ist fantastisch. Die geheimen Massagetechniken von Bram haben wohl in Freddy etwas gelockert, was gelockert werden musste. Wenn es funktioniert, funktioniert es, sag ich mal. Und ich würde frech behaupten, damit bleiben sie auch auf Platz 1. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Mach einfach weiter, zieh durch, kein Problem. Da kann kein Team gerade dran vorbeiziehen, punktetechnisch. Ey, ey, ey. Aber Peter ist bereit. Ja. Ja. Eine Sache habe ich noch aus der Regie, beziehungsweise von Jonathan bekommen. Der hat mich daran erinnert, dass zwei Leute von Pete's Meet bisher ein Hole in One gemacht haben. Oh! Hat er mich… Jeder? Hat er mich auch daran erinnert. Dich auch. Gestern zum Ursprung, er hat es ihm das erzählt, danach war ich bei ihm. Dann hat er mir auch erzählt. Das ist bei der Bahn meiner Meinung nach unmöglich. Findest du? Echt? Zumindest wenn du links anschlagen musst. Also bei der Bahn, wo Jody das gemacht hat, hätte ich da auch gesagt, dann ist unmöglich. Ja. In dem Fall so, weil quasi die Kurve geht falsch in die andere Kurve rein. Du, dafür hat der Ball von Freddy aber sehr sauber gelegen. Ja, also das war auch gut. Und wenn du zehn Zentimeter vorher angeschlagen hättest, die Kurve… Nee, das glaube ich nicht. Da werden jetzt viele ausreden. Mein Punkt ist ja, wenn du den hier entlangführst, dann wird der ja immer da lang. Peter, du kannst auch weiter in der Mitte spielen. Aber du kannst nicht da. Du kannst halt auch einfach schlagen. Und dann können wir gucken, was passiert. Du musst ja… Du musst ja auch nicht über die Bande spielen. Wichtig, der kann die Intention gehen. Ja, genau. Super. Guck mal. Ja, schau. Guck. Der liegt doch super. Was ich halt meine ist, ein Hole-in-One geht so nicht. Mit der Playline 2? Ja, genau. Kann man mal gucken. Aber ist okay. Ich bin ganz zufrieden mit dem Schlag. Ja, ich wollte auch grad sagen. Also meckern kann man bisher noch nicht. Aber wer weiß. Der Ball ist ja noch nicht im Loch. Ich glaube tatsächlich. Der war schon nicht ganz so cool wie der von Freddy. Aber… Na sauber. Und da ist auch die zwei… Solide. Zwei Schläge, sauber nach Hause gespielt. Danke, danke, danke. Das war doch eine solide Leistung. Auf jeden Fall. Hat delivered. Ja. Und die ganze Diskutiererei davor klaut nur Energie. Vorhin auch. Man muss das einfach spielen. Ja, ganz genau so sieht's aus. So macht der Christian das nämlich jetzt. Schlappt doch einfach. Genau. Danke. Vielleicht zeigt er uns jetzt, wie man ein Hole-in-One macht. Oh, da bin ich mal gespannt jetzt. Wer weiß. Aber die Konzentration ist da. Es wäre wichtig fürs Team. Das war leider ein bisschen schwach auf die Brust. Der Winkel war doof. Ein bisschen schwach. Es liegt ja auch noch nicht so optimal zum Loch. Und wir haben auch noch die Gegebenheit, dass da ja so eine Wand ist. Da steht man auch nicht so stabil. Ist nicht so gut für den Rücken gerade, aber… Du schaffst das. Das ist ja fürs Team ein Wegstecken. Okay. Recht hast du. Grün hat Bubatz. Schade, dass der nicht drin ist, Christian. Die Golfis. Christian könnte das jetzt in zwei machen. Nee, nur… Nee, gar nicht. Schwarz weiß, da die raus ist. Ich glaube gar nicht. Ganzes Team Sparen. Wow. Das war zu zaghaft angesprochen, sodass er da von der aufgehenden Kante hat. Ja, aber in drei. Drei Schläge ist trotzdem… Da wird der Abstand… Oh, der Rücken meldet sich jetzt im Laufe des Abends. Ah, den ganzen Tag schon. Ah, scheiße. Der Abstand vergrößert sich zu Team Grün. Das stimmt. Team Grün hat jetzt einen Schlag wieder weniger gebraucht wie Team Golfi. Danke dir. Das ist glücklich. Ja, das ist glücklich. Ich habe zum ersten Mal drei Schläge gebraucht. Das ist vorbei der Abend für mich. Das sind die Hälfte aller Schläge, die du bisher hattest, weil jetzt in einer Bahn nochmal. Kommen wir direkt zur nächsten Bahn. Bahn 14 ist da vorne. Die riecht daneben. Die sieht spannend aus. Sepp, haben wir da eine vorgegebene Playline? Ey, du, ich werde mal auf meine schlaue Karte gucken. Ich hoffe ja. Das ist nämlich eigentlich die Intention meiner Frage. Ich möchte eigentlich ja hören. Oh, ich darf gar keine Schimpfwörter, aber wir haben schon so spät, oder? Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Wir haben jetzt eine Anweisung. Playline 1. Ja. Wenn du nicht triffst, muss der Schlag wiederholt werden. Verstehe ich das richtig, dass das eine Hole-in-One-Zwang ist? Ja, ja, ja. Warte mal. Zeig nochmal, wenn du das Hindernis nicht schaffst. Wenn du nicht triffst, muss der Schlag wiederholt werden. Aber ich glaube, damit ist die Rille gemeint, oder? Das denke ich nämlich auch. Ah. Wenn du das Obsterkönig triffst. Okay. Gut. Gut. Wir haben eine Art Leute gerade angefangen zu schwitzen, aber ich glaube, es ist das Hindernis gemeint. Ich denke auch, ja. Also, daran vorbeispielen ist jetzt auf gar keinen Fall. Nein. Da darf man jetzt nicht sagen, ach komm, nehm ich plus eins und mache. Ne, musst du wieder von vorne anfangen. Immer von vorne und ja. Ja, da gibt es keinen Strafschlag in Kauf nehmen. Das ist richtig. Versuch einfach solide. Ja, dann würde ich mal sagen, wer darf denn jetzt anfangen? Wir haben gerade wieder den Fall gehabt. 2-2-3. Das heißt, angefangen hat auf der letzten Bahn. Grün. Grün. Jetzt müssen wir. Der Flo ist top vorbereitet. Top mega. Top. Alle schon. So einen Mitspieler brauchen wir hier, der mitdenkt. Fantastisch. Es läuft echt gut bis hierhin. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Also, ich will ja nicht meckern, aber wir müssen immer zuerst. Er hat selber für alle davor vorgelegt. Das heißt, du musst jetzt nicht dein Fußmaß nehmen. Das ist schon sehr gut. Ah, okay. Du kannst ein bisschen weiter nach vorne gehen. Nee, das ist schon so gut. Ja, aber da war das mitten auf der Bahn. Naja, komm jetzt übertreib doch nicht, Paul. Das war genau so weit wie da. Alter. Warum hast du dich nicht eben beschwert? Soll ich jetzt auch zur Bahn reden? Sollen wir Bahn 7 noch mal diskutieren? Was hast du gerade gemacht? Ja, 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 ja. Für die Steigchen. Er hat den Ball auch noch berührt. Ja, ja, eben. Deswegen. Du bist hier so ein Interrupter. Ich glaube, es werden nicht alle Teilnehmer die letzte Bahn erleben. Es könnte sein, dass hier gleich der ein oder andere… Die Stimmung schwitzt sich so ein bisschen zu. Jetzt muss es hier so zum letzten Drittel gehen. Die Stimmung ist kalt, aber die Stimmung, die ist auf jeden Fall angeheizt. Ja, es kocht. Sehr schön, Flo. Du machst es sehr gut. Flo kocht auch. Ich weiß nicht, ob man davon Rückenschmerzen bekommt. Nicht nur mit heißer Luft. Oh! Junge! Einfach sauber über das Abdecken geschickt! Das war so weit weg. Junge! Da hätte man hundert Meter noch hinten dranhängen können und er hätte dann getroffen. Das ist wirklich so. Der war stark. Nee, also… Ich glaube, er ist auch über das Hindernis gefroren. Nein! Oh nein! Ja, so ein bisschen habe ich auch gesehen, aber… Das ist mega geil, weil die anderen werden das Ding gar nicht treffen. Mal gucken, ob wir hier jetzt einen… Nein! Scheiße! Hey, das sieht so einfach aus, aber es ist echt… Es ist einfach, glaube ich. Ich schaff's einfach nicht. Das ist nicht einfach. Ich bin so aufgeregt. Ich zähle gar nicht. Vier. Ah, ey, ja. Vier, ja. Jetzt werden wir mal vor die anderen drei. Ist okay. Zwei, drei… Ja, vier war schon echt viel für den ersten guten Schlag. Dafür, dass du so fantastisch vorgelegt hast, war vier tatsächlich hinten raus. Aber… Wir werden uns bemüht. Wir müssen jetzt erst mal schauen, wie sich die restlichen… Leon, du darfst gerne ein bisschen weiter vorlegen. Das ist eigentlich nicht schlimm, aber es war ein bisschen bitter, weil es eine superschwierige war. Ja, so ist okay. Das wurde ja gerade vorgegeben von den anderen. Die tun so, als wenn wir der Gegner sind hier, weißt du? Die können sich nicht gegenseitig aneinander abarbeiten hier, deswegen kriegen wir es ab. Ich merke das schon. Ich fange aber an, mich zu wehren irgendwann. Ja. Ich sag's nur hier. Oh, schade. Oh, direkt wieder auf Anfang kein Strafschlag, oder? Ja, doch schon. Das ist außerhalb der Strecke. Ah ja, stimmt. Er hat nicht nur abgekürzt, sondern ist auch noch auf Bahn 13 unterwegs gewesen. Ein bisschen mit der Energie. Keine Ahnung, was da los war. Aber es gibt direkt zwei Punkte auf… Shortcuts nennen sie. Ich bin Speedrunner, sorry. Bei Golf wird kann man das auch in ein anderes Loch rein und fertig. Aber Leon ist auf Abwägen. Ich hab einen Tipp. Probiert einmal. Ja. Guck. Direkt zu dem Loch da hinten. Kann ich… Kann ich… Ja. Geht das? Das war… Erlauben wir nur in Sondersituationen. Guckst du gar nicht auf den Ball. Punkt Nr. 3. Nur in Sondersituationen. Kannst du auch probieren. Kannst du auch probieren. Das ist natürlich jetzt bitter. Als führendes Team… Das ist wirklich schade. Lassen Sie jetzt richtig federn. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Loch… Das ist einfach… Das ist einfach hart. Das ist nicht einfach. Es soll ja auch schwerer werden, ne? Ich möchte Flo nicht als Lacker aufkollen, aber… Bisschen Schlack war schon dabei, glaube ich. Aber der war so gut straight geschlagen. Mit so viel Power. Ja, ja. Das sah so aus, als hätte er einen Plan. Ja. Fake it. Oh, jetzt machen wir uns langsam ran. Kurze Frage. Aber eigentlich… Also… Wir haben ja ganz klar zu Beginn gesagt… Wenn beim ersten Schlag das Obstacle nicht gekleert wird… Ist ja im Prinzip Playline. Also… Wenn beim ersten Schlag das Obstacle nicht gekleert wird, musst du wieder von vorne. Dann wurde jetzt so gerade eingefügt. Streite nicht mit mir, streite mit der Spielleitung. Die Moderation ist gekauft. Ja… Ja… Ja, verbunden… Ja… Peter steht da mit seinem Schläger auf. Find ich gut, ey. Und Bram so Melli nicht mehr einladen. Ach komm! Jetzt sind wir glaube ich schnell. Schaffen das? Sieben… Mach einfach, die sind hinter uns. Denk gar nicht an dich. Das Wichtige ist, dass du das jetzt nicht, dein Mindset darf jetzt nicht davon berührt werden. Ich war kurz auch begeistert von Team Grün, aber... Na schau, na schau! Egal, der war grün. Fast wäre das auch noch kein Hole in One gewesen. Warte, ich muss mal kurz die Motte hier mitnehmen. Da ist die Motte? Ja, ich rette die mal. Motte, Bro! Motte, Bro, komm! Ich möchte dich nicht umbringen, bitte. Komm schon! Du stirbst hier. Melli versucht, den Falter zu retten. Nein! Ah! Fehler! Der hat keinen Bock! Der hat keinen Bock! Jetzt haben wir, glaube ich, das wäre dein letzter Schlag. Scheiße. Das ist dein letzter Schlag. Deine Chance 10 zu bekommen, sonst bekommst du 11. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Bruder? Oh, immerhin noch! Wenn der Druck da ist, dann geht's. Das waren 10 Punkte, 10 Punkte für Team Grün. Ich weiß noch nicht. Au! Au! Ich weiß nicht, was das in der Gesamtpunktezahl macht, aber au! Das hat alles geändert. Jetzt kann Jodie mit einem Schlag Team Golfi ganz weit an die Spitze führen. Entschuldigung, Entschuldigung, da bin ich hier. So! Alles gut, du hast Tiere gerettet. Dankeschön. Bitte! Die Motte freut sich. Gibt kein F in Chat für die Motte. Nein, sie lebt noch. Ja, deshalb. Wow! Ich hab's gelogen, ich hab sie wirklich ausgetragen. Sonja hat sie gegessen. Jodie, gar kein Druck da. Oh, das war die Ecke. Wie viele haben wir denn? Du hast noch 16 Schläge zu den anderen. 16? Ja, nein. Damit wollte ich sagen, dass sie halt derbe reingeschissen haben. Sehr ursprünglich. Kein Druck. Das war erst der erste Schlag, Jodie. Die anderen haben noch viel mehr gebraucht aktuell. Noch sehr entspannt eigentlich. Oh, jetzt reicht's ja. Aber das Obsteckel ist schon schwer. Das ist schwer. Oh nein. Oh nein. Fast hängen geblieben. Boah, Leute, das ist aber auch so schwer. Das ist so ein Druck. Ich werd das gleich nach Sendeschluss selber probieren. Ich glaube auch, der Weg dahin ist aber auch echt rubelig und nicht rum. Das Problem ist halt einfach dadurch, dass natürlich der normale Golfball ein bisschen leichter ist als ein Nürnbergball, hat er natürlich auch ein eigenes Momentum, wenn er eben auf Unebenheiten auf der Bahn trifft. Wir haben hier eine Art Kunstrasen mit Sand aufgeschüttet und natürlich auch Steigungen und Senkungen. Und das ist schade. Aber die Power war ganz gut. Ja. Das war Schlag Nummer drei. Immerhin springt der Ball nicht auf die andere Bahn. Das wird nämlich jetzt so wie bei Leon richtig, richtig wehtun. So ist es noch überschaubar. Sie könnte jetzt mit einem rein. Konzentration. Noch gleich ziehen. Mit Flo. Das ist richtig. Also noch alles drin. Ich bin gespannt. Ja. Schau. Oh, passt. Super. Aber sie liegt ja sehr nah am Loch. Richtig, richtig, richtig. Das war jetzt der vierte Schlag. Und noch zwei. Und mit dem vierten Schlag mit dem fünften. Klasse. Mega. Fünf Punkte. Wir haben den hinter die Spielenden gebracht an dieser Stelle. Haben alle? Haben alle? Damit hat sich das nächste Team, ach das ist das Golfi-Team an die Spitze wieder katapultiert. Zwischenpunktestand. Ähm. Zwischenpunktestand haben wir aktuell aus der Regie vielleicht. Bestimmt. Das würde mich jetzt nämlich schon interessieren. Der wird jetzt eingeblendet für euch. Platz eins ist. Wie sieht denn das so mit den Punkten aus? Ich hab grad kein Programm hier in der Nähe. Dankeschön. Für uns jetzt auch Dankeschön aus der Regie. So, auf Platz eins aktuell Team Chris, die Golfis mit 45 zusammen mit Team Pedder. What? Und dich dahinter auf Platz zwei Team Brammen mit? 46 Punkt. Ein Punkt Abstand. Oh, Alter. Was? Also auf die Frage, wie knapp wir es machen wollen, sagen wir einfach nur ja. Das ist ja der Wahnsinn. Krass. Okay, das ist herzlich. 45, 45, 46. Junge, 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 Dankeschön. Da soll mal einer sagen, es gibt ein Favoritenteam. Ja, ist wirklich so, ne? Es gibt nur noch zwei Bahnen zu spielen. Und als nächstes spielen wir die Asus Rockbahn. Und dort wird der Laptop an die Community des Teamcaptains verlost. Das heißt, für euch wird es jetzt relevant. So aufregend. Ja. Einfach mit zu fiebern vor allen Dingen. Wichtig ist, wer die Bahn mit den geringsten Schlägen hinter sich bringt. Falls wir einen Gleichstand haben zwischen zwei Spielenden, wird der Schlag, der erste Schlag entscheiden. Nämlich der, der am nächsten am Loch landet. Genau. Quasi wie nearest to the pin für die Golfer unter euch. Aber halt nur quasi in der Retrospektive, wenn ein Gleichstand bei Schlägen ist. Genau. Wenn beide irgendwie ein Zwei machen, dann wird geguckt, welcher von den beiden ersten Schlägen denn näher am Loch war. Ja. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Ich muss einmal kurz überprüfen, wie die Bahn aussieht. Den Laptop habt ihr ja schon gesehen. Ja. Geiles Gerät. Dreieinhalbtausend Euro. Kann man sich gönnen. Und ich hoffe, da werden die Spieler jetzt für ihr Team kämpfen und für die Communities kämpfen. Und ihr feuert hoffentlich alle kräftig an. Das ist ganz wichtig. So, wir haben die Bahn 15 hier an der Stelle und wenn wir einmal einen Blick über die Bahn schweifen lassen, sehen wir in der Mitte eine kleine Schikane in Form eines Loopings und die der Playline 1 unterliegt. Und jetzt frage ich natürlich meinen Experten hier an meiner Seite. Ja, du. Selbstverständlich, oder? Ist genau wie bei dem anderen. Wenn du nicht schaffst, den Looping durchzunehmen, dann bist du raus. Ja, da musst du nämlich nochmal anfangen und dann könnte es sehr, sehr wehtun heute. Hier auch auf dieser Bahn. Besonders bei diesem Gleichstand, ey. Bitte. Hier kann man jetzt richtig, richtig in die Scheiß greifen. Der Paul, der wird jetzt anfangen, weil sein Team mit Flo gerade am wenigsten Schläge gebraucht hat. Was ist denn da oben? Da ist noch eine Kamera. Hallo. Ach so, da ist eine Kamera. Hallo. Hallo Achle. Ich dachte gerade. Ach jetzt, okay. Hallo. Haben wir die schon häufiger eingeblendet? Ja. Okay, dann hat es sich deswegen gelohnt, die da oben hin zu hängen. Sehr gut. Der Paul wird jetzt anfangen. Okay. Ich bin gespannt. Auf dieser Bahn für Team PvP. Den Laptop, den Asus Rock Laptop. Also Paul, ich frage jetzt mal, bevor wieder diskutiert wird. Hast du alles verstanden? Also, ich muss da reinspielen und den Kreisel machen. Wenn ich ihn nicht schaffe, muss ich von vorne anfangen. Correct. Okay. Correct. Jetzt ist kein Druck, gleich stand Platz 1 und ich war ein Arsch. Ist alles entspannt. Das wird schon. Ja, glaube ich auch. Der Smack Talk gehört dazu. Du musst nur den Looping treffen. Ohhhh. Also den Looping hast du getroffen, sag ich jetzt mal. Aber nicht die Bahn. Ist das jetzt auch ein Strafschlag? Ja, sau ein Strafschlag. Das war ein Strafschlag. Strafschlag, ja. Also schon direkt zwei Punkte auf dem Konto. Oh, das ist jetzt Druck. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Was war das? Das war nicht durch. Also die Intention war ja nicht da, das Looping. Nein, nein, nein. Hier geht es nicht um die Intention. Hier geht es um das Clearen des Obstacles. Genau. Dann war es auf gar keinen Fall. Es geht um Durchspielen. Ich würde mich ja nicht einmischen wollen. Es geht um Durchspielen. Aber dafür haben wir unsere Spielleitung. Oh Gott. Das wäre jetzt aber auch richtig schwach. Der war nah dran. Das wäre jetzt auch richtig schwach, sagt er. Oh. 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 Was soll das denn? Er hat. Das ist ja minus eins zummer Traum. Oh. Weg ihr. Los. Das kann doch einfach ganz schnell ein Kampsenriss sein, ne? Ich möchte dafür gleich Freddy da spielen lassen. Oh Gott. Ich würde das annehmen. Ich würde das auch annehmen. Ich kann nicht mehr. Ich muss ja jetzt hier eingewechselt werden. Was passiert jetzt? Ich muss jetzt eingewechselt werden. Ich sterbe. Das ist unendlich schmerzhaft. Freddy, kannst du mich gleich vertreten auf der Bahnhof? Und auf der Watchbody-App könnt ihr jetzt abstimmen, ob auch Team Schwarz vielleicht jetzt ausscheidet. Gehen wir jetzt zurück. Meine Hand ist komplett im Arsch. Du hast genau den Finger getroffen. Ey, lass mal wegstellen hier jetzt. Ja, ja. Okay, klar. Das gucke ich mir nicht von so nahe. Oh Gott. Vor allen Dingen, er hat ja auch ordentlich durchgezogen. Man hat richtig das Plop gehört. Wow, 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 wow. Kannst du... Kameramann auch? Ja. Ey. Wir haben es fast geschafft bis zum Ende. Das war jetzt der vierte Schlag. Jetzt. Einer ist raus. Plus acht. Ja. Also wir sind immer bei acht. Bei acht? Was? Sieben. Bei sieben. Okay, sieben. Sieben? Ja stimmt, der eine ist ja liegen geblieben. Wir sind bei sieben. Stimmt, der eine ist ja nicht rausgeflogen. Okay. Richtig. Wir sind bei sieben. Oh, ist das echt fies, ey. Das ist richtig bitter. Ja? Boah, das ist echt fies. Das ist aber echt schwer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Paul, ich drück dir zumindest die Daumen, das zu schaffen. Und jetzt in den Bunker. Okay, das zählt. Das zählt? Das zählt doch nicht. Ja. Spielleitung. Oh. Zählt nicht. I tried. I tried. Vielleicht schafft den heute auch keiner zu klären. Ja eben. Dann gibt's halt eine Pflicht für alle, ne? Aber eigentlich… Boah, du musst da halt wirklich mit ein bisschen Gefühl ran. Aber trotzdem noch mit genug Rums hinter. Weil das Problem ist… Du musst echt hoch, ne? Wenn du den zufeste da reinknallst in die… Ja. Dann prallt der halt ab, ne? In die Word. Ja. Und dann prallt der halt ab. Genau das ist es. Und da könnten uns die Golfbälle halt auch ein kleines Hindernis geben. Das stimmt. Das kann sein, dass die halt das nochmal erschweren. Um alles hier zu verlieren. Auf dem Public of Gamers Bahn. Ja, genau. Wir lassen uns hier nicht lumpen. Aber es gibt auch einen fetten Laptop zu gewinnen. Genau. Oh nein! Paul! No! Was machst du da? Sepp, was machst du da außer heulen? Der hat sich halt einfach in die Ecke gestellt. Ich kann es halt verstehen. Ich kann es halt wirklich verstehen. Da kriegt er diesen Looping. Da kriegt er den… Und dann landet der… Und so fühlt sich echtes Golf an, Leute. Genau so. Merkt euch das Gefühl. Das ist echtes Golf. Ehrlich. So fühlt sich echtes Golf an, ey. Paul, das war dein letzter Schlag. Ja. Das waren zehn Punkte, äh, elf Punkte für euch. Das war dein letzter Schlag. Das war dein letzter Schlag. Das war dein letzter Schlag. Das waren zehn Punkte, äh, elf Punkte für euch. Wahnsinn. Gute Leistung an dieser Stelle. Immerhin. Du hast den Looping geschafft. Mal gucken, ob das alle von sich behaupten können heute Abend. Genau, genau. Schade. So. Wer darf als nächstes? Sonja begibt sich schon in die Zone. Ich bin traurig. Macht's breit. Versucht sich in die Bahn einzuführen. Ich würde es frech behaupten, Team Peter hat den Laptop nicht für sich… Boah. Ich weiß es nicht. Boah. Erstmal… Wie war denn der erste Schlag nochmal? War der auf Brams Finger? Nee, das war der zweite Schlag, ne? Das war der dritte, glaub ich sogar. Der dritte? Der erste Schlag? Der erste war gegen den Stein und direkt hier auf die nächste Bahn. Also eher out. Ah, ja. Okay. War auch erst der letzte Schlag, der überhaupt gezählt hat. Ja, ist richtig. Ist richtig. Und vor allen Dingen dann als letzten Schlag quasi dann endlich diesen Looping zu schaffen. Ist halt auch wahnsinnig undankbar. Aber nur für nachher den Laptop, falls keiner noch das schafft, ne? Paula hat zumindest den Looping geschafft. Stimmt, stimmt. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, ja. Aber jetzt Fokus auf die liebe Sonja, die schon richtig, richtig, richtig heiß ist. Für meine Community. So, Konzentration, Probeschwung durch. Für Werner und Rüdiger. Ja. Ich hab Angst zu fragen. Bram, dein Finger ist in Gefahr. Oh, mein Gesicht ist in Gefahr. Wir sind in Gefahr. Ich glaub, ich sollte weg. Tobi, kannst du mal gucken. Echt? Das ist gefährlich. Also, denk dran, wenn der, das ist ein sehr starker Kreativist, dann muss man vorrufen, ne? Du schaffst das. Einschlag. Easy. Easy. Was? Was? Nein! Oh, mein Gott. Genau. Oh, mein Gott. Scheißegal. Genau. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schläger, ich glaube nicht. Ich hab zumindest noch einen Putter hier stehen. Ey, Sonja, wir möchten das mal hier wertschätzen. Du hast da hinten auf der Bahn so bitter gekämpft. Ja, wirklich. Schapot. Und hier so delivered jetzt hier im ersten Schlag. Ja, genau. Das war ja ein Bunker, ne? Das war nicht draußen. Also, alles gut. Einschlag. Ist ein Schlag, genau. Einschlag. Weil Bunker bedeutet einfach nur Neustart auf Beginn. Im Start. Genau. Und jetzt wird sich konzentriert. Jetzt fieber ich schon ein bisschen. Ja, ich fieber, fieber die ganze Zeit schon mit. Wie ne Irre. Das ist ja auch dein Team, ne? Ja, das stimmt. Nein, wir sind nicht beißt. Nein. Ja, jeder Moderator hat so einen Favoriten. Sooo. Der war jetzt ja halb durch. Schade. Du kannst jetzt von da spielen, weil der war ja schon immer neu. Nee, das ist die Regel. Playline, das Obstacle muss gecleared werden, sonst auf Beginnung. War ja gecleared. Halb. Aber er ist präzise. Es ist schon schwierig. Da wird aber mit allen Mitteln versucht, hier Progress zu machen. Aber ist auch okay, kann ich verstehen. Die Leute sind heiß. Ja, aber ich weiß nicht, warum sie immer mit uns diskutieren. Weil wir sind doch nur die Messenger. Don't kill the Messenger. Wir stehen hier einfach nur. Nicht so locker mit den Händen. Und versuchen, etwas Kluges zu sagen. Dann würden wir denen auch was gönnen, ne? Ja, aber direkt so an, auch ins X. Nee, das wollen wir nicht. Oh, 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 oh. Hat sich selber angespielt, aber alles gut. Das waren die ersten vier Punkte. Oh Mann, der erste hätte mir echt mal gegönnt werden können. Das ist nicht schlimm. Ein bisschen so wie diese Kick-Roller. Weißt du noch? Oh, ja. Genau so viel ist ich an. Und einfach schwingen. Und einfach schwingen. Pendeln, pendeln, pendeln. Zack. Ja. So, da wird noch mal kurz ein paar Tipps beherzigen. Ui. Ging aber nett. Ähm, der ist zumindest an der Flagge angekommen, aber nicht durch das Obstacle durch. Ja. War der außerhalb der Bahn oder war der im Bunker? Im Bunker. Ja gut, dann gibt's ja nur einen Punkt, dann sind wir bei fünf. Alles easy noch. Ich find's so gut, dass du mitzählst. Ehrlich. Ja. Ich hatte auch so ein Sternchen in meinem. Einmal eins Buch bei eins. Sehr gut. On Air, Mathe und ich sind keine Freunde. Und dazu gehört schon eins plus drei oder so. Also wirklich. Das geht glaube ich schlecht. Aber geschah. Eiii. Da wurde aufgehalten. Scheiße. Stimmt. Der wäre raus. Der wäre raus gegangen. Der wäre raus gegangen. Dann sind wir bei sieben. Ist ja auch völlig okay, den Ball da aufzuhalten. Genau. Es wäre raus gegangen. Genau. Die sind immer so fair. Guck mal, nicht so wie sonst immer so. Nein, der wäre gar nicht raus geflogen. Wir diskutieren um jeden Zentimeter, der da liegt. Ja. Siehst du? Nein, nein. Direkt schon wieder aus dem Off gepöbelt hier. Dann sind wir bei sieben. So. Bei sieben Schlägen für Sonja gerade. War noch alles drin? Mhm. Oh, jetzt haben wir den Kameramann getroffen. Ohhhh. 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 Jetzt sind wir bei neun angekommen. Ohhhh. Und demnach auch den letzten Schlag hier für die liebe Sonja, die sich jetzt nochmal nackig macht hier für uns. Einmal kurz jetzt alle Anlegungsradius rausnehmen. Ja, das kann sein. Das kann sein. Jetzt versucht sie noch mit dem Schläger anzupeilen. Ja. Nochmal die Ausrichtung. Ja, noch ein Küsschen auf den Ball. Das ist alles genau. Und jetzt nochmal konzentrieren. Rutscht der besser dann auf dem Metall? Ja, mit Liebe geht's immer besser. Lassen wir einfach so stehen. So. Ne? Ich bin gespannt. Ist das der letzte Schlag jetzt? Ja, das ist der letzte Schlag. Nein, nein, nein. Aber... Naja. Ist egal, ob der durch ist oder nicht. Es war der letzte Schlag. Ist eh vorbei. War das echt der letzte? Das war leider schon der letzte. Oh, nach dem guten Anfang. Ehrlich. Ehrlich. Oh, der erste hätte mir echt gegönnt werden können. Ja, das war so gut. Das ist auch wirklich so. Sonja. Das Problem ist ja, der Ball ist ja faktisch im Bunker gelandet. Und somit fehlt er ja auch nicht. Ja, das ist das Problem. Was machen wir denn? Aber wir haben ja noch Team Grün. Keine Anfrage. Oh. Da starten Fingerverletzungen. Wollte ich fragen, ob ich Freddy die Bahn spielen lassen soll. Schau mal, darf ich deine Hand mal sehen? Ja. Welcher Finger wurde getroffen? Der Mittlere. Der Mittlere. Da? Das ist echt so. Wir sind nicht die Entscheidenden. Ich will's nur mal dem Chat sagen. Darf? Wenn ich diese Bahn spielen würde, dann würde ich bei der letzten rausfallen. Du doch nicht so! Okay, Boris hat gesprochen. Würde ich auch sagen. Wenn Dennis sagt, dass er tatsächlich nicht in der Lage ist zu spielen. Wenn Dennis sagt, dass er tatsächlich nicht in der Lage ist zu spielen. Sehr gut. Sehr gut. Dann opfere ich mich jetzt. Mit Handicap spielt Bram trotzdem. Mit Handicap opfere ich mich dann jetzt. Das kann der Chat dann vielleicht wertschätzen, dass Bram da trotzdem antritt. Ja, das tue ich eh die ganze Zeit. Du guckst nicht nach vorne. Ich guck aber immer auf mein Ziel. Nein, nein, nein. Du guckst nicht nach vorne. Du guckst nur auf den Strich und probierst ihn gerade bei dem Strich. Bram, du könntest den Ball auch noch ein Stückchen weiter vormachen, damit das bequemer ist. Damit du anständig stehen kannst. Bram ist auch sehr breitbeinig unterwegs. Er hat aber auch sehr breite Schulzeichen. Ja, das stimmt. Und die Schläger sind kurz und so. Draußen natürlich stabil musst du stehen am Ball, um ihn ordentlich zu putten. Olli, du stehst genau in der Schusslinie von Bram seinem Finger. Okay, gut. Aber das finde ich gut. Wir haben gewarnt. Darf ich? Du darfst, ja. Du darfst Olli treffen. Das ist absolut okay. Oh, mit viel Gefühl. Also die Ausrichtung war fantastisch. Ja! Hat Freddy auch schon gelobt? Team Schwarz wieder, ne? Ist der rausgerollt oder liegen geblieben? Der ist rausgerollt. Nee, der ist rausgerollt. Der ist gegen das Kabel gekommen. Okay. Guck mal, wie ehrlich der Freddy ist. Auch Team Grün hier komplett ehrlich. Wahre Sports, Männer und Frauen, die hier on-site haben. Damit haben wir zwei Punkte auf der Tabelle. So sieht's aus. Boah, ich bin so gespannt. Aber die Richtung war gut. Ich würde vor allen Dingen gleich auch mal selber probieren, weil es sieht so schwer aus. Schön. Sehr gut. Der zählt, oder? Ich würde sagen, der ist durch. Der zählt, oder? Der zählt. Sehr gut. Der zählt? Nein, nein, nein. Bei Sonja haben wir nicht entschieden, ob der gezählt hat oder nicht. Du hast unseren Spieler verletzt. Sag mal ganz ruhig da jetzt. Warte, bei Sonja haben wir nicht entschieden, weil es der letzte Ball war. Genau. Ja, ja, bei Sonja war es der letzte Ball, deswegen war es gar nicht entscheidungswürdig. Genau, deshalb haben wir gesagt. Sehr gut. Also ich würde stell dich hin, selbstbewusst. Hauptsache nicht in den Bunker. Also der ist… Also, im Prinzip… Wir brauchen erstmal ein Replay. Ne, bei Peter ist er rausgeflogen. Sag das bitte mal, damit wir es gleich in der Post besprechen können. Also im Prinzip ist der Ball ja hier hoch und dann auf der anderen Seite gelandet. Und dann raus. Er war schon am Scheikelpunkt oben. Der ist die Hälfte hoch und auf der anderen Seite auf die Bahn wieder rübergefallen. Also ich würde dann jetzt den nächsten Schlag machen, ja? Ne, bei Sonja haben wir nicht gesagt, ob es zählt oder nicht. Da haben wir nicht gesagt, dass… Aber das war der letzte Schlag. Wir haben das gar nicht diskutiert. Vorher… ja? Okay. Boris hat gesprochen. Macht uns das Leben einfacher. Bitte. Ist okay. Nicht richtig, sag ich. Es ist so… Okay. Wann entscheidet der Jay? Alle haben gesprochen, außer wir, weil wir sind nur die Ausführenden hier. 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 Mein Finger dankt dir. Okay, also. Die Bahn muss in ihrer Gänze ausgefahren werden. Hast ja alles richtig gemacht. Ja. Hey, Paul. Stell dich ein bisschen näher an die Bahn ran. Das ist echt nochmal schwerer, ey. Du bist zweimal perfekt getroffen. Nur nochmal ein bisschen… Also ich hätte gegönnt. Ich hätte bei Sonja den letzten Schlag… Hätte ich auch. Hätte ich persönlich auch gegönnt. Aber da haben wir die Diskussion gar nicht angefangen. Seh ich auch so. Weil wir wissen ja, dass es dann diskutiert wird. Das ist jetzt drei, wa? Genau. Also meines Erachtens, es wurden beide Schenkel… Aber es ist auch fair… Es ist auch fair, jetzt zu sagen, okay, es muss komplett gerollt werden. Ist auch okay… Oh, es wird scharf geschossen. Passt auf eurem Fußknöchel auf. Hier, willst du meinen? Den fahr doch auf meinen. Den hatten wir doch schon, den Schlagpunkt. Der ist… Nee, nee, für jedes Mal raus gibt ja einen Schlagpunkt. Ach doch, für jedes Mal raus. Ja, ja, ja. Aber wir sind jetzt… Wir sind jetzt bei… Fünf. Fünf… Punkten, die Bram aktuell hat. Ja. Und der eine Schlag nur ein bisschen härter. Dann wäre er durch gewesen. Das braucht er jetzt nochmal. Ja, ich bin gespannt. Boah, ich bin wirklich… Deine Bruder! So, jetzt wird nochmal… Peter erkundigt sich um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter. Ja. So, jetzt nochmal Probeschläge vor dem… Sechs. Der bleibt… Tatsächlich, im echten Golf auch. Ja. Das, was er eben gemacht hat. Ja. Das wäre schon ein entsprechendes Ball gewesen. Ach so, wirklich? Das wäre schon ein Schlag gewesen. Ja gut, im Mini-Golf… Was wäre das gewesen? Ich droppe nur Golf-Knowledge so ein bisschen. Wir reden einfach nur ein bisschen, während du dich vorbereitest. Ja, ich würde eine Sprechigung hier haben, Mann. Nee, bei uns im Mini-Golf… vorhin hatte Sonja, glaube ich, sogar einmal den Ball berührt vorher. Genau. Und der Paul ja auch. Da haben wir weggeguckt. Das ist alles okay. Das habe ich ja gesagt, im echten Golf. Genau. Das sind… Das sind Appalien hier. Ja? Ich würde den jetzt einmal nochmal schlagen. Mach mal. Bram haut den jetzt einmal nach Meppen Süd. Ich gebe mal außen. Okay. Hm. Das war die Sieben. Er sagt, ich hau jetzt volle Kanone drauf. Nee, er hat gesagt normal schlagen. Ach so. Okay. Entschuldigung. Aber ich hatte jetzt auch mit mehr gerechnet. Ja, okay. Weil ich glaube nicht, dass der durch den Looping gekommen wäre. Hm. Man braucht halt schon einen straighten Ball durch den Looping. Ja. Jawohl! Oh! Nein! Oh nein! Nein! Oh, diese Bahn, ey. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Abgrundtief Nummer 15. Du machst uns das Leben echt schwer. Der Bunker ist so bitter. Junge, 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 Junge. Oh, ist das fies. Du hast halt so wenig Kontrolle über diesen Ball. Weil ab dem Eintritt in den Looping ist es einfach nur noch Glück. Ja, du denkst, okay, jetzt muss ich aber mal drauf ballern und dann hat er so viel Schwung, dass er halt hinten dann noch weg geht, ne? Nein. Jetzt wird man nervös. Das war natürlich der Moment, wo einem alles wegschwimmt, ne? Ei, 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 ei. Oh, schwierig. Ich bin so froh, dass ich nicht spielen muss, ehrlich. Vor allem, es geht hier auf der Republic of Gamers Bahn ja auch um den Laptop. Genau. Für die Community des Teamcaptains. Ich weiß gerade noch nicht genau, wer hier jetzt gleich gewinnen wird. Ich weiß es auch nicht. Also tatsächlich müssten wir dann reihum einfach nochmal durchhauen lassen. Ja, mal gucken. Also, hm. Ja. Kümmern wir uns später drum. Oh, hallo. Schade. Ich hätte sie gerne gelassen. Aber, ähm. War das jetzt der letzte Ball? Das war der letzte. Das war der letzte Ball. Und jetzt müssten wir eigentlich ein Sudden Death Gain. Bitte? War sie nicht im Bunker? Schade. Bitteschön. Ja, das ist eine gute Frage. Du bist ja, du bist Spielleitung. Okay. Wir haben, äh, wir haben bei der, äh, Bram hat einmal durch den Looping durch geschafft. Haben wir alle elf? Die, alle haben elf. Alle haben elf. Sonja hat tatsächlich beim ersten Mal geschafft. Beim ersten Mal einmal durch und ist dann liegen geblieben. Das war... Wie jeder andere. Wir haben eigentlich auch gesagt, wer am nächsten am Loch dran liegt. Hm? Mit... Seinem ersten... Ja, hm. Alle haben elf. Alle haben die Bahn gleich gut geschafft. Alle haben die Bahn gleich gut geschafft. Ja. Machen wir jetzt folgend. Ja. Jedes Team stellt random einen Spieler. Ja. Und derjenige, der zuerst den Looping schafft, der benutzt es an seine Kommission. Siehst du? Sudden Death. Ich liebe es. Ne, den ersten Looping schafft. Der zählt auch einmal den Looping schafft. Der zählt aber nicht mit in die Wertung, oder? Für das Gesamtonio? Ne, ne, ne. Das geht nur... Das geht nur um... Wie stellen wir den randomen Spieler? Ne, jeder kann sich den aussuchen. Ich kann nicht mehr. Darf ich... Darf ich die Schande nochmal versuchen wegzumachen? Seid ihr da rufen? Bist du der erste den Looping schafft? Ne, den hier. Immer nacheinander. Nacheinander machen. Verstanden. Wie beim Elfmeter-Spieler. Oder willst du denn spielen? Ja. Okay. Für den Laptop. Dann gehen die zwei weiter. Dann gehen... Dann gehen die bleiben... Das geht jetzt aber... Ja. Ich bin ja angeschossen worden. Nein, das ist einfach. Das ist wirklich sehr gut. Genau so machen wir das. Danke, Boris. An dieser Stelle. Dann fassen wir nochmal zusammen. Boris Betriebsgeheimnis hat geregelt. Der Herr über den Laptop hat gesagt, jedes Team darf einen Spieler stellen. Sofällig, genau. Und wer als erstes den Looping schafft, also weniger Versuche braucht, dessen Community bekommt den Laptop. Und wenn ich das richtig sehe, hier wird Sturmwaffel schon für Team Grün antreten, Paul für Team Schwarz und Christian für Team Golfi. Und wenn jetzt zwei den Looping schaffen im Durchgang, im gleichen Durchgang, dann gehen diese beiden Spielenden ins nächste Stechen. Ich würde frech sagen, das wird glaube ich nicht eintreten. Weiß ich nicht. Mal gucken. Aber wir schauen jetzt. Einer nach dem anderen jetzt. Einer nach dem anderen. Wie beim Elfmeterschießen jetzt. Genau. Die Jungs haben sich schon beratschlagt. Anscheinend fängt Sturmi an. Ich sehe jetzt auch keinen Nachteil anzufangen. Also Sturmi, let's go. Wenn du nicht anfangen willst. Darf ich schon? Ja, ja. Let's go. Weil jeder spielt ja einmal. Gar kein Maß nehmen. Das ist jetzt sowieso glaube ich schnell vorbei. Außerhalb der Wertung alles. Let's go. Sturmi hat einfach easy reingemacht. Das war der erste Versuch. Und der erste Versuch zählt hier. Er hat das Hindernis genommen. Genau. Vollkommen egal. Wir haben ja nur gesagt, die Prämisse ist, das Hindernis erfolgreich zu bewältigen. Und das hat Freddy ja an dieser Stelle getan für Team Grün. Star Grün. Aber der Drops ist ja noch nicht gelutscht. Denn unsere anderen beiden müssen ja auch noch dran. Paul ist auch bereit für seinen Versuch. Oh, 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 oh. Der ist hängen geblieben. Der wollte wieder auf den Fingern. Zwischen den Steinen. Okay. Und jetzt liegt es auf Chris' Schultern. Unser Großmeister Chris hat noch die Chance hier für seine Community den Laptop zu bekommen. Das ist spannend. Ich versuch so ein bisschen am Kameramann entlang zu schieben. Ich bin sehr gespannt, ob Stummi das hier ohne Gegenwehr schafft. Der Druck. Das war auch echt stark. Der auf den Schultern der Spielenden hier lassen. Das ist auch stark, dann anzufangen. Oh. Und somit ist es tatsächlich besiegelt. Das heißt Team Grün. Team Grün. Und somit auch Bram. Bram wird auf seinem Instagram-Kanal in den nächsten Tagen den Laptop verlosen. Dort einen Post zu machen. Und da solltet ihr dann mal die Augen offen haben. Freddy, wie fühlst du dich nach deinem siegreichen Schlag? Zumindest an Bahn 15 hier. Komm mal her. Ja, also das Team hat schon in der ersten Halbzeit sich gut geschlagen. Und der Trainer hat uns dann nochmal zusammengeholt und hat uns dann gesagt Grün. Und dann haben wir einfach auch Grün gemacht. Das ist vielleicht ein Betriebsgeheimnis, was ihr mit uns teilen könntet. Grün. Grün. Verstehe. Okay. Alles klar. Vielen Dank an dieser Stelle. Freddy, geh zurück zu deinem Team und feiert diesen Erfolg. Zumindest vor dem, ja, fast das Ende des Turniers an dieser Stelle. Denn die finale Bahn. Die finale Bahn. Ich bin ein bisschen traurig. Ja, ich bin jetzt gerade hier schon am gucken. Ja. Wir werden jetzt nochmal rüber gehen zu Jonathan, der uns die Highlights hier zum Besten gibt. Ich bin gespannt. Ich glaube, es sind einige gute dabei. Das ist nämlich das Ding. Also wir haben jetzt ja alleine schon bei der letzten, vorletzten Bahn mehrere Highlights gehabt. Aber ihr könnt gleich selber noch abstimmen, wer denn dann an der letzten Bahn dann teilnimmt, wer für euch an den Start geht, für die Teams an den Start geht. Und ich würde sagen, Jonathan, let's do it. Ja, ich bin sehr, sehr live. Hi. Ja, Olli kam mir gerade noch an und möchte noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material aufnehmen. Wie eng ist das bitte? Wie eng ist das bitte? Ich weiß wie eng. Das ist ja insane. Es steht 56 Punkte für Team Chris zu 56 Punkte für Team Peter zu 57 für Team Bram. Ein Punkt Unterschied. Das ist richtig crazy, ne? Und du gehst gerade am Bahn 16, die angeblich gar nicht so schwer ist, aber ich habe mich da sehr schwer getan, als ich die ausprobiert habe. Ich bin echt gespannt. Wer die spielen darf, das werden wir gleich sehen, aber auch wer gewinnen wird am Ende. Hast du so einen persönlichen Favoriten oder würdest du lieber nichts sagen? Team Bram. Team Bram, denkst du? Das war mein Team, was ich vorgestellt habe. So mehr oder weniger. Deswegen natürlich Team Bram. Ja. Aber ja. Ist das langweilig, wenn ich auch sage Team Bram, denke ich, würde ein Signal holen? Oh, Team Bram kommt vorbei. Bram, was ist mit deiner Hand? Ja, das war ein schwerer Schlag. Wie sieht man was? Ist ja gebrochen. Oh, doch guck mal, ist ein bisschen blau geworden, oder? Ja, ich bin da getroffen worden. Aber macht ja nichts. Das liegt am Licht hier. Ja. Also die Hand war schon krass. Ich muss sagen, Paul aufs Brutalste wieder. Ich hätte auch nichts anderes von Team Schwarz erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe selten so viel Hinterrücks und so viel Gemeinheit gesehen. Aber, also wirklich, guck mal, wie man auch jetzt sieht. Also war das doch pure Absicht von dir, würdest du sagen? Wir haben den Clip für dich, Bram. Wir haben den Clip für dich. Ich stehe da einfach und guck mir die Leistung an. Ich denke mir so Team Schwarz, man kann ja mal zugucken. Respekte das Ganze. Ja. Paul schlägt Brutalst. Hast du das gesehen? Und der Schmerz, wie real er ist. Ich konnte fast nicht, ich konnte fast nicht Bayern 15 spielen. Ich habe dann aber all meinen Geist, meinen grünen Geist zusammengenommen. Da hat quasi der Geist über den Körper gewonnen. Du hast den Schmerz ausgedreht wie so ein Schaulienmönch. Ja. Und einfach rein. Okay. Das ist, du hast aber hier, also hier in der Halle ist es sehr kalt. Ja. Und du hast ja dann, das ist ja wie, als wenn du im Winter so ein Ohrenschnipsen machst oder so. Und dann kriegst du halt so ein Goldfall. Das ist glaube ich schon sehr unangenehm. Deswegen bin ich auch der Meinung immer noch, dass ich hätte mit Freddy tauschen dürfen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich so brutal angegriffen worden bin. Gar nicht aus Kulanzgründen. So einfach, dass wir es hätten verlangen können. Aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Weil wir doch dann mehr Größe bewiesen haben. Einfach. Naja. Aber ich bin hier, um tatsächlich so ganz, um was zu fragen. Ja, was fragst du denn? Gehen wir davon aus. Hypothetisch. Ich mach das Ding ins Hold'em 1. Ja. Und Christian und Peter verkacken jeweils ein. Ja. Und machen das dann auch. Dann hätten wir alle gleich viele Punkte. Dann hättet ihr alle. Würden wir dann Sudden Death spielen? Das ist meine Frage. Die Gleichpunkte, Gleichstände werden in Sudden Death gespielt. Genau. Und auf welcher Bahn wird dann ausgewürfelt? Ja. Digger. Waren 15. Waren 15. Alles klar. Ne, wir schauen das sonst an. Ja. Also, wir haben noch, also ich hab hier noch einen Clip von Sonja rausgesammelt. Das war wirklich heartbreaking an meiner Stelle. Also für mich auf jeden Fall. Die war halt richtig bereit. Sie wollte das Laptop, den Laptop für ihr Team gewinnen. Hat sich richtig vorbereitet. War auch dadurch warm. Und dann schlägt sie in Milchbaum-Manier. Wunderschön gleich. Irgendwann. Wenn der Clip dann... Sie macht noch die Testschläge. Es macht sich noch warm gerade. Na klar. Na klar. Und ja, die ist... Es ist... Es ist... Da ist schon das Herz zerbrochen. Sie macht einen perfekten Schlag. Der geht richtig bis hinten durch und dann in den Bunker. Und dann... Der wird beinah zweimal im Loch gelandet. Der ist zweimal dran vorbeigehuscht. Das tut weh. Das tut richtig weh. Das tut sehr, sehr weh. Ja. Da tut es mir auch wirklich leid. Das tut es mir sehr, sehr leid an der Stelle. Wer mir ganz und gar nicht leid tut, ist unser Gaumen und unser Magen. Denn der wird heute an diesem Tag sehr, sehr gut gefüllt. Oh ja. Mit wunderbarem Gerolsteiner Schwarztee Pfirsich und Schwarztee Zitrone. Überleitungsprofi der Welt. Denn Gerolsteiner sponsert hier auch dieses Event. Ja, die machen nicht nur tolle Quiz-Pokers mit uns zusammen. Oder wie Christian und Sebastian tolle Bäume pflanzen. Sie machen jetzt auch... Seit gestern gibt es diesen Tee, Schwarztee Zitrone, Schwarztee Pfirsich. Und ich muss sagen, ich bin ja schon sehr picky, was Eistees angeht oder Tees angeht. Und ich finde, der schmeckt sehr, sehr lecker. Den kann ich nur euch empfehlen, wenn ihr den mögt. Man schmeckt diesen Schwarztee zwar schon deutlich raus, also wer gerade Schwarztee mag... Was ich aber sehr lecker finde tatsächlich. Ich trinke sehr gerne Schwarztee. Es ist definitiv nicht süß, also richtig süß. Nein, es hat eine schöne, unterlegene Süße dabei auf jeden Fall. Aber es ist nicht krass süß. Was ich aber wie gesagt sehr gerne mag. Ich mag das gar nicht, wenn das so krass übersüß ist. Kann ich auch verstehen. Der Tee ist besonders kalorienarm und wird im sogenannten Cold Brew Verfahren hergestellt. Das bedeutet, der Tee wird kalt aufgegossen auf Teeblätter. Und stundenlang reift er dann quasi zu seiner Geilheit zusammen. Und dann hast du am Ende diesen wunderschönen Gerolsteiner Schwarztee Zitrone oder Pfirsich. Und zusätzlicher Zucker wird dabei nicht verwendet. Du hast halt diesen üblichen Zucker da drin. Und ja, das ist ein wirklich sehr, sehr leckerer Tee. Ich habe den auch hier heute die ganze Zeit gut getrunken. Und du wolltest jetzt hier noch ein Tornado machen, sagtest du? Der selbst hatte mich eben herausgefordert. Welche Sorte nehme ich? Ich kann beide empfehlen. Ich bin wirklich einer, der sagt Zitrone oder Pfirsich. Ich mag beides. Also ich mag auch beides. Ich weiß, viele Leute sagen ja, Zitrone schmeckt besser. Ich mag auch Pfirsich. Ich probiere es jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ich so ein Tornado kann. Aber ich probiere es jetzt gerne mal aus. Mach das. Try it. Ich glaube, das... Okay. Oh, Moment. Guck mal, Bram macht mit. Bram macht mit einer schönen Medium-Flasche jetzt mit. Da fehlt der. Da fehlt der. Da fehlt der. Ich habe ja noch meine Flasche. Ich mach mit. Mach das so irgendwie. Ich habe das auch noch nie gemacht. Nee, okay. Also wenn dann das jetzt so und dann... Hast du eine Idee? Nee. Es ist kalt und es ist noch kälter. Ist das nicht mehr sinnvoller, wenn da auch Kohlensäure drin ist? Ich habe so einen Gluckerbauch. Und ich habe hier so ein bisschen Schwarz, die mir gerade ein bisschen die Schläfe hier runterläuft. Auch ein bisschen Brainfreeze gerade, wenn ich ehrlich bin, weil es hier eh schon arschkalter ist. Aber ja, Tornado ist ganz wahrscheinlich nicht zu den Sachen, die zu meinen Skills gehören. Ist auch nicht schlimm. Nee, da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Vielen, vielen Dank, Georg Steiner, dass auch ihr dieses wunderschöne Event hier finanziert und quasi uns wunderbar versorgt. Wir haben jetzt noch WatchBuddy. Ja, eine Bahn steht noch aus. WatchBuddy war lustigerweise gerade für eine ganze Zeit lang down. Ihr seid insane. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der letzte Stand ist. Ich habe vorhin gesehen, im iOS-Store ist WatchBuddy auf sieben oder so. Sieben und teilt sich da die Top Ten sowas wie Netflix. Das ist wirklich crazy. Android auf Platz 17, glaube ich. Also, es ist krass. Es ist wirklich krass. Das ist der Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wir hoffen natürlich, dass die App dann in den nächsten Events natürlich noch weiter tolle Sachen macht und dann vielleicht nicht abstürzt. Aber wir haben nicht damit erwartet, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so einen krassen Ansturm gibt an der Stelle tatsächlich. Nee, nee, so gar nicht. Und wir wollen jetzt checken, wer denn von euch für Bahn 16 in Teams gevotet wurde. Ich hoffe jetzt auch nochmal, dass die App uns nicht im Stich lässt. Wir werden sehen. Das Overlay. Oh, beziehungsweise, okay. Ich hatte es eigentlich eingeblendet, aber wir sehen gerade. Ja, wir schauen mal. Ich sehe das hier im Stream. Versuch es nochmal. Oh, oh. Gucken wir mal. Ist er down oder ist er nicht? Wir haben es wieder angesprochen. Oh nein. Wir hätten auf die Fresse halten sollen. Hättest du mal nix gesagt. Ich bekomme leider eine Fehlermeldung, wenn ich versuche das Overlay einzuleiten. Und wieder. Und Domi wieder am rotieren zu Hause. Oh Mann. Er rotiert gerade mit seinem Sessel in die Bude unter ihm. Schade. Aber es ist gar nicht schön. Es ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber wir können es halt so über die App zumindest machen. Du kannst dir zumindest vorlesen. Ich kann das mitlesen. Genau. Und wir fangen an bei Team 1. Team 1. Team 1 ist eine sehr, sehr enge Entscheidung. Da gewinnt... Hier kommen irgendwelche Bälle. Team 1 wird spielen. Peter. Bahn 16 für Team 1 wird Peter anstrepen. Bahn 16, Team 1, Peter. Bin da. Du musst spielen. Um die Entscheidung. Ich weiß. Du wurdest abgestimmt. Dann haben wir auf Team 2 wird Brammen spielen mit seiner kaputten Hand. Oh, der Arme. Ei, ei, ei. Und Team 3 wird spielen... Christian. Das heißt Team Pietz mit Entscheidung. Und ich will da halt auch eigentlich mitgehen. Man sieht das so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall Watchbody da, weil es die Abstimmung hat darin stattgefunden. Ja. Und auch wenn die Server gerade belastet sind, wir wollten ja eigentlich auch die Siegerin den Sieger der Herzen darüber entscheiden lassen. Ich will sagen, wir probieren es jetzt zumindest aus, ob es funktionieren wird. Sehr gerne. Weil zumindest in der App konnte ich ja gerade die Umfrage mir oder die Ergebnisse zumindest anschauen. Der ist wichtig. Ich will sagen, als nächste Umfrage... Dann werden wir extra im Pokal besorgt. Genau. Wir haben extra im Pokal besorgt. Für das letzte des Abends dürft ihr dort draußen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, entscheiden, wer Siegerin Sieger des Herzens sein wird. Das könnt ihr über Watchbody machen. Ich sage, glaube ich, gerade mal lieber nicht, wo es die App gibt, damit die Server nicht wieder abstürzen. Android und iOS. Dann würde ich sagen, wenn alle auch... Hatten wir noch was? Oder können wir sagen... Wir haben hier an der Stelle jetzt nichts mehr. Es geht jetzt um die entscheidende Bahn 16. Es steht 56 zu 56 zu 57. Das wird also eine richtig knappe Kiste. Ich bereite hier nochmal kurz die nächste Matz vor und dann komme ich auch noch dazu, um die Entscheidung, weil das will ich ja live miterleben. Auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt und würden... Wir geben jetzt dann gleich wieder ab an Melli und Sebastian, die auch gerade irgendwo am Start sind. Ich habe sie gerade noch gesehen. Ach, da sind sie. Okay. Seid ihr ready? Ihr seid ready. Alles klar. Dann heißt, wir geben jetzt ab an Sepp und Melli. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich nochmal für Siegerin der Herzen. Richtig. Wegen Spieler der Herzen. Wir sind drauf. Ach, wir sind drauf. Mensch. Ja, guck mal. Wir werden nochmal besprechen, was wir hier so machen, aber... Wir werden jetzt die letzte Bahn bespielen und ihr habt entschieden, dass Christian, Bram und Peter für ihre Teams starten werden. Ich bin gespannt. Bahn 16 mit der Schatztruhe. Da vorne haben wir eine kleine Rampe. Geht los. Das heißt, man muss erstmal über den Burggraben springen, dann verweigert die Schlange den Zutritt zur Schatztour, die gleichzeitig auch noch das Loch ist. Genau. Das heißt wahrscheinlich... Ich habe sie noch nicht selber gespielt. Aber wahrscheinlich rollt der Ball auch wieder zurück, wenn man nicht stark genug ist. So, und da sind wir wieder. Der Sepp ist halt einfach über Stromkabel gestolpert. Kannst du nichts machen, ey. Ja, nicht nur Watch Buddy habt ihr down bekommen, auch unseren Stream. Keine Ahnung, wie ihr es hinbekommen habt, aber ihr seid einfach krass. Also ganz viel Liebe geht an euch raus, dass ihr immer noch da seid. Ja, wir wollten natürlich auch sehen, wie das Finale jetzt losgeht. Denn Bram, Peter und Christian stehen für ihre Teams als Captains jetzt hier im Rennen. Ihr habt abgestimmt. Ich wollte gerade sagen, das hat der Chat entsprechend bestimmt. Ihr habt das zu verschulden. In der App halt, ne? Wie war das? Alle hatten Hole in One, ne? Außer Peter. Ach so. Ja, ne, insgesamt. Heute schon. Ah ja. Zwei von dreien zumindest, ne? Aber Peter, du hast ja immer noch eine Chance jetzt hier auf Bahn 16, denn die Playline ist sehr simpel. Du hast es eben schon umrissen. Wir haben hier eine kleine Rampe, die über einen kleinen Burggraben führt, um dann quasi den Ball erfolgreich in der Schatztruhe zu versenken. Wir sind gespannt, wer das schafft. Das würde, wenn der Peter das beim ersten Anlauf jetzt direkt schaffen würde, würde das sein erstes Hole in One bedeuten. Und wahrscheinlich auch fürs Team vielleicht sogar den Sieg, weil die Punkte sind so nah beieinander. Das ist echt abgefahren. Wir hatten irgendwie einen Punktunterschied. Wer war auf dem ersten Platz gerade nochmal? Also, es ist alles, wir können ja einfach mal gemeinsam nochmal schnell auf die Grafik Auf die Punkte nochmal eben gucken. Da ist es. So, wenn wir jetzt ein Fernglas hätten. Ja. Das sehen wir dann. Da ist der Pole dabei. Das sehen wir ganz gut. Soll ich mal, ich lauf mal kurz? Ja, lauf du mal kurz. Ich mach mal die rasende Reporterin von hier hinten. So. Ah, ich musste gar nicht so weit laufen. Also, Team Chris mit 56 Punkten, Team Pedda mit 56 Punkten und Team Brammen mit 57 Punkten. Das heißt, für Christian und Peter geht alle um die Wurst. Aber wenn Peter den Hole in One macht, haben sie schon mal gewonnen. Wie ist denn die Reihenfolge? Ich bin wieder da. Die Reihenfolge ist, wie haben wir gerade gespielt an der Bahn? Alle versagt. Alle versagt. Ja, alle versagt. Aber was denn? Wenn Christian den Hole in One macht, hat er noch nicht gewonnen. Warum? Weil wenn Christian den auch Hole in One macht, das haben die Gleichstellung, dann gibt es Sudden Death. Ja, richtig. Ah ja, es gab ja Sudden Death. Ja, ja. Oh. Schreib mich mal hier nicht ab. Das heißt, die beiden kann ich theoretisch auch machen. Oh, ja. Also es ist noch nichts verloren. Das wäre natürlich richtig high. Tatsächlich. Bitte? Ach so. Oh, Bahn 15 wird Sudden Death gespielt. Oh. Hey. Natürlich. Kein einziges Mal geschlagen. Vielleicht wollen wir das ja auch. Also. Die Reihenfolge, die jetzt gestartet wird, ist natürlich eine gute Frage. Auf der Bahn wurde gestartet. Wer hat hier angefangen? Es war... Schwarz. Paul. Richtig. Paul. Danach war lila. Das heißt, grün fängt an, dann lila und dann schwarz. Grün, lila, schwarz ist die Reihenfolge. Das heißt, Bram darf vorlegen. Gar kein Pressure auf den lieben Dennis Bram. Und ich würde sagen... Ich glaube, der bekommt das gar nicht so mit. Macht euch mal bereit. Brammen, Christian, Peter ist die Reihenfolge. Brammen, Christian, Peter? Richtig. Das ist ja immer hier schön. Und Peter kann sich wieder seine Jacke anziehen und nochmal hinsetzen. Wieso fange ich als Schluck trinken? Wieso fange ich mit der wenigsten Punktzahl an? Du machst das schon. Bram, das haben wir über alle Bahnen... Ja, wir diskutieren das gar nicht mehr. Du gibst dir immer so viel Mühe. Ja, ich versuche es am Laufen zu halten, aber es ist einfach... Es ist wie gegen eine Windmühle, ich fühle mich wie Donkeyshot. Deswegen versuche ich das überhaupt gar nicht. Haben wir die Rampe schon gezeigt? Wir haben die Rampe schon gezeigt, ja. Wir haben schon über die Rampe gesprochen. Also, wir sehen jetzt Bram in seiner hochkonzentrierten Konzentriertheitsphase. So, ich muss ein bisschen dran vorbeischielen. Konzentriertheit. Grün. In der Konzentriertheit. Grün. Grün ist das Motto. Grün ist das Motto. Und der Kameramann direkt neben der Schatztruhe lebt vielleicht gefährlich, aber... Wir sind gut versichert. Das ist, glaube ich, Betriebsrisiko, ne? Wir sind gut versichert. Darf ich kurz fragen, sollte man Jonathan treffen, hat man dann automatisch gewonnen? Oh nein! Bitte nicht! Ich würde sagen, den Schlag darfst du punktlos wiederholen. Ui! Darf Bram von da weitermachen? Erster Schlag. Was, die Regel? Dann darfst du einfach hier weitermachen, ne? Ja, natürlich darfst du von da weitermachen. Was? Was? Wurde vorher nicht gesagt. Das steht auf den Regeln. Auf den Regeln steht, Achtung Schlange. Also darf Bram da weitermachen. Was? Alter, mal wieder. Wir haben keine andere Anweisung, als dass von da aus weitergeschlagen werden kann. Ja. Oh, Jonathan, gilt es jetzt nicht dazu? Oh, genau. Jonathan, wie wärst du mit dieser Situation umgegangen? Hättest du deinen Taser rausgeholt? Ja, ich finde das schon okay. Okay. Juhu! E-Log 2, Bram! Grün! Was ist das weiter? Kann man den einschaffen? Grün hat sich damit, ja, mit drei Punkten Abstand jetzt positioniert. Jetzt kommt Christian, ja. Sorry, ich bin schon so aufgeregt. Alles gut. Christian müsste jetzt schon sehr viel daneben schlagen. Oder in den Bruggraben fallen. Aber die Schlange könnte mir zum Verhängen, also zu meinem Nehmesis werden, weil ich hab Jules gesagt, das ist zu einfach, leg mal irgendwas da hin. Ich hab ja noch mal eine Regenbillfrage, das passiert wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wenn Christian jetzt in die Schlange trifft, kann er von da aus nicht weiterspielen. Aber er liegt ja auf der Bar. Das stimmt, was passiert, wenn ich in der Mitte der Schlange liegen bleibe? Dann kriegst du mein Sandwich und schippst den Ball da rein. Was will ich denn? Triff doch erstmal die Schlange und dann reden wir darüber. Ach, das würde mich jetzt mal interessieren, auch regeltechnisch für mich jetzt. Was ich dann entscheide, oder wir dann entscheiden. Wenn er jetzt die Schlange trifft, dann hab ich ein Problem. Ich würde auch sagen, es ist Game Over, ne? Ja, bin ich auch dafür. Es ist eigentlich Game Over. Wir können das ja jetzt schon mal bestimmen. Ja! Das war das Hole in One bei Christian. Ich weiß, wie der Chris funktioniert. Der musst du halt ein bisschen wüten machen vorher, ne? Ich hab nichts. So, Peter. Ja, super. Peter, no pressure at all. Darfst du auch. Nicht zu fest. Peter, du könntest jetzt der Dritte im Bunde sein bei Pete Smith mit einem Hole in One. Wo habt ihr den denn so immer hingelegt? Und auch das Sudden Death einleiten, um hier, um den ersten Platz. Sonst hat nämlich Team Golfi gewonnen. Du hast vollkommen recht, weil jetzt ein Hole in One von Peter würde bedeuten, dass wir ins Stechen gehen, welches auf Bahn 15 ausgetragen wird. Ich glaube, Peter hatte im Leben noch nie so viel Druck. Ich bin gespannt, wie er die Situation meistert. Es wird geatmet. Es wird tariert. Die Ausrichtung wird nochmal überdacht. Ich komm mit der Torn davon sprechen. Der Halle macht sich Ruhe. Oh Gott! Das war wirklich fast der Kameramann. Ich wollte gerade sagen, zwei Szenarien werden beinahe eingetroffen. Einmal den Kameramann treffen oder in die Truhe. Belastend. Das war doch jetzt plus ein Strafschlag, oder? Das war plus ein Strafschlag. Ja. Peter ist außerhalb der Bahn gelandet. Nee, ist schon vorbei, oder? Oder weißt du, im River. Ja, ja. Das heißt, er hat jetzt zwei Punkte. Ja, genau so sieht's aus. Ja, richtig. Es wird jetzt philosophiert, wie der zweite Platz gerade aussieht. Ach so. Und nach seinem Schlag. Das heißt, Peter... Halle in One! Und da ist es doch das Hole in One, zumindest fürs Herz. Zumindest fürs Herz. Und Platz zwei? Das ist jetzt drei Punkte bekommt Team Schwarz, wenn ich das richtig gezählt habe. Und jetzt haben wir ein Stechen. Dann seid ihr punktgleich. Auf Platz zwei. Und auf Bahn 15 sehe ich euch beide doch jetzt mal zum Stechen. Wir beide? Dann gehen wir einfach mal wieder rüber. Ähm... Ja. Scheiße. Die Bahn habe ich noch nicht einmal probiert. Genau. Bei Platz eins steht ja tatsächlich durchaus schon fest. Ja. Dann hast du dir verdient. Ja, das wird nix. Die Bahn habe ich ja noch nicht bestellt. Wir haben zumindest unser Sudden Death hier noch gebraucht. Sorry. Ich war da in den Himmel und reingelaufen. Ja, das ist richtig. Auf der Asus-Rock-Bahn wird jetzt das Sudden Death ausgespielt. Es geht um Platz zwei. Bram hat ja schon mal gespielt auf der Bahn. Team Schwarz möchte ich noch mal kurz betonen. Achso. Hat meinen Spieler von Team Grün hier angegriffen vorher auf der Bahn, sodass er schon Schwierigkeiten hat. Der hat ein Trauma, mit dem er hier geht. Oh, 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 oh. Falls das nix wird. Wissen wir, woran es liegt. Es ist ne Anzeige. Ja gut, Paul kann ja anzeigen. Der hat auch 50 Euro von mir gewonnen. Den zeige ich auf jeden Fall an. Das heißt, das war jetzt immer eine gute Performance. Wollt ihr Schnick-Schnack-Schnuck machen, wer anfängt? Ich fange an, wenn er möchte. Oh, Bram fängt sogar an, wenn er möchte. Okay. Das ist kein Problem für mich. Ich hab das nämlich schon gespielt. Ja, du hast ein bisschen Erfahrung auf der Bahn im Gegensatz zu mir. Konnt ihr zumindest schon mal sehen und ich finde, das ist dann okay. Kurze Frage. Gleich regeln wir vorher, dass wir auch dieses Ding machen müssen. Nein. In diesem Fall nicht. In diesem Fall muss das Einzige, was passiert ist, es muss den Looping kommen. Also nach dem Motto, wenn ich hier durch bin, dann ist egal, was passiert. Halber Looping und kann runterfallen. Okay. Viertel Looping ist auch okay, weil sonst... Okay. Aber der Ball muss hier durch. Der Ball muss da durch. Er muss da durch, was danach passiert. Der Ball muss das erste Stück vom Looping schaffen. Grün. 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 Wir machen es etwas einfacher, aber... Ja gut, wenn Bram das jetzt hier direkt beim ersten Try schafft, dann ist sowieso... Wir gucken mal. Ich mein, Boris hat da was angesprochen. Wir haben nur so viel Zeit. Das ist richtig, ne? Es geht um den zweiten Platz. So, genau. So sieht es aus. Wer letzter wird? Sehen wir. Oh! Und dann knallt der da so einen sauberen Looping durch. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Von vorne. Ah, okay. Die reguläre Spielregel. Eins. Ich hab euch gerade schon gerettet bei der Bahn davor. Jetzt hat es nicht geklappt. Bram hat schon mal den richtigen Drive. Ja. Er trifft den Looping tatsächlich richtig hier. Ich würde sagen, da ist die Lernkurve. Oh, schade. Die Lernkurve ist da. Darf der jetzt da liegen bleiben? Wo könntest du den da liegen lassen? Boris? Warte mal. Wir haben gesagt, den muss man denn einmachen. Nee, den darfst du da nicht liegen lassen. Da müssen wir reinfahren, ne? Da müssen wir rein. Der muss rein. Der muss rein. Okay, also? Ja, neu. Neu. Gibt aber keinen Strafschlag. Alles gut. Du bist jetzt bei zwei. Machst das genau richtig. Alles super. Die Regelfragestell ist genau richtig, wa? Ja, endlich sieht das mal jemand an. Ja, das darf man nachfragen. Das darf man auch. Aufmerksam nachfragen. Solange man sich danach... Das freundlich. Oh, nochmal geschafft. Oh, nicht in den Bunker. Oh, nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wie wütend macht dich das auf einer Skala von eins bis zwölf. Ich empfinde keine Wut. Grün. Ich bin wieder Hulk. Grün. Ich bin immer wütend. Was? Ei, ei, ei. Das ist jetzt der dritte gewesen und wir sind jetzt bei Nummer 4. Mhm. Kein Aus. Ei, ei, ei. Strafschlag. Aber... Setz fein. Oh, das ist okay. Setz fein. Setz fein. Ab da kann es weitergehen. Setz, bei welchem Schlag sind wir jetzt gerade? Das war jetzt der vierte. Jetzt sind wir bei fünf. Nr. 5, ne? Nr. 5 für Dennis Brammen. Naja, hab ich nicht vor. Also ich... Ich mach lieber... Lieber Safe spielen, ja. Ja. Da wär ich auch bei. Ich mein, soweit ist tatsächlich... Ich glaub, der einzige Druck, der jetzt da ist, ist halt nicht im Sand zu langen. Oh, schön vorgelegt. Das ist jetzt ne angenehme Distanz, die Brammen durchaus hier schon einmal gemeistert hat. Mal schauen, ob er das wiederholen kann bei seinem... Na? Oh, aber ist nicht schlimm. Ist ja noch alles drin, ne? War einfach ein bisschen zu steil von seiner Ausrichtung. Du hast es an seinem Schlägerblatt gesehen leider schon. Okay. Ein Profi erkennt das direkt schon von Anfang an. Aber in der sieben. Sehr gut. In der sieben. Zumindest hast du es noch geschafft. Juhu! Hey, ich hab mal vorhin gemacht. Dann wären wir jetzt erst noch. So, jetzt geht's wieder zurück auf Anfang, wo Peter schon wartet tatsächlich. Peter hat sich jetzt angeguckt, wie es geht. Ja. Aber das hilft leider nicht so viel. Nee, das hilft leider nicht so viel. Er muss es jetzt nachmachen. Er muss es jetzt nachmachen. So. Sieben. Du bist bei sieben Punkten. Okay, sieben Schläge quasi. Weil dein Ball ja nie wirklich rausgedroppt ist, ne? Das tut halt weh. Aber... Sepp, war der Ball nicht ein bisschen weiter vorne? Ja, du kannst den ein bisschen weiter vorne machen. Vorne? Ja, du kannst einen kleinen Ticken noch nach vorne. So kannst du hinlegen. So ist es völlig gut. Ja. Du hast ja deine Beine auch ein bisschen ausspreizen können. Machst du das hier? Ja, ja. Jetzt hast du die Markierung, an der ich die ganze Zeit gucke. Ne, ich hab mir die als optisches Dingens. Davor lag der Ball eben. Da auf der Höhe? Oder? Du kannst noch ein bisschen näher ran. Oder wenn ich das verstehe? Du kannst noch ein bisschen näher ran. Der lag hier so, der Ball. Achso. So. Das war. Und auf der Länge darfst du dir ja eh aussuchen, ne? Ja, aber das sieht ungefähr passend aus, würde ich sagen. Peter zeigt uns jetzt im besten Fall, wie man es richtig macht. Okay, mein erster Try auf dieser Bahn. Let's go. Bram hatte da natürlich einen erheblichen Vorteil. Mhm. Aber... Oh, schade. Ja, das sind direkt zwei, ja. Das sind direkt zwei, genau, aber... Ja, zählt als zwei ist gut. Ich wollte das nur abkürzen. Ja, ja. Ne, alles gut. Das ist ganz schön spannend, was hier so passiert. So später Stunde. Oh, der ist gut. That's fine. Oh, das ist völlig okay. Das ist voll in Ordnung. Nicht grün. Das ist die drei. Die drei. Die drei. Die drei. Jetzt darfst halt nur nicht in den Bunker gehen. Genau. Leg dir vor. Lass dir Zeit. Du hast genug Schläge. Du hast noch vier Schläge, bis ihr punktgleich seid. Ich geb jedem Tipps. Ja, ist völlig okay. Ich geb jedem. So ist das ja auch. Bei mir Dias vorgeworfen wird. Peter, das Weiße ist nicht dein Freund. Habe ich vielleicht ein bisschen wenig vorgelegt. Fünf? Das ist nicht schlimm. Wir sind bei fünf. Ne, bei drei. Vier. 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 Das war mein vierter. Drei Schläge plus Strafschlag. Entschuldigung. Wir wollen jetzt ja nicht direkt den Chatbrennen sehen. Was ja wahrscheinlich direkt getan hat. Wahrscheinlich. Aber das ist völlig okay. So lieben wir sie auch ein bisschen. Etwas angespannt. Denn hier geht es um einiges. Oh, Peter! Oh, wow! Ich dachte, der geht ja noch da rein, ey. Hüpft er da wieder raus, ey. Wie unangenehm. Das war die fünf. Ja. Da kommt die sechs. Und er macht das! Wow! Stopp! Und da kochen die Emotionen. Herzlichen Glück. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Er war stark! Er war stark! Team peda hat es gemacht. Peter hat es gemacht. Aber Bram war auch echt stark. Für sich entschieden, ganz genau. Damit belegt Team PvP den zweiten Platz und Team Grün. Ja, noch geholt. So sieht es aus, Wahnsinn! Ich habe drinnen verpackt, sonst hätte man das gewinnen können. Bevor wir jetzt gleich zur Winner Ceremony kommen, zur Trophy Ceremony, zum Price-Giving sozusagen, Gibt es noch einmal einen kleinen Ausflug in unsere wundervolle Ecke? Wir wollen natürlich die Highlights vom Finale uns noch mal anschauen bei Jay und da schalten wir jetzt hin. So sieht's aus. Chris. Chris? Ja. Wer von uns? Ihr macht zu dritten Siegen, richtig? Ich glaube schon, ja. Oh, ich bin auch live. Du solltest mal raus. Ja, es wird nämlich jetzt im Hintergrund natürlich jetzt die Siegerehrung aufgebaut, denn wir haben quasi Sieger und Siegerinnen hier am Start. Und ja, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, Team Christian hat rasiert. Ja, das ging ein bisschen unter am Ende, aber... Ah, so hat er gemacht, ne? Das wollen wir mal so. So, ne? Ja, er hat so das Mikro reinrasiert. Ja, aber das... Ja, egal. Ja, das ging leider ein bisschen unter, weil der Kampf um Platz 2 war natürlich viel intensiver noch. Das war schon ein wichtiges Ding, gerade, dass Sebastian, äh, dass Peter das hätte fast geschafft oder halt nicht geschafft, weil dann hätten wir dann das Stechen um Platz 1 und 2 gehabt. Das wäre mega krass, ey. Das war schon krass. Also, ich muss aber sagen, dass das alles so eng beieinander ist, ist ja schon insane gewesen. Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr nice und, ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Tut uns nochmal leid, dass ihr einmal kurz das Internet ausgefallen ist, aber, ähm, jetzt funktioniert's ja. Ja, hoffentlich noch bis zum Ende da. Genau. Ähm, ja. Hast du noch zwei Highlights vom Finale, oder? Ich hab gerade hier keine Highlights, ehrlich gesagt, äh, die hab ich jetzt nichts gesehen. Aber, ähm, wer aufgepasst hat und die Banner hinten begutachtet, fällt auf, dass wir schon allen groß gedankt haben, außer Manscaped. Ja, und Manscaped ist nämlich auch ein toller Sponsor hier an der Stelle. Oh ja, und wem das nicht sagt, es geht jetzt um Körperbehaarung. Achso, ich dachte, du machst jetzt richtig Hilfe-Blank hier, oder was? Ich mach ja schon mal, ich kann jetzt schon mal, ne, ich, ne, man muss ja schon mal anfangen. Ja, jetzt geht's halt los. Denn Jonathan wird euch jetzt eines dieser Produkte von Manscaped, äh, mehrere. Achso, mehrere. Ich hab mir gedacht, ich mach jetzt mehrere. Wir haben hier das wunderschöne Performance-Paket 4.0, äh, vor euch, ja, da gibt's ne schöne Boxershot-Upsa beispielsweise drin, ein paar Pflegeprodukte und, äh, wir haben hier den Lawnmower 4.0, ja, das ist für jede Stelle des Körpers geeignet. Aber vor allem, und das hat Bram bei uns im Peakcast sehr ausführlich thematisiert, ähm, hat es eine Leuchte, um an den Weichteilen, beziehungsweise, ähm, erogenen Zonen, ähm, etwas zu sehen. Weil manchmal ist es da ein bisschen dunkler, wenn man, wenn man da, äh, ein bisschen den Garten stutzt, dann, äh, sieht man dort auch ein bisschen was und bringt Licht ins Dunkle. Ja. Ja. Ich dachte mir, ich dachte mir, meinst du, du kannst mir den Arm rausieren? Ich kann dir natürlich den Arm rausieren. So ein bisschen, zumindest so einen kleinen Strich. Ja, einen kleinen Strich. So einen kleinen Strich darfst du da reinmachen. Bei Manscaped, äh, die Produkte, da kann man sich nicht dran wehtun. Also die sind extra so, dass man sich da nicht auf einmal so seine, seine besten Dinger, äh, zwicken kann. Das ist halt echt belastend. Vielleicht kennt der ein oder andere das bei, äh, anderen Dingen, äh, bei anderen Rasierern. Oh. Äh. Ja. Bei anderen Rasierern, da zwickt es manchmal, wenn man da irgendwie so eine Hautfalte hat oder so. Aber das geht ganz butterweich, weil man kann sich da dran halt nicht schneiden. Oh, wie ein Babypopo. Und hier, ne, das krasse Flashlight seht ihr, ne, ja. Ja, ja, das hast du gut gesehen. Das ist wirklich ein volles Teil. Ja, den könnt ihr natürlich benutzen mit Jay's DNA, äh, gewinnen. Mit Jay's DNA, ja, mit Jay's DNA. Ja, das sind auf jeden Fall noch so ein paar Härchen zwischen jetzt, natürlich. Ähm, ja. Und, äh, hier wunderschön auch noch den hier, ihr seht's hier auch drauf. Den Weed Whacker. Finde ich einen richtig geilen Namen. Den Weed Hacker hätte ich, also das ist schon gut. Ich hab mir, ich hab mir extra die, äh, Nasenhaare vorher nicht gestutzt. Und ich dachte mir, ich nutze die jetzt einfach, wie heißt das? Ach so. Machst du jetzt hier deinen Beauty-Salon? Ja, mach jetzt hier. Ich will dann, ich hab das noch nie gemacht. Echt, du hast das noch nie gemacht? Ich will das, glaub ich, auch nicht. Oh, nein, ich will das noch nie. Oh, das ist wieder, wie der Arbeit muss. Ja, ja. Alter, oh. Boah, das ist ja wie auf dem Mais fällt, wenn der da so ein Riesending. Das ist aber angenehm. Es geht voll klar. Also ich hab, ich hab von einer anderen Marke so ein Ding zu Hause und danach krieg ich halt immer so, oh, krieg ich den. Ich brauch den jetzt. Oh, der hat aber gezogen. Oh, der hat gezogen. Ich muss sagen. Haben wir doch einen noch gefunden. Ja, gefällt mir. Ja, find ich cool. Jetzt können wir das einmal kurz in die Corona-Tests tunken und dann wissen wir, ob ich positiv bin oder doch immer noch negativ. Ah, das hat mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen erheitert mit dem Code. Sieht man noch was? Ne, da sieht man gar nichts mehr. Ist alles weg? Das ist leer wie in einer Höhle. Wunderbar. Ganz toll. Aber mit dem Code Pete's Meet könnt ihr auf Manscaped.com auch... PeteCast. PeteCast? PeteCast. Ah, das ist jetzt PeteCast. PeteCast. Ah, Rabattcode PeteCast. Ihr habt ja schon mitbekommen, vielleicht als PeteCast-Hörer. Ja, wir haben ja auch schon die durchaus mal auf den PeteCast-Werbung für gemacht. Deswegen haben wir den Rabattcode PeteCast genommen. Deswegen geht auf www.manscaped.com. slash PeteCast und da könnt ihr euch diverse Produkte hier von Manscaped kaufen und würdet dann mit dem Rabattcode PeteCast 20% bekommen. Das ist sehr, sehr nice. Also ich dachte, ich nehme die mit. Ja, ich glaube, die wird jetzt auch kein anderer mehr haben. Willst du auch noch? Nee, nee, nee. Darf ich dir deinen Bart noch stutzen? Nee, nee. Okay, dann halt nicht. Also ich gönne dir das. Ich gönne dir das. Auch wenn ich so ein bisschen neidisch da draufgehe. Aber muss ich jetzt nicht mehr haben, den Nasenhaar-Trimmer. Ja, okay, dann halt nicht. Na gut. Also, ja, ich würde sagen, vielen Dank an alle Sponsoren, die dabei waren. Vielen Dank an Manscaped. Vielen Dank an Republic of Gamers. Vielen Dank an Genjin Impact. Vielen Dank an Gerolsteiner. Vielen Dank an Fitbit. Und vielen Dank an Sky Ticket. So, ich bin kein guter Wetterexperte. Ich zeige wahrscheinlich komplett in die falschen Sachen. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Aber ohne euch wäre das ganze Event nicht so möglich gewesen. Und danke schön. Auch wichtig bei so was Hochproduziertem. Das kostet ja auch alles irgendwie Geld. Ja, durchaus. Ja, und dann würde ich sagen, wir müssen noch herausfinden, wer quasi der Sieger oder Siegerin der Herzen ist. Dafür haben wir ja unsere wunderschöne WatchBuddy-Umfrage gehabt. Und ich glaube, WatchBuddy ist diesmal nicht abgekackt, sozusagen. Sondern die Server haben gehalten. Und wir gehen dann jetzt aber ab an die Siegerehrung, an Melli. Und die wird dann auch quasi den oder die Siegerin der Herzen und die Sieger generell verkünden und Pokale verteilen. Ab geht's. So, und hier stehen wir auch schon vor unserer großen Schatztruhe, wo der Schatz zwar nicht rauskommen wird, aber darf ich einmal nochmal ganz kurz euren Fokus auf diese wunderschön gebrandeten Bälle nochmal ziehen. Finde ich richtig, richtig geil, dass hier beim Peatsmeet Invitational Mini-Golf Cup 2022 sogar die kleinsten Details noch mit berücksichtigt werden. Und ja, wir stehen jetzt kurz vor unserem Price-Giving. Und ich weiß nicht, mache ich das alleine? Kommen meine Co-Moderatoren noch zu mir? Ich kann auch weitermachen, also ist kein Problem. Ich übergebe auch sehr, sehr gerne die Trophäen alleine. Aber ich wollte sagen, den Spaß möchte ich euch nicht nehmen. Wenn ich nicht wüsste, dass es das gibt hier, ich hätte mich so des Todes erschrocken. Ich hasse Schlank. Oh weh. Aber ist egal. Danger Nuders. Die waren mal lebendig. Jetzt ist sie, das ist nicht schlimm. Trophäen. Wir haben Trophäen. Wir haben nämlich Sieger. Ganz tolle Trophäen. Pete Smeet Invitational Mini-Golf Cup 2022, dem allerersten in diesem Jahr. Dem allerersten Event, welches auf dieser wundervollen Action-Mini-Golfbahn hier am Golfclub Lüderich stattfinden durfte. Wir haben quasi die Bahnen jetzt eingeweiht. Ja. Die Bahnen 15 sind auf jeden Fall Par 11, wenn wir das so richtig gesehen haben. Auf jeden Fall. Mit der Playline 1 und unseren Regeln auf jeden Fall. Aber nein, sag mal Jungs, wie fandet ihr es bis hierhin? Es war mega geil bisher. Es war awesome. Also ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass sich das wirklich alles bis auf die letzte Bahn zuspitzt. Finde ich auch krass. Da muss ich sagen, das war extrem krass. Und ich habe mich vor allem für die ganzen Hold'n'Runs gefreut heute. Die sind halt immer so, dass jeder freut sich, alle sind geil. Wie sehr ist der Chat abgegangen? Die Chat ist gut abgegangen. Der Chat ist gut abgegangen. Die haben sich immer gefreut. mit Poggers, GG, alles, was es gibt. Was sie halt so machen. Alles, was es gibt. Ja, genau. Wahnsinn. Sepp, ich meine, wir haben jetzt 16 Bahnen gesehen. Sehr viel Trubel zwischendurch, sehr viel Diskutiererei. Aber im Endeffekt haben wir jetzt tatsächlich unser Podium. Zehn Jahre Pietzmeetschule härtet einen irgendwann ab. Da ist man immun gegen, auch wenn man keinen Taser direkt zur Hand hat. Ihr müsst euch, ihr müsst euch im Zweifel durchsetzen wie Michael Masi. Ja, genau so macht man das. Jetzt ist er nicht mehr Rennleiter. Aber ich fand es vor allem schön, weil der Chat heute durch die App unter anderem halt auch so hoffentlich cool eingebunden war und auch den Sieger der Herzen für heute küren durfte. Und da bin ich sehr gespannt, wer es geworden ist. Wir haben, glaube ich, da den ersten Preis dafür. Drei Preise für den Sieger der Herzen. Nein, es ist gerade um Platz drei. Ah, es geht um Platz drei. Wir machen jetzt Platz drei. Ganz am Ende das Special. Okay. Ja. Soll ich einmal diese Trophäen zu uns holen, würde ich sagen. Jeder von uns kriegt eine. Wunderbar. Dann nehme ich dir eine ab. Nein, ich nehme. Ja, wir haben Pokale bekommen. Yay, Platz drei. Sehr gut gespielt, Zepp. Nee, ich will aber Platz eins. Also ich nehme die auch mit. Die sehen halt echt cool aus. So ein richtiger Golfer da drauf. Halleluja. Ja, das war ja auch ein richtiges Golfturnier. Wow. So was habe ich noch nicht im Regal stehen. Und da würde ich jetzt einfach mal das drittplatzierte Team hier auf den Platz. Der dritte Sieger. Und einen tosen Applaus. Und einen tosen Applaus bitte alle Anwesenden hier. Team Grün mit dem meisten Team Spirit. Wooo. Und den angeschlagensten Spielern. Meine Hand. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe es, wie ihr eure Schläge auch mitgebracht habt. Du bist jetzt Team Schwarz, ne? Ja, ich muss kurz betonen. Statistiken und der Chat hat ja manchmal wohl doch recht, ne? Viel Spaß mit dem 18 Prozent. Ja, Sturmy, bitteschön. Für dich die wunderschöne Medaille. Zack. Guck mal, Gold. 16. Das ist ein bisschen... Ei, ei, ei. Ich habe es auch. Bitteschön. Guck mal, Gold auch für dich. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ein großer Applaus für unsere drittplatzierten Team Grün unter der Leitung von Brammen. So, die nächsten Trophäen und Medaillen erreichen jetzt hier unser Podium. Und somit ist es an der Zeit, unseren Zweitplatzierten hier im Minigolfcup im Jahr 2022 zu announcen. In den Startlöchern steht schon Team PvP, umschwärmt von Peter, ne, Peter umschwärmt von seinem Team. Da, da ist der Rest vom Team. Kommt aufs Grün und holt euch eure Preise an. Einmal Applaus für alle für den zweiten Platz. Glückwunsch. Hey, was war das hier? Was war das hier? Da stehst du nicht so gut. Okay, wo stehst du? Hier, Paul. Du holst dir deine Medaille ab. Hier hole ich mir auch noch. So, eine Trophäe für dich. Herz Glückwunsch. Und natürlich auch für dich. Das war ein sehr, sehr spannendes Finale. Danke dafür. Wie viele Golf-Trophäen hast du im Regal stehen? Das ist meine erste. Wir sagen bei Team Pietzmieter immer Hauptsache nicht letzter. Ja, hier auch für dich. Dankeschön. Ich glaube, darum ging es dann auch am Ende, ne? Und auch natürlich hier für den Chef. Fühlt sich, glaube ich, gut an. Deswegen kriegen sie auch Gold für dich. Warte, warte, deine Locke. Oh, ich habe die Locke. Oh Gott, ich habe die Frisur durcheinander gemacht. Ich bin am Plan. Ich bin zur Stelle. Ich bin zur Stelle. So, ich hole direkt einmal unsere nächsten Trophäen. Ganz genau. Jetzt kommt es nämlich auf Platz 1. Die Favoriten am heutigen Tage, die ganz wirklich haarscharf, aber nur gewonnen haben, was echt spannend war. Das war so. Aber sie haben sich nichtsdestotrotz durchgesetzt mit Christians grandiosem Schlag am Ende. Hole in One hat er das Ganze beendet. Und dafür verdient auch Team Golfi den ersten Platz. Team mit den meisten Hole in Runs auch an der Stelle. Und die dürfen sich jetzt hier unter einem tosen Applaus aller Anwesenden ihre Trophäen und Medaillen zum Gewinn, zum Sieg des ersten Pete-Sweet-Invitational-Mini-Golf-Cup 2022. Ja, kommt zu uns. Ja, kommt zu uns. Ja, kommt zu uns. Ja, wir sind alle so bescheiden. Keiner will nach vorne. Merkst du das? Mit dem Wunsch, Christian übergibt die Preise für die Golfi im Team bescheiden. Und bitteschön. Ja! Das sieht aus wie ein richtiger Golfpokal. Ich stelle mir den jetzt so richtig schön in den Schlag. Ja, auf Kamin! Weißt du, da ist noch damals Golf-Tonierer. Die sind echt cool. Das ist mega. Sehen die so aus? Das ist auch echt. Und die Goldmedaille natürlich auch. Könnt ihr entweder einschmelzen oder, weiß ich nicht, irgendwo hinhängen. Super. Ja, fantastisch. Also, großartige Leistung. Einmal nochmal Applaus für die Erstplatzierten. Eins, zwei, drei. Manni! Die Golfis haben dort gewonnen. Was für ein Abend. Was für ein Abend. Und ein wohlverdienter Sieg. Um Haaresbreite. Mega knapp. Echt knapp geworden. Ihr habt es aber auch echt spannend gemacht. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock gehabt auf diese Bahn. Das glaube ich. War schon krampf. Der muss jetzt rein, egal wie. Bam! Ja, dann bitte ich euch nochmal, den Platz zu verlassen. Außer Christian. Geht feiern. Außer Christian. Denn. Denn. Er ist. Bester Spieler des Amens. Und du hattest noch eine Golf-Trophäe, Chris Alla. Also, dein Kamin ist hoffentlich ein bisschen größer. Denn da reiht sich direkt der nächste Pokal ein. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja schon ein bisschen. Das sieht richtig cool aus. Der sieht echt geil aus. Der glitzt auf vorne so geil. Ich bin ja schon arg stolz, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch schon sehr stolz. Ich bin arg stolz auf dich. Oh, schön. Christian, trotz Rücken hier so eine Leistung abzurufen. Was wäre passiert, wenn das nicht gewesen wäre? Aha. Noch leichter geworden. Ja, natürlich. Aber wir haben noch einen Preis zu vergeben. So sieht's aus. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Nochmal Applaus. Jay, wir haben noch einen Preis. Wir haben noch einen Preis. Ja, wir habt ja bei WatchBuddy abstimmen können. Darf ich einmal die Trophäe holen? Weil wir müssen sie zeigen. Oh ja, es holen wir es. Natürlich. Ich danke dir. Wer ist quasi Sieger oder Siegerin der Herzen? Ja. Wer, mit wem hat der Chat am meisten mitgefiebert heute? Und ja, haben wir jetzt ein Ergebnis, was eingeblendet wird? Oh, ich weiß es. Dann habt ihr jetzt ein Ergebnis, was eingeblendet wird. Oh, ich licken. Ich sehe das nicht. Wir müssen uns leider so ein bisschen wegdrehen, leider. Das ist schon eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Wer denn? Wer denn? Der Chat kann jetzt sehen, wer gewonnen hat. Wollt ihr es wissen? Soll ich es verarbeiten? Ja, wir müssen es hier im Pokal noch übergeben. Okay, okay. Milchbaum. Milchbaum! Einmal fett sie hier nochmal drauf. Sonja, komm her. Sonja, Schatz mit Wunsch. Oh. Das ist dein Pokal. Siegerin des Herzens. Das kannst du jetzt nicht abschreiten hier. Das haben deine Leute und auch unsere Leute, alle Leute. Als ich den Pokal gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh, der ist voll süß mit diesem Dicken so. Der erinnert mich so an meine Zuschauer. Die sehen auch ein bisschen so aus. Ja, guck mal. Die haben auch für dich gevotet in der App. Das wollen wir nicht. Ich habe es ja auch erst spannend gemacht. Ja. Ohne dich wäre es total langweilig geworden und hätten wir auch nicht so viel Spaß gehabt. Das stimmt. Ja, du hast uns alle bereichert und das am meisten anscheinend. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch an alle, die da waren, die mit teilgenommen haben. Das war mega spannend. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, kommt da alle rein. Kommt da alle rein. Dann sagen wir alle gemeinsam Tschüss, oder? Ja, wir sagen noch nicht Tschüss. Wir haben noch was zu verlosen an die Community. Wir könnten nämlich noch die fetten Banner gewinnen mit allen Autogrammen. Da kommen wir sofort zu, aber wir machen nochmal einmal ein Gruppenfoto oder Gruppenkuscheln. Ein Gruppenstandbild. Gruppenstandbild. Ein bisschen Credit nehme ich dafür schon. Einmal meinen schön oberen Arm reinzeigen. Vielleicht kriegen wir ein cooles Foto. So. Super. So ist der Stream abgekappt. Oh nein. So. Danke. Danke schön. Danke schön. Wir verlosen jetzt aber noch an euch da draußen die Banner und dafür, ja, die anderen können gerne schon sich gemütlich machen und Getränke sammeln. Ciao. Danke schön an alle. Danke, Freddy. Ihr wart super. So. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch was Schönes zu verlosen. Genau. Tatsächlich. Denn, äh, der Golfclub Lüderich hat ja hier das Ganze auch, äh, mit unterstützt und alles. Und wir verlosen im Auftrag vom Golfclub Lüderich die Banner, wo jeder von uns unterschrieben hat, drauf. Zwei Stück gibt's da, glaube ich, von zu gewinnen. Genau, die haben wir alle unterschrieben. Genau, das heißt, mit dem Hashtag Adventure Golf der Lüderich, mit UE, werdet ihr vielleicht jetzt schon die Aufgabe, das ist jetzt schon eine Challenge, wenn ihr das um halb elf, ne, um elf noch schafft, dann nehmt ihr teil, dieses Banner, eins von diesen beiden Bannern zu gewinnen. Und, ähm, Hashtag Adventure Golf der Lüderich. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hatte da draußen. Ja, mindestens und Dankeschön nochmal an die Sponsoren. So, zum Ende haben wir noch, äh, zwei Trailer, einmal von Genshin und einmal von Sky Ticket nochmal zum Abschluss. Und danke einfach fürs Einschalten. Das wird nicht das letzte Event gewesen sein, das letzte Invitational, beziehungsweise letzte Golf, Minigolf Event, was wir machen. Ich bin so gespannt, was noch kommt. Also, das nächste Pizmite, Pizmite, Pizmite International ist vielleicht schon im Plan. Ich wollte nur sagen, kannst du schon ein bisschen was spoilern, in welche Richtung es geht? Ja, genau, in welche Richtung es geht, könnte ganz gut sein auch. Keine Ahnung, also ich sag mal so, vielleicht wird's irgendwann in Zukunft wieder, irgendwann in Zukunft dieses Jahres wird vielleicht wieder der Kreis gefahren. Ja, wer weiß. Könnte man meinen. Also, freut euch drauf und, äh, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend euch noch. Genau, Zapp, J, Melli, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, vielen, vielen Dank. Tschau. Tschüss, bye-bye. Hallo, Master Chief. Halo, jetzt streamen.